Abschnitt 1 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 1 ZUEIGNUNG Du hast mir den edlen Trieb erregt, tief ins Gemüt der weiten Welt zu schauen. Mit Deiner Hand ergriff mich ein Vertrauen, das sicher mich durch alle Stürme trägt. Mit Ahndungen hast Du das Kind gepflegt und zogst mit ihm durch fabelhafte Auen. Hast, als das Urbild zartgesinnter Frauen, des Jünglingsherz zum höchsten Schwung bewegt. Was fesselt mich an irdische Beschwerden? Ist nicht mein Herz und Leben ewig Dein? Und schirmt mich Deine Liebe nicht auf Erden? Ich darf für Dich, der edlen Kunst, mich weinen, denn Du, Geliebte, willst die Muse werden und stiller Schutzgeist meiner Dichtung sein. In ewigen Verwandlungen begrüßt uns des Gesangs geheime Macht hernieden. Dort segnet sie das Land als ewiger Frieden, in das sie hier als Jugend uns umfließt. Sie ist's, die Licht in unsere Augen gießt, die uns den Sinn für jede Kunst beschieden und die das Herz der Frohen und der Müden in trunkner Andacht wunderbar genießt. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 Von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 2 Die Erwartung Erstes Kapitel Die Eltern lagen schon und schliefen. Die Wanduhr schlug ihren einförmigen Takt. Vor den klappernden Fenstern sauste der Wind. Abwechselnd wurde die Stube hell von dem Schimmer des Mondes. Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben, sagte er zu sich selbst. Fernab liegt mir alle Habsucht. Aber die blaue Blume sehn ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn. Und ich kann nichts anders dichten und denken. So ist mir noch nie Zumute gewesen. Es ist, als hätte ich vorhin geträumt. Oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert. Denn in der Welt, in der ich sonst lebe, wer hätte da sich um Blumen bekümmert? Und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine Blume habe ich damals nie gehört. Wo eigentlich nur der Fremde herkam? Keiner von uns hat je einen ähnlichen Menschen gesehen. Doch weiß ich nicht, warum nur ich von seinen Reden so ergriffen worden bin. Die anderen haben ja das Nämliche gehört. Und keinem ist so etwas begegnet, dass ich auch nicht einmal von meinem wunderlichen Zustande reden kann. Es ist mir so oft so entzückend wohl. Und nur dann, wenn ich die Blume nicht recht gegenwärtig habe, befällt mich so ein tiefes, inniges Treiben. Das kann und wird keiner verstehen. Ich glaubte, ich wäre wahnsinnig, wenn ich nicht so klar und hell sähe und dächte. Mir ist seitdem alles viel bekannter. Ich hörte einst von alten Zeiten reden, wie da die Tiere und Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten. Es muss noch viel Worte geben, die ich nicht weiß. Wüsste ich mehr, so könnte ich viel besser alles begreifen. Sonst tanzte ich gern, jetzt denke ich lieber nach der Musik. Der Jüngling verlor sich allmählich in süßen Fantasien und entschlummerte. Da träumte ihm erst von unabseelichen Fernen und wilden, unbekannten Gegenden. Er wanderte über Meere mit unbegreiflicher Leichtigkeit. Wunderliche Tiere sah er. Er lebte mit mannigfaltigen Menschen, bald im Kriege, in wildem Getümmel, in stillen Hütten. Er geriet in Gefangenschaft und die schmärliche Not. Alle Empfindungen stiegen bis zu einer nie gekannten Höhe in ihm. Er durchlebte ein unendlich buntes Leben, starb und kam wieder, liebte bis zur höchsten Leidenschaft und war dann wieder auf ewig von seiner Geliebten getrennt. Endlich, gegen Morgen, wie draußen die Dämmerung anbrach, wurde es stiller in seiner Seele, klarer und bleibender wurden die Bilder. Es kam ihm vor, als ginge er in einem dunklen Wald allein. Nur selten schimmerte der Tag durch das grüne Netz. Bald kam er vor eine Felsenschlucht, die berganstieg. Er musste über bemooste Steine klettern, die ein ehemaliger Strom heruntergerissen hatte. Je höher er kam, desto lichter wurde der Wald. Endlich gelangte er zu einer kleinen Wiese, die am Hange des Berges lag. Hinter der Wiese erhob sich eine hohe Klippe, an deren Fuß er eine Öffnung erblickte, die der Anfang eines in den Felsen gehauenen Ganges zu sein schien. Der Gang führte ihn gemächlich eine Zeit lang eben fort, bis zu einer großen Weitung, aus der ihm schon von fern ein helles Licht entgegenglänzte. Wie er hereintrat, ward er einen mächtigen Strahl gewahr, der wie aus einem Springquell bis an die Decke des Gewölbes stieg und oben in unzählige Funken zerstäubte, die sich unten in einem großen Becken sammelten. Der Strahl glänzte wie entzündetes Gold. Nicht das mindeste Geräusch war zu hören, eine heilige Stille umgab das herrliche Schauspiel. Er näherte sich dem Becken, das mit unendlichen Farben wogte und zitterte. Die Wände der Höhle waren mit dieser Flüssigkeit überzogen, die nicht heiß, sondern kühl war und an den Wänden nur ein mattes, bläuliches Licht von sich warf. Er tauchte seine Hand in das Becken und benetzte seine Lippen. Es war, als durchdränge ihn, ein geistiger Hauch, und er fühlte sich innigst gestärkt und erfrischt. Ein unwiderstehliches Verlangen ergriff ihn, sich zu baden. Er entkleidete sich und stieg in das Becken. Es düngte ihn, als um Flössien eine Wolke des Abendrots. Eine himmlische Empfindung überströmte sein Inneres. Mit inniger Wollust strebten unzählbare Gedanken in ihm, sich zu vermischen. Neue, nie gesehene Bilder entstanden, die auch ineinander flossen und zu sichtbaren Wesen um ihn wurden. Und jede Welle des lieblichen Elements schmiegte sich wie ein zarter Busen an ihn. Die Flut schien eine Auflösung reizender Mädchen, die an dem Jünglinge sich augenblicklich verkörperten. Berauscht von Entzücken und doch jedes Eindrucks bewusst schwamm er gemach dem leuchtenden Strom nach, der aus dem Becken in den Felsen hineinfloss. Eine Art von süßen Schlummer befiel ihn, in welchem er unbeschreibliche Begebenheiten träumte und woraus ihn eine andere Erleuchtung weckte. Er fand sich auf einem weichen Rasen am Rande einer Quelle, die in die Luft hinausquoll und sich darin zu verzehren schien. Dunkelblaue Felsen mit bunten Adern erhoben sich in einiger Entfernung. Das Tageslicht, das ihn umgab, war heller und milder als das Gewöhnliche. Der Himmel war schwarz-blau und völlig rein. Was ihn aber mit voller Macht anzog, das war eine hohe, lichtblaue Blume, die zunächst an der Quelle stand und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her ständen unzählige Blumen von allen Farben und der köstlichste Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er sich ihr nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfing. Die Blätter wurden glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stängel. Die Blume neigte sich nach ihm zu und die Blütenblätter zeigten einen blauen, ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes Gesicht schwebte. Ein süßes Staunen wuchs mit der sonderbaren Verwandlung, als ihn plötzlich die Stimme seiner Mutter weckte und er sich in der elterlichen Stube fand, die schon die Morgensonne vergoldete. Er war zu entzückt, um unwillig über diese Störung zu sein. Vielmehr bot er seiner Mutter freundlich guten Morgen und erwiderte ihre herzliche Umarmung. Du Langschläfer, sagte der Vater, wie lange sitze ich schon hier und feile. Ich habe deinetwegen nichts hämmern dürfen. Die Mutter wollte den lieben Sohn schlafen lassen. Aufs Frühstück habe ich auch warten müssen. Glücklich hast du den Leerstand erwählt, für den wir wachen und arbeiten. Indes ein tüchtiger Gelehrter, wie ich mir habe sagen lassen, muss auch Nächte zur Hilfe nehmen, um die großen Werke der weisen Vorfahren zu studieren. Lieber Vater, antwortete Heinrich, werdet nicht unwillig über meinen langen Schlaf, den ihr sonst nicht an mir gewohnt seid. Ich schlief erst spät ein und habe viele unruhige Träume gehabt, bis zuletzt ein anmutiger Traum mir erschien, den ich lange nicht vergessen werde und von dem mich düngt, als sei es mehr als ein bloßer Traum gewesen. Lieber Heinrich, sprach die Mutter, du hast dich gewiss auf den Rücken gelegt oder beim Abendsegen fremde Gedanken gehabt. Du siehst auch noch ganz wunderlich aus, iss und trink, dass du munter wirst. Die Mutter ging hinaus. Der Vater arbeitete emsig fort und sagte, Träume sind Schäume, mögen auch die hochgeladenen Herren davon denken, was sie wollen. Und du tust wohl, wenn du dein Gemüt von dergleichen Unnützen und schädlichen Betrachtungen abwendest. Die Zeiten sind nicht mehr, wo zu den Träumen göttliche Gesichte sich gesellten, und wir können und werden es nicht begreifen, wie es jenen auserwählten Männern, von denen die Bibel erzählt, zumute gewesen ist. Damals muss es eine andere Beschaffenheit mit den Träumen gehabt haben, so wie mit den menschlichen Dingen. In dem Alter der Welt, wo wir leben, findet der unmittelbare Verkehr mit dem Himmel nicht mehr statt. Die alten Geschichten und Schriften sind jetzt die einzigen Quellen, durch die uns eine Kenntnis von der überirdischen Welt, soweit wir sie nötig haben, zuteil wird. Und statt jener ausdrücklichen Offenbarungen redet jetzt der Heilige Geist mittelbar durch den Verstand kluger und wohlgesinnter Männer und durch die Lebensweise und die Schicksale frommer Menschen zu uns. Unsere heutigen Wunderbilder haben mich nie sonderlich erbaut, und ich habe nie jene großen Taten geglaubt, die unsere Geistlichen davon erzählen. Indes mag sich daran erbauen, wer will, und ich hüte mich wohl, jemanden in seinem Vertrauen irre zu machen. Aber lieber Vater, aus welchem Grunde seid ihr so den Träumen entgegen, deren seltsame Verwandlungen und leichte zarte Natur doch unser Nachdenken gewisslich rege machen müssen? Ist nicht jeder, auch der verworrenste Traum, eine sonderliche Erscheinung, die auch, ohne noch an göttliche Schickung dabei zu denken, ein bedeutsamer Riss in den geheimnisvollen Vorhang ist, der mit tausend Falten in unser Inneres hereinfällt? In den weisesten Büchern findet man unzählige Traumgeschichten von glaubhaften Menschen und erinnert euch nur noch des Traumes, den uns neulich der ehrwürdige Hofkaplan erzählte und der euch selbst so merkwürdig vorkam. Aber auch ohne diese Geschichten, wenn ihr zuerst in eurem Leben einen Traum hättet, wie würdet ihr nicht erstaunen und euch die Wunderbarkeit dieser uns nur alltäglich gewordenen Begebenheit gewiss nicht abstreiten lassen. Mich düngt der Traum eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens und eine freie Erholung der gebundenen Fantasie, wo sie alle Bilder des Lebens durcheinander wirft und die beständige Ernsthaftigkeit des erwachsenen Menschen durch ein fröhliches Kinderspiel unterbricht. Ohne die Träume würden wir gewiss früher alt, und so kann man den Traum, wenn auch nicht als unmittelbar von oben gegeben, doch als eine göttliche Mitgabe, einen freundlichen Begleiter auf der Wallfahrt zum Heiligen Grabe betrachten. Gewiss ist der Traum, den ich heute Nacht träumte, kein unwirksamer Zufall in meinem Leben gewesen, denn ich fühle es, dass er in meiner Seele wie ein weites Rad hineingreift und sie in mächtigem Schwunge forttreibt. Der Vater lächelte freundlich und sagte, indem er die Mutter, die eben hereintrat, ansah, Mutter, Heinrich kann die Stunde nicht verleugnen, durch die er in der Welt ist. In seinen Reden kocht der feurige Welsche Wein, den ich damals von Rom mitgebracht hatte und der unseren Hochzeitabend verherrlichte. Damals war ich auch noch ein anderer Kerl. Die südliche Luft hatte mich aufgetaut. Von Mut und Lust floss ich über. Und du warst auch ein heißes, köstliches Mädchen. Bei deinem Vater ging's damals herrlich zu. Spielleute und Sänger waren weit und breit herzugekommen. Und lange war in Augsburg keine lustigere Hochzeit gefeiert worden. Ihr spracht vorhin von Träumen, sagte die Mutter. Weißt du wohl, dass du mir damals auch von einem Traume erzähltest, den du in Rom gehabt hattest, und der dich zuerst auf den Gedanken gebracht, zu uns nach Augsburg zu kommen und um mich zu werben? Du erinnerst mich eben zur rechten Zeit, sagte der Alte. Ich habe diesen seltsamen Traum ganz vergessen, der mich damals lange genug beschäftigte. Aber eben er ist mir ein Beweis dessen, was ich von den Träumen gesagt habe. Es ist unmöglich, einen geordneteren und helleren zu haben. Noch jetzt entsinne ich mich jedes Umstandes ganz genau. Und doch, was hat er bedeutet? Dass ich von dir träumte und mich bald darauf von Sehnsucht ergriffen fühlte, dich zu besitzen, war ganz natürlich. Denn ich kannte dich schon. Dein freundliches, holdes Wesen hatte mich gleich anfangs lebhaft gerührt. Und nur die Lust nach der Fremde hielt damals meinen Wunsch nach deinem Besitz noch zurück. Um die Zeit des Traums aber war meine Neugierde schon ziemlich gestillt, und nun konnte die Neigung leichter durchdringen. Erzähl uns doch jenen seltsamen Traum, sagte der Sohn. Ich war eines Abends, fing der Vater an, umhergestreift. Der Himmel war rein, und der Mond bekleidete die alten Säulen und Mauern mit seinem bleichen, schauerlichen Lichte. Meine Gesellen gingen den Mädchen nach, und mich trieb das Heimweh und die Liebe ins Freie. Endlich ward ich durstig und ging ins erste beste Landhaus hinein, um einen Trunk Wein oder Milch zu fordern. Ein alter Mann kam heraus, der mich wohl für einen verdächtigen Besuch halten mochte. Ich trug ihm mein Anliegen vor, und als er erfuhr, dass ich ein Ausländer und ein Deutscher sei, lud er mich freundlich in die Stube und brachte eine Flasche Wein. Er hieß mich niedersetzen und fragte mich nach meinem Gewerbe. Die Stube war voll Bücher und Altertümer. Wir gerieten in ein weitläufiges Gespräch. Er erzählte mir viel von alten Zeiten, von Malern, Bildhauern und Dichtern. Noch nie hatte ich so davon Reden hören. Es war mir, als sei ich in einer neuen Welt ans Land gestiegen. Er wies mir Siegelsteine und andere alte Kunstarbeiten, dann las er mir mit lebendigem Feuer herrliche Gedichte vor, und so verging die Zeit wie ein Augenblick. Noch jetzt heitert mein Herz sich auf, wenn ich mich des bunten Gewühls der wunderlichen Gedanken und Empfindungen erinnere, die mich in dieser Nacht erfüllten. In den heidnischen Zeiten war er wie zu Hause und sehnte sich mit unglaublicher Inbrunst in dies graue Altertum zurück. Endlich wies er mir eine Kammer an, wo ich den Rest der Nacht zubringen könnte, weil es schon zu spät sei, um noch zurückzukehren. Ich schlief bald und da dünkte mich's, ich sah in meiner Vaterstadt und wanderte aus dem Tore. Es war, als müsste ich irgendwo hingehen, um etwas zu bestellen, doch wusste ich nicht, wohin und was ich verrichten sollte. Ich ging nach dem Harze mit überaus schnellen Schritten, und wohl war mir, als sei es zur Hochzeit. Ich hielt mich nicht auf dem Wege, sondern feld ein durch Tal und Wald, und bald kam ich an einen hohen Berg. Als ich oben war, sah ich die goldene Aue vor mir und überschaute Thüringen weit und breit, also, dass kein Berg in der Nähe umher mir die Aussicht wehrte. Gegenüber lag der Harz mit seinen dunklen Bergen, und ich sah unzählige Schlösser, Klöster und Ortschaften. Wie mir da nun recht wohl innerlich ward, fiel mir der alte Mann ein, bei dem ich schlief, und es gedeuchte mir, als sei das vor geraumer Zeit geschehen, dass ich bei ihm gewesen sei. Bald gewahrte ich eine Stiege, die in den Berg hineinging, und ich machte mich hinunter. Nach langer Zeit kam ich in eine große Höhle, da saß ein Greis in einem langen Kleide vor einem eisernen Tische und schaute unverwandt nach einem wunderschönen Mädchen, die in Marmor gehauen vor ihm stand. Sein Bart war durch den eisernen Tisch gewachsen und bedeckte seine Füße. Er sah ernst und freundlich aus, und gemahnte mich wie ein alter Kopf, den ich den Abend bei dem Manne gesehen hatte. Ein glänzendes Licht war in der Höhle verbreitet. Wie ich so stand und den Greis ansah, klopfte mir plötzlich mein Wirt auf die Schulter, nahm mich bei der Hand und führte mich durch lange Gänge mit sich fort. Nach einer Weile sah ich von Weitem eine Dämmerung, als wollte das Tageslicht einbrechen. Ich eilte darauf zu und befand mich bald auf einem grünen Plane, aber es schien mir alles ganz anders als in Thüringen. Ungeheure Bäume mit großen glänzenden Blättern verbreiteten Beidum herrscherten. Die Luft war sehr heiß und doch nicht drückend. Überall Quellen und Blumen und unter allen Blumen gefiel mir eine ganz besonders, und es kam mir vor, als neigten sich die anderen gegen sie. Ach, liebster Vater, sagt mir doch, welche Farbe sie hatte, rief der Sohn mit heftiger Bewegung. Das entsinne ich mich nicht mehr, so genau ich mir auch sonst alles eingeprägt habe. War sie nicht blau? Es kann sein, vor der Alte fort, ohne auf Heinrichs seltsame Heftigkeit Achtung zu geben. So viel weiß ich nur noch, dass mir ganz unaussprechlich zumute war und ich mich lange nicht nach meinem Begleiter umsah. Wie ich mich endlich zu ihm wandte, bemerkte ich, dass er mich aufmerksam betrachtete und mir mit inniger Freude zulächelte. Auf welche Art ich von diesem Orte wegkam, erinnere ich mir nicht mehr. Ich war wieder oben auf dem Berge. Mein Begleiter stand bei mir und sagte, Du hast das Wunder der Welt gesehen. Es steht bei Dir, das glücklichste Wesen auf der Welt, und noch über das ein berühmter Mann zu werden. Nimm wohl in Acht, was ich Dir sage. Wenn Du am Tage Johannes gegen Abend wieder hierher kommst und Gott herzlich um das Verständnis dieses Traumes bittest, so wird Dir das höchste irdische Los zuteil werden. Dann gib nur Acht auf ein blaues Blümchen, was Du hier oben finden wirst. Brich es ab und überlass Dich dann demütig der himmlischen Führung. Ich war darauf im Traume unter den herrlichsten Gestalten und Menschen, und unendliche Zeiten gaukelten mit mannigfaltigen Veränderungen vor meinen Augen vorüber. Wie gelöst war meine Zunge, und was ich sprach, klang wie Musik. Darauf ward alles wieder dunkel und eng und gewöhnlich. Ich sah Deine Mutter mit freundlichem, verschämtem Blick vor mir. Sie hielt ein glänzendes Kind in den Armen und reichte es mir hin, als auf einmal das Kind zusehends wuchs, immer heller und glänzender ward und sich endlich mit blendend weißen Flügeln über uns erhob, uns beide in seine Arme nahm und so hoch mit uns flog, dass die Erde nur wie eine goldene Schüssel mit dem saubersten Schnittswerk aussah. Dann erinnere ich mich nur, dass wieder jene Blume und der Berg und der Greis vorkamen, aber ich erwachte bald darauf und fühlte mich von heftiger Liebe bewegt. Ich nahm Abschied von meinem Gastfreien Wirt, der mich bat, ihn oft wieder zu besuchen, was ich ihm zusagte und auch Wort gehalten haben würde, wenn ich nicht bald darauf Rom verlassen hätte und ungestüm nach Augsburg gereist wäre. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 Von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 3 Die Erwartung Zweites Kapitel Johannes war vorbei. Die Mutter hatte längst einmal nach Augsburg ins väterliche Haus kommen und dem Großvater den noch unbekannten lieben Enkel mitbringen sollen. Einige gute Freunde des alten Ofterdingen, ein paar Kaufleute, mussten in Handelsgeschäften dahin reisen. Da fasste die Mutter den Entschluss, bei dieser Gelegenheit jenen Wunsch auszuführen. Und es lag ihr dies umso mehr am Herzen, weil sie seit einiger Zeit merkte, dass Heinrich weit stiller und in sich gekehrter war als sonst. Sie glaubte, er sei missmütig oder krank, und eine weite Reise, der Anblick neuer Menschen und Länder, und wie sie verstohlen ahndete, die Reize einer jungen Landsmännin würden die trübe Laune ihres Sohnes vertreiben und wieder einen so teilnehmenden und lebensfrohen Menschen aus ihm machen, wie er sonst gewesen. Der Alte willigte in den Plan der Mutter und Heinrich war über die Maßen erfreut, in ein Land zu kommen, was er schon lange, nach den Erzählungen seiner Mutter und mancher Reisenden wie ein irdisches Paradies sich gedacht und wohin er oft vergeblich sich gewünscht hatte. Heinrich war eben zwanzig Jahre alt geworden. Er war nie über die umliegenden Gegenden seiner Vaterstadt hinausgekommen, die Welt war ihm nur aus Erzählungen bekannt. Wenig Bücher waren ihm zu Gesichte gekommen. Bei der Hofhaltung des Landgrafen ging es nach der Sitte der damaligen Zeiten einfach und still zu und die Pracht und Bequemlichkeit des fürstlichen Lebens dürfte sich schwerlich mit den Annehmlichkeiten messen, die in späteren Zeiten ein bemittelter Privatmann sich und den Seinigen ohne Verschwendung verschaffen konnte. Dafür war aber der Sinn für die Gerätschaften und Habseligkeiten, die der Mensch zum mannigfachen Dienst seines Lebens um sich her versammelt, desto zarter und tiefer. Sie waren den Menschen werter und merkwürdiger, zog schon das Geheimnis der Natur und die Entstehung ihrer Körper den ahndenden Geist an, so erhöhte die seltenere Kunst ihrer Bearbeitung, die romantische Ferne, aus der man sie erhielt, und die Heiligkeit ihres Altertums, da sie sorgfältiger bewahrt, auf das Besitztum mehrerer Nachkommenschaften wurden, die Neigung zu diesen stummen Gefährten des Lebens. Oft wurden sie zu dem Rang von geweihten Pfändern eines besonderen Segens und Schicksals erhoben, und das Wohl ganzer reiche und weit verbreiteter Familien hing an ihrer Erhaltung. Eine liebliche Armut schmückte diese Zeiten mit einer eigentümlichen, ernsten und Unschuldigen Einfalt und die sparsam verteilten Kleinodien glänzten desto bedeutender in dieser Dämmerung und erfüllten ein sinniges Gemüt mit wunderbaren Erwartungen. Wenn es wahr ist, dass erst eine geschickte Verteilung von Licht, Farbe und Schatten die verborgene Herrlichkeit der sichtbaren Welt offenbart und sich hier ein neues, höheres Auge aufzutun scheint, so war damals überall eine ähnliche Verteilung und Wirtschaftlichkeit wahrzunehmen, da hingegen die neuere, wohlhabendere Zeit das einförmige und unbedeutendere Bild eines allgemeinen Tages darbietet. In allen Übergängen scheint, wie in einem Zwischenreiche, eine höhere, geistliche Macht durchbrechen zu wollen, und wie auf der Oberfläche unseres Wohnplatzes, die an unterirdischen und überirdischen Schätzen reichsten Gegenden, in der Mitte zwischen den wilden unwirtlichen Urgebirgen und den unermesslichen Ebenen liegen, so hat sich auch zwischen den rohen Zeiten der Barbarei und dem kunstreichen, vielwissenden und begüterten Weltalter eine tiefsinnige und romantische Zeit niedergelassen, die unter schlichtem Kleide eine höhere Gestalt verbirgt. Er wandelt nicht gern im Zwielichte, wenn die Nacht am Lichte und das Licht an der Nacht in höhere Schatten und Farben zerbricht. Und also vertiefen wir uns willig in die Jahre, wo Heinrich lebte und jetzt neuen Begebenheiten mit vollem Herzen entgegenging. Er nahm Abschied von seinen Gespielen und seinem Lehrer, dem alten weisen Hofkaplan, der Heinrichs fruchtbare Anlagen kannte und ihn mit gerührtem Herzen und einem stillen Gebete entließ. Die Landgräfin war seine Patin. Er war oft auf der Wartburg bei ihr gewesen. Auch jetzt beurlaubte er sich bei seiner Beschützerin, die ihm gute Lehren und eine goldene Halskette verehrte und mit freundlichen Äußerungen von ihm schied. In wehmütiger Stimmung verließ Heinrich seinen Vater und seine Geburtsstadt. Es war ihm jetzt erst deutlich, was Trennung sei. Die Vorstellungen von der Reise waren nicht von dem sonderbaren Gefühle begleitet gewesen, was er jetzt empfand, als zuerst seine bisherige Welt von ihm gerissen und er wie auf ein fremdes Ufer gespült ward. Unendlich ist die jugendliche Trauer bei dieser ersten Erfahrung der Vergänglichkeit der irdischen Dinge, die dem unerfahrenen Gemüt so notwendig und unentbehrlich, so fest verwachsen mit dem eigentümlichsten Dasein und so unveränderlich wie dieses vorkommen müssen. Eine erste Ankündigung des Todes bleibt die erste Trennung unvergesslich und wird, nachdem sie lange wie ein nächtliches Gesicht den Menschen beängstigt hat, endlich bei abnehmender Freude an den Erscheinungen des Tages und zunehmender Sehnsucht nach einer bleibenden sicheren Welt zu einem freundlichen Wegweiser und einer tröstenden Bekanntschaft. Die Nähe seiner Mutter tröstete den Jüngling sehr. Die alte Welt schien noch nicht ganz verloren und er umfasste sie mit verdoppelter Innigkeit. Es war früh am Tage, als die Reisenden aus den Toren von Eisenach fortritten und die Dämmerung begünstigte Heinrichs gerührte Stimmung. Je heller es ward, desto bemerklicher wurden ihm die neuen unbekannten Gegenden und als auf einer Anhöhe die verlassene Landschaft von der aufgehenden Sonne auf einmal erleuchtet wurde, so fielen dem überraschten Jüngling alte Melodien seines Innern in den trüben Wechsel seiner Gedanken ein. Er sah sich an der Schwelle der Ferne, in die er oft vergebens von den nahen Bergen geschaut und die er sich mit sonderbaren Farben ausgemalt hatte. Er war im Begriff, sich in ihre blaue Flut zu tauchen. Die Wunderblume stand vor ihm, und er sah nach Thüringen, welches er jetzt hinter sich ließ, mit der seltsamen Ahndung hinüber, als werde er nach langen Wanderungen von der Weltgegend her, nach welcher sie jetzt reisten, in sein Vaterland zurückkommen, und als reise er daher diesem eigentlich zu. Die Gesellschaft, die anfänglich aus ähnlichen Ursachen still gewesen war, fing nach gerade an aufzuwachen und sich mit allerhand Gesprächen und Erzählungen die Zeit zu verkürzen. Heinrichs Mutter glaubte, ihren Sohn aus den Träumereien reißen zu müssen, in denen sie ihn versunken sah, und fing an, ihm von ihrem Vaterlande zu erzählen, von dem Hause ihres Vaters und dem fröhlichen Leben in Schwaben. Die Kaufleute stimmten mit ein und bekräftigten die mütterlichen Erzählungen, rühmten die Gastfreiheit des alten Schwaning und konnten nicht aufhören, die schönen Landsmänninnen ihrer Reisegefährtin zu preisen. Ihr tut wohl, sagten sie, dass ihr euren Sohn dorthin führt. Die Sitten eures Vaterlandes sind milder und gefälliger. Die Menschen wissen, das Nützliche zu befördern, ohne das Angenehme zu verachten. Jedermann sucht seine Bedürfnisse auf eine gesellige und reizende Art zu befriedigen. Der Kaufmann findet sich wohl dabei und wird geehrt. Die Künste und nähren und veredeln sich. Den Fleißigen düngt die Arbeit leichter, weil sie ihm zu mannigfachen Annehmlichkeiten verhilft und er, indem er eine einförmige Mühe übernimmt, sicher ist, die bunten Früchte mannigfacher und belohnender Beschäftigungen dafür mit zu genießen. Geld, Tätigkeit und Waren erzeugen sich gegenseitig und treiben sich in raschen Kreisen und das Land und die Städte Blühen auf. Je eifriger der Erwerb fleiß die Tage benutzt, desto ausschließlicher ist der Abend, den reizenden Vergnügungen der schönen Künste und des geselligen Umgangs gewidmet. Das Gemüt sehnt sich nach Erholung und Abwechslung, und wo sollte es diese auf eine anständigere und reizendere Art finden, als in der Beschäftigung mit den freien Spielen und Erzeugnissen seiner edelsten Kraft, des bildenden Tiefsins. Nirgends hört man so anmutige Sänger, findet so herrliche Maler, und nirgends sieht man auf den Tanzsälen leichtere Bewegungen und lieblichere Gestalten. Die Nachbarschaft von Welschland zeigt sich in dem ungezwungenen Betragen und den einnehmenden Gesprächen. Euer Geschlecht darf die Gesellschaften schmücken und ohne Furcht vor Nachrede mit holzseligem Bezeigen einen lebhaften Wetteifer seiner Aufmerksamkeit zu fesseln erregen. Die raue Ernsthaftigkeit und die wilde Ausgelassenheit der Männer macht einer milden Lebendigkeit und sanfter bescheidener Freude Platz und die Liebe wird in tausendfachen Gestalten der leitende Geist der glücklichen Gesellschaften. Weit entfernt, dass Ausschweifungen und unziemende Grundsätze dadurch sollen herbeigelockt werden, scheint es, als flöhen die bösen Geister die Nähe der Anmut und gewiss sind in ganz Deutschland keine unbescholtenere Mädchen und keine treuere Frauen als in Schwaben. Ja, junger Freund, in der klaren warmen Luft des südlichen Deutschlands werdet ihr eure ernste Schüchternheit wohl ablegen. Die fröhlichen Mädchen werden euch wohl geschmeidig und gesprächig machen. Schon euer Name als Fremder und eure nahe Verwandtschaft mit dem alten Schwaning, der die Freude jeder fröhlichen Gesellschaft ist, werden die reizenden Augen der Mädchen auf sich ziehen. Und wenn ihr eurem Großvater folgt, so werdet ihr gewiss unserer Vaterstadt eine ähnliche Zirde in einer holzseligen Frau mitbringen wie euer Vater. Mit freundlichem Erröten dankte Heinrichs Mutter für das schöne Lob ihres Vaterlandes und die gute Meinung von ihren Landsmänninnen. Und der gedankenvolle Heinrich hatte nicht umhingekonnt aufmerksam und mit innigem Wohlgefall in der Schilderung des Landes, dessen Anblick ihm bevorstand zuzuhören. Wenn ihr auch fuhren die Kaufleute fort, die Kunst eures Vaters nicht ergreifen und lieber, wie wir gehört haben, euch mit gelehrten Dingen befassen wollt, so braucht ihr nicht geistlicher zu werden und verzicht auf die schönsten Genüsse dieses Lebens zu leisten. Es ist eben schlimm genug, dass die Wissenschaften in den Händen eines so von dem weltlichen Leben abgesonderten Standes und die Fürsten von so ungeselligen und wahrhaft unerfahrenen Männern beraten sind. In der Einsamkeit, in welcher sie nicht selbst Teil an den Weltgeschäften nehmen, müssen ihre Gedanken eine unnütze Wendung erhalten und können nicht auf die wirklichen Vorfälle passen. In Schwaben trefft ihr auch wahrhaft kluge und erfahrene Männer unter den Leilen und ihr mögt nun wählen, welchen zweig menschlicher Kenntnisse ihr wollt. So wird es euch nicht an Gebern fehlen. Nach einer Weile sagte Heinrich, dem bei dieser Rede sein Freund der Hofkaplan in den Sinn gekommen war, wenn ich bei meiner Unkunde von der Beschaffenheit der Welt euch auch eben nicht abfällig sein kann, in dem, was ihr von der Unfähigkeit der geistlichen Zuführung und Beurteilung weltlicher Angelegenheiten behauptet, so ist mir der gewiss ein Muster eines weisen Mannes ist und dessen Lehren und Ratschläge mir unvergessen sein werden. Wir ehren, erwiderten die Kaufleute, diesen trefflichen Mann von ganzem Herzen. Aber dennoch können wir nur insofern eurer Meinung Beifall geben, dass er ein weiser Mann sei, wenn ihr von jener Weisheit sprecht, die einen gottwohlgefälligen Lebenswandel angeht. Haltet ihr ihn für ebenso weltklug, als er in den Sachen des Heils geübt und unterrichtet ist, so erlaubt uns, dass wir euch nicht beistimmen. Doch glauben wir, dass dadurch der heilige Mann nichts von seinem verdienten Lobe verliert, da er viel zu vertieft in die Kunde der überirdischen Welt ist, als dass er nach Einsicht und Ansehen in irdischen Dingen streben sollte. Aber sagte Heinrich, sollte nicht jene höhere Kunde ebenfalls geschickt machen, recht unparteiisch den Zügel menschlicher Angelegenheiten zu führen, sollte nicht jene kindliche unbefangene Einfalt sicherer den richtigen Weg durch das Labyrinth der hiesigen Begebenheiten treffen, als die durch Rücksicht auf eigenen Vorteil irregeleitete und gehemmte, von der unerschöpflichen Zahl neuer Zufälle und Verwicklungen geblendete Klugheit? Ich weiß nicht, aber mich düngt ich sehr zwei Wege, um zur Wissenschaft der menschlichen Geschichte zu gelangen. Der eine, mühsam und unabselig, mit unzähligen Krümmungen, der Weg der Erfahrung, der Andere fast ein Sprung nur, der Weg der inneren Betrachtung. Der Wanderer des Ersten muss eins aus dem Anderen in einer langwierigen Rechnung finden, wenn der Andere die Natur jeder Begebenheit und jeder Sache gleich unmittelbar anschaut und sie in ihrem lebendigen mannigfaltigen Zusammenhange betrachten und leicht mit allen übrigen wie Figuren auf einer Tafel vergleichen kann. Ihr müsst verzeihen, wenn ich wie aus kindischen Träumen vor euch rede. Nur das Zutrauen zu eurer Güte und das Andenken meines Lehrers, der den zweiten Weg mir als seinen eigenen von Weitem gezeigt hat, machte mich so dreist. »Wir gestehen euch gern«, sagten die gutmütigen Kaufleute, dass wir eurem Gedankengange nicht zu folgen vermögen. Doch freut es uns, dass ihr so warm euch des trefflichen Lehrers erinnert und seinen Unterricht wohl gefasst zu haben scheint. Es dünkt uns, ihr habt Anlage zum Dichter, ihr sprecht so geläufig von den Erscheinungen eures Gemüts und es fehlt euch nicht an gewählten Ausdrücken und passenden Vergleichungen. Auch neigt ihr euch zum Wunderbaren als dem Elemente der Dichter. Ich weiß nicht, sagte Heinrich, wie es kommt. Schon oft habe ich von Dichtern und Sängern sprechen gehört und habe noch nie einen gesehen. Ja, ich kann mir nicht einmal einen Begriff von ihrer sonderbaren Kunst machen und doch habe ich eine große Sehnsucht davon zu hören. Es ist mir, als würde ich manches besser verstehen, was jetzt nur dunkle Ahndung in mir ist. Von Gedichten ist oft erzählt worden, aber nie habe ich eins zu sehen bekommen und mein Lehrer hat nie Gelegenheit gehabt, Kenntnisse von dieser Kunst einzuziehen. Alles, was er mir davon gesagt, habe ich helfen können. Doch meinte er immer, es sei eine edle Kunst, der ich mich ganz ergeben würde, wenn ich sie einmal kennenlernte. In alten Zeiten sei sie weit gemeiner gewesen und habe jedermann einige Wissenschaft davon gehabt, jedoch einer von dem anderen. Sie sei noch mit anderen verloren gegangenen herrlichen Künsten verschwistert gewesen. Die Sänger hätte göttliche Gunst hoch geehrt, so dass sie begeistert durch unsichtbaren Umgang himmlische Weisheit auf Erden in lieblichen Tönen verkünden können. Die Kaufleute sagten darauf, wir haben uns freilich nie um die Geheimnisse der Dichter bekümmert, wenn wir gleich mit Vergnügen ihrem Gesange zugehört. Es mag wohl wahr sein, dass eine besondere Gestirnung dazu gehört, wenn ein Dichter zur Welt kommen soll. Denn es ist gewiss eine recht wunderbare Sache mit dieser Kunst. Auch sind die anderen Künste gar sehr davon unterschieden und lassen sich weit eher begreifen. Bei den Malern und Tonkünstlern kann man leicht einsehen, wie es zugeht, und mit Fleiß und Geduld lässt sich beides lernen. Die Töne liegen schon in den Seiten und es gehört nur eine Fertigkeit dazu, diese zu bewegen, um jene in einer reizenden Folge aufzuwecken. Bei den Bildern ist die Natur die herrlichste Lehrmeisterin. Sie erzeugt unzählige schöne und wunderliche Figuren, gibt die Farben das Licht und den Schatten und so kann eine geübte Hand, ein richtiges Auge und die Kenntnis von der Bereitung und Vermischung der Farben die Natur auf das Allervollkommenste nachahmen. Wie natürlich ist daher auch die Wirkung dieser Künste, das Wohlgefallen an ihren Werken zu begreifen. Der Gesang der Nachtigall, das Sausen des Windes und die herrlichen Lichter, Farben und Gestalten gefallen uns, weil sie unsere Sinne angenehm beschäftigen und und da unsere Sinne dazu von der Natur, die auch jenes hervorbringt, so eingerichtet sind, so muss uns auch die künstliche Nachahmung der Natur gefallen. Die Natur will selbst auch einen Genuss von ihrer großen Künstlichkeit haben und darum hat sie sich in Menschen verwandelt, wo sie nun selber sich über ihre Herrlichkeit freut, das angenehme und Liebliche von den Dingen absondert und es auf solche Art allein hervorbringt, dass sie es auf mannigfaltigere Weise und zu allen Zeiten und allen Orten haben und genießen kann. Dagegen ist von der Dichtkunst sonst nirgends äußerlich etwas anzutreffen, auch schafft sie nichts mit Werkzeugen und Händen, das Auge und das Ohr vernehme nichts davon, denn das bloße Hören der Worte ist nicht die eigentliche Wirkung dieser geheimen Kunst. Es ist alles innerlich und wie jene Künstler die äußeren Sinne mit angenehmen Empfindungen erfüllen, so erfüllt der Dichter das inwendige Heiligtum des Gemüts mit neuen, wunderbaren und gefälligen Gedanken. Er weiß jene geheimen Kräfte in uns nach Belieben zu erregen und gibt uns durch Worte eine unbekannte herrliche Welt zu vernehmen. Wie aus tiefen Höhlen steigen alte und künftige Zeiten, unzählige Menschen, wunderbare Gegenden und die seltsamsten Begebenheiten in uns herauf und entreißen uns der bekannten Gegenwart. Man hört fremde Worte und weiß doch, was sie bedeuten sollen. Eine magische Gewalt üben die Sprüche des Dichters aus, auch die gewöhnlichen Worte kommen in reizenden Klängen vor und berauschen die festgebannten Zuhörer. Ihr verwandelt meine Neugierde in heiße Ungeduld, sagte Heinrich. Ich bitte euch, erzählt mir von allen Sängern, die ihr gehört habt. Ich kann nicht genug von diesen besonderen Menschen hören. Mir ist auf einmal, als hätte ich irgendwo schon davon in meiner tiefsten Jugend reden hören. Doch kann ich mich schlechterdings nichts mehr davon entsinnen. Aber mir ist das, was ihr sagt, so klar, so bekannt, und ihr macht mir ein außerordentliches Vergnügen mit euren schönen Beschreibungen. Wir erinnern uns selbst gern, fuhren die Kaufleute fort, mancher frohen Stunden, die wir in Welschland, Frankreich und Schwaben in der Gesellschaft von Sängern zugebracht haben, und freuen uns, dass ihr so lebhaften Anteil wenn man so in Gebirgen reist, spricht es sich mit doppelter Annehmlichkeit und die Zeit vergeht spielend. Vielleicht ergötzt es euch, einige artige Geschichten von Dichtern zu hören, die wir auf unseren Reisen erfuhren. Von den Gesängen selbst, die wir gehört haben, können wir wenig sagen, da die Freude und der Rausch des Augenblicks das Gedächtnis hindert, viel zu behalten und die unaufhörlichen Handelsgeschäfte manches Andenken auch wieder verwischt haben. In alten Zeiten muss die Natur lebendiger und sinnvoller gewesen sein als heutzutage. Wirkungen, die jetzt kaum noch die Tiere zu bemerken scheinen und die Menschen eigentlich allein noch empfinden und genießen, bewegten damals leblose Körper. Und so war es möglich, dass kunstreiche Menschen allein Dinge möglich und Erscheinungen hervorbrachten, die uns jetzt völlig unglaublich und fabelhaft dünken. So sollen vor uralten Zeiten in den Ländern des jetzigen griechischen Kaisertums, wie uns Reisende berichtet, die diese Sagen noch dort unter dem gemeinen Volke angetroffen haben, Dichter gewesen sein, die durch den seltsamen Klang wunderbarer Werkzeuge, das geheime Leben der Wälder, die in den Stämmen verborgenen Geister aufgeweckt, in Wüsten, verödeten Gegenden den toten Pflanzensamen erregt und blühende Gärten hervorgerufen, grausame Tiere gezähmt und verwilderte Menschen zu Ordnung und Sitte gewöhnt, sanfte Neigungen und Künste des Friedens in ihm rege gemacht, reißende Flüsse in milde Gewässer verwandelt und selbst die totesten Steine in regelmäßige tanzende Bewegungen hingerissen haben. Sie sollen zugleich Wahrsager und Priester, Gesetzgeber und Ärzte gewesen sein, in dem selbst die höheren Wesen durch ihre zauberische Kunst herabgezogen worden sind und sie in den Geheimnissen der Zukunft unterrichtet, dass ebenmaß und die natürliche Einrichtung aller Dinge, auch die inneren Tugenden und Heilkräfte der Zahlen, Gewächse und aller Kreaturen ihnen offenbart. Seitdem sollen, wie die Sage lautet, erst die mannigfaltigen Töne und die sonderbaren Sympathien und Ordnungen in die Natur gekommen sein, in dem vorher alles wild, unordentlich und feindselig gewesen ist. Seltsam ist nur hierbei, dass zwar diese schönen Spuren zum Andenken in der Gegenwart jener wohltätigen Menschen geblieben sind, aber entweder ihre Kunst oder jene zarte Gefühligkeit der Natur verloren gegangen ist. In diesen Zeiten hat es sich unter andern einmal zugetragen, dass einer, jener sonderbaren Dichter oder mehr Tonkünstler, wie wohl die Musik und die Poesie wohl ziemlich eins sein mögen und vielleicht ebenso zusammengehören wie Mund und Ohr, da der Erste nur ein bewegliches und antwortendes Ohr ist, dass also dieser Tonkünstler übers Meer in ein fremdes Land reisen wollte. Er war reich an schönen Kleinodien und köstlichen Dingen, die ihm aus Dankbarkeit verehrt worden waren. Er fand ein Schiff am Ufer und die Leute darin schienen bereitwillig, ihn für den verheißenen Lohn nach der verlangten Gegend zu fahren. Der Glanz und die Zierlichkeit seiner Schätze reizten aber bald ihre Habsucht so sehr, dass sie untereinander verabredeten, sich seiner zu bemächtigen, ihn ins Meer zu werfen und nachher seine Habe untereinander zu verteilen. Wie sie also mitten im Meere waren, fielen sie über ihn her und sagten ihm, dass er sterben müsse, weil sie beschlossen hätten, ihn ins Meer zu werfen. Er bat sie auf die rührendste Weise um sein Leben, bot ihnen seine Schätze zum Lösegeld an und prophezeite ihnen großes Unglück, wenn sie ihren Vorsatz ausführen würden. Aber weder das eine noch das andere konnte sie bewegen, denn sie fürchteten sich, dass er ihre bösliche Tat einmal verraten möchte. Da er sie nun einmal so fest entschlossen sah, bat er sie, ihm wenigstens zu erlauben, dass er noch vor seinem Ende seinen Schwanengesang spielen dürfe, dann wolle er mit seinem schlichten hölzernen Instrumente vor ihren Augen freiwillig ins Meer springen. Sie wussten recht wohl, dass wenn sie seinen Zaubergesang hörten, ihre Herzen erweicht und sie von Reue ergriffen werden würden. Daher nahmen sie sich vor, ihm zwar diese letzte Bitte zu gewähren, während des Gesanges aber sich die Ohren fest zu verstopfen, dass sie nichts davon vernehmen und so bei ihrem Vorhaben bleiben könnten. Dies geschah, der Sänger stimmte einen herrlichen, unendlich rührenden Gesang an. Das ganze Schiff tönte mit, die Wellen klangen, die Sonne und die Gestirne erschienen zugleich am Himmel und aus den grünen Fluten tauchten tanzende Scharen von Fischen und Meer Ungeheuern hervor. Die Schiffer standen feindselig allein mit fest verstopften Ohren und warteten voll Ungeduld auf das Ende des Liedes. Bald war es vorüber. Da sprang der Sänger mit heiterer Stirn in den dunklen Abgrund hin, sein wundertätiges Werkzeug im Arm. Er hatte kaum die glänzenden Wogen berührt, so hob sich der breite Rücken eines dankbaren Untiers unter ihm hervor und es schwamm schnell mit dem erstaunten Sänger davon. Nach kurzer Zeit hatte es mit ihm die Küste erreicht, nach der er hingewollt hatte und setzte ihn sanft im Schilfe nieder. Der Dichter sang seinem Retter ein frohes Lied und ging dankbar von Dannen. Nach einiger Zeit ging er einmal am Ufer des Meeres allein und klagte in süßen Tönen über seine verlorenen Kleinode, die ihm als Erinnerungen glücklicher Stunden und als Zeichen der Liebe und Dankbarkeit so wert gewesen waren. Indem er so sang, kam plötzlich sein alter Freund im Meere fröhlich dahergerauscht und ließ aus seinem Rachen die geraubten Schätze auf den Sand fallen. Die Schiffe hatten, nach des Sängers Sprunge, sich sogleich in seine Hinterlassenschaft zu teilen angefangen. Bei dieser Teilung war Streit unter ihnen entstanden und hatte sich in einen mörderischen Kampf geendigt, der den Schiff nicht regieren können und es war bald auf den Strand geraten, wo es scheiterte und unterging. Sie brachten mit genauer Not das Leben davon und kamen mit leeren Händen und zerrissenen Kleidern ans Land und so kehrten durch die Hilfe des dankbaren Meertieres, das die Schätze im Meere aufsuchte, dieselben in die Hände ihres alten Besitzers zurück. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Heinrich von Offterdingen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Heinrich von Offterdingen von Novalis Abschnitt 4 Die Erwartung Drittes Kapitel Eine andere Geschichte fuhren die Kaufleute nach einer Pause fort, die freilich nicht so wunderbar und auch aus späteren Zeiten ist, wird euch vielleicht doch gefallen und euch mit den Wirkungen jener wunderbaren Kunst noch bekannter machen. Ein alter König hielt einen glänzenden Hof. Weit und breit strömten Menschen herzu, um Teil an der Herrlichkeit seines Lebens zu haben, und es gebrach weder den täglichen Festen an Überfluss köstlicher Waren des Gaumens, noch an Musik, prächtigen Verzierungen und Trachten und tausend abwechselnden Schauspielen und Zeit vertreiben, noch endlich an sinnreiche Anordnung, an klugen, gefälligen und unterrichteten Männern zur Unterhaltung und Beseelung der Gespräche und an schöner, anmutiger Jugend von beiden Geschlechtern, die die eigentliche Seele reizender Feste ausmachen. Der alte König, der sonst ein strenger und ernster Mann war, hatte zwei Neigungen, die der wahre Anlass dieser prächtigen Hofhaltung waren und denen sie ihre schöne Einrichtung zu danken hatte. Eine war die Zärtlichkeit für seine Tochter, die ihm als Andenken seiner früh verstorbenen Gemahlin und als ein unaussprechlich liebenswürdiges Mädchen unendlich teuer war und für die er gern alle Schätze der Natur und alle Macht des menschlichen Geistes aufgeboten hätte, um ihr einen Himmel auf Erden zu verschaffen. Die andere war eine wahre Leidenschaft für die Dichtkunst und ihre Meister. Er hatte von Jugend auf die Werke der Dichter mit innigem Vergnügen gelesen, an ihre Sammlung aus allen Sprachen großen Fleiß und große Summen gewendet und von jeher den Umgang der Sänger über alles geschätzt. Von allen Enden zog er sie an seinen Hof und überhäufte sie mit Ehren. Er ward nicht müde, ihren Gesängen zuzuhören und vergaß oft die wichtigsten Angelegenheiten, ja die Bedürfnisse des Lebens über einem neuen hinreißenden Gesange. Seine Tochter war unter Gesängen aufgewachsen und ihre ganze Seele war ein zartes Lied geworden, ein einfacher Ausdruck der Wehmut und Sehnsucht. Der wohltätige Einfluss der beschützten und geehrten Dichter zeigte sich im ganzen Lande, besonders aber am Hofe. Man genoss das Leben mit langsamen, kleinen Zügen wie einen köstlichen Trank und mit desto reinerem Wohlbehagen, da alle widrige, gehässige Leidenschaften wie Misstöne von der sanften, harmonischen Stimmung verscheucht wurden, die in allen Gemütern herrschend war. Frieden der Seele und inneres seliges Anschauen einer selbst geschaffenen, glücklichen Welt war das Eigentum dieser wunderbaren Zeit geworden und die Zwietracht erschien nur in den alten Sagen der Dichter als eine ehemalige Feindin der Menschen. Es schien, als hätten die Geister des Gesanges ihrem Beschützer kein lieblicheres Zeichen der Dankbarkeit geben können, als seine Tochter, die alles besaß, was die süßeste Einbildungskraft nur in der zarten Gestalt eines Mädchens vereinigen konnte. Wenn man sie an den schönen Festen, unter einer Schar reizender Gespielen, im weißen glänzenden Gewande erblickte, wie sie den Wettgesängen der begeisterten Sänger mit tiefem Lauschen zuhörte und errötend einen duftenden Kranz auf die Locken des Glücklichen drückte, dessen Lied den Preis gewonnen hatte, so hielt man sie für die sichtbare Seele jener herrlichen Kunst, die jene Zaubersprüche beschworen hätten, und hörte auf, sich über die Entzückungen und Melodien der Dichter zu wundern. Mitten in diesem irdischen Paradiese schien jedoch ein geheimnisvolles Schicksal zu schweben. Die einzige Sorge der Bewohner dieser Gegenden betraf die Vermählung der aufblühenden Prinzessin, von der die Fortdauer dieser seligen Zeiten und das Verhängnis des ganzen Landes abhing. Der König ward immer älter, ihm selbst schien diese Sorge lebhaft am Herzen zu liegen, und doch zeigte sich keine Aussicht zu einer Vermählung für sie, die allen Wünschen angemessen gewesen wäre. Die heilige Ehrfurcht für das königliche Haus erlaubte keinem Untertan, an die Möglichkeit zu denken, die Prinzessin zu besitzen. Man betrachtete sie wie ein überirdisches Wesen, und alle Prinzen aus anderen Ländern, die sich mit Ansprüchen auf sie am Hofe gezeigt hatten, schienen so tief unter ihr zu sein, dass kein Mensch auf den Einfall kam, die Prinzessin oder der König werde die Augen auf einen unter ihnen richten. Das Gefühl des Abstandes hatte sie auch allmählich alle verscheucht, und das ausgesprengte Gerücht des ausschweifenden Stolzes dieser königlichen Familie schien anderen alle Lust zu benehmen, sich ebenfalls gedemütigt zu sehen. Ganz unbegründet war dieses Gerücht nicht. Der König war bei aller Milde, beinahe unwillkürlich in ein Gefühl der Erhabenheit geraten, was ihm jeden Gedanken an die Verbindung seiner Tochter mit einem Manne von niedrigerem Stande und dunklerer Herkunft unmöglich oder unerträglich machte. Ihr hoher, einziger Wert hatte jenes Gefühl in ihm immer mehr bestätigt. Er war aus einer uralten morgenländischen Königsfamilie entsprossen. Seine Gemahlin war der letzte Zweig der Nachkommenschaft des berühmten Helden Rustan gewesen. Seine Dichter hatten ihm unaufhörlich von seiner Verwandtschaft mit den ehemaligen übermenschlichen Beherrschern der Welt vorgesungen und in dem Zauberspiegel ihrer Kunst war ihm der Abstand seiner Herkunft von dem Ursprung der anderen Menschen die Herrlichkeit seines Stammes noch heller erschienen, sodass es ihn dünkte, nur durch die edlere Klasse der Dichter mit dem übrigen Menschen Geschlechte zusammenzuhängen. Vergebens sah er sich mit voller Sehnsucht nach einem zweiten Rustan um, in dem er fühlte, dass das Herz seiner aufblühenden Tochter, der Zustand seines Reichs und sein zunehmendes Alter ihre Vermählung in aller Absicht sehr wünschenswert machten. Nicht weit von der Hauptstadt lebte auf einem abgelegenen Landgute ein alter Mann, der sich ausschließlich mit der Erziehung seines einzigen Sohnes beschäftigte und nebenher den Landleuten in wichtigen Krankheiten Rat erteilte. Der junge Mensch war ernst und ergab sich einzig der Wissenschaft der Natur, in welcher ihn sein Vater von Kindheit auf unterrichtete. Aus fernen Gegenden war der Alte vor mehreren Jahren in dies friedliche und blühende Land gezogen und begnügte sich, den wohltätigen Frieden, den der König um sich verbreitete, in der Stille zu genießen. Er benutzte sie, die Kräfte der Natur zu erforschen und diese hinreißenden Kenntnisse seinem Sohne mitzuteilen, der viel Sinn dafür verriet und dessen tiefen Gemüt die Natur bereitwillig ihre Geheimnisse anvertraute. Die Gestalt des jungen Menschen schien gewöhnlich und unbedeutend, wenn man nicht einen höheren Sinn für die geheimere Bildung seines edlen Gesichts und die ungewöhnliche Klarheit seiner Augen mitbrachte. Je länger man ihn ansah, desto anziehender ward er, und man konnte sich kaum wieder von ihm trennen, wenn man seine sanfte, eindringende Stimme und seine anmutige Gabe zu sprechen hörte. Eines Tages hatte die Prinzessin, deren Lustgärten an den Wald stießen, der das Landgut des Alten in einem kleinen Tale verbarg, sich allein zu Pferde in den Wald begeben, um desto ungestörter ihren Fantasien nachhängen und einige schöne Gesänge sich wiederholen zu können. Die Frische des hohen Waldes lockte sie immer tiefer in seine Schatten, und so kam sie endlich an das Landgut, wo der Alte mit seinem Sohne lebte. Es kam ihr die Lust an Milch zu trinken. Sie stieg ab, band ihr Pferd an einen Baum und trat in das Haus, um sich einen Trunk Milch auszubitten. Der Sohn war gegenwärtig und erschrak beinahe über diese zauberhafte Erscheinung eines majestätischen weiblichen Wesens, das mit allen Reizen der Jugend und Schönheit geschmückt und von einer unbeschreiblich anziehenden Durchsichtigkeit der zartesten, unschuldigsten und edelsten Seele beinahe vergöttlicht wurde. Während er eilte, ihre wie Geister gesangtönende Bitte zu erfüllen, trat ihr der Alte mit bescheidener Ehrfurcht entgegen und lud sie ein, an dem einfachen Herde, der mitten im Hause stand und auf welchem eine leichte blaue Flamme ohne Geräusch emporspielte, Platz zu nehmen. Es fiel ihr, gleich beim Eintritt, der mit tausend seltenen Sachen gezirrte Hausraum, die Ordnung und Reinlichkeit des Ganzen und eine seltsame Heiligkeit des Ortes auf, deren Eindruck noch durch den schlicht gekleideten ehrwürdigen Greis und den bescheidenen Anstand des Sohnes erhöht wurde. Der Alte hielt sie gleich für eine zum Hof gehörige Person, wozu ihre kostbare Tracht und ihr edles Betragen ihm Anlaß genug gab. Während der Abwesenheit des Sohnes befragte sie ihn um einige Merkwürdigkeiten, die ihr vorzüglich in die Augen fielen, worunter besonders einige alte, sonderbare Bilder waren, die neben ihrem Sitze auf dem Herde standen, und und war bereitwillig sie auf eine anmutige Art damit bekannt zu machen. Der Sohn kam bald mit einem Kruge voll frischer Milch zurück und reichte ihr denselben mit ungekünsteltem und ehrfurchtsvollem Wesen. Nach einigen anziehenden Gesprächen mit beiden dankte sie auf die lieblichste Weise für die freundliche Bewirtung, bat errötend den Alten um die Erlaubnis wiederzukommen und seine lehrreichen Gespräche über die vielen wunderbaren Sachen genießen zu dürfen und ritt zurück, ohne ihren Stand verraten zu haben, da sie merkte, dass Vater und Sohn sie nicht kannten. Unerachtet die Hauptstadt so nahe lag, hatten beide in ihre Forschungen vertieft das Gewühl der Menschen zu vermeiden gesucht und es war dem Jüngling nie eine Lust angekommen, den Festen des Hofes beizuwohnen, besonders da er seinen Vater höchstens auf eine Stunde zu verlassen pflegte, um zuweilen im Walde nach Schmetterlingen, Käfern und Pflanzen umherzugehen und die Eingebungen des stillen Naturgeistes durch den Einfluss seiner mannigfaltigen äußeren Lieblichkeiten zu vernehmen. Dem Dem Alten, der Prinzessin und dem Jüngling war die einfache Begebenheit des Tages gleich wichtig. Der Alte hatte leicht den neuen tiefen Eindruck bemerkt, den die Unbekannte auf seinen Sohn machte. Er kannte diesen genug, um zu wissen, dass jeder tiefe Eindruck bei ihm ein lebenslänglicher sein würde. Seine Jugend und die Natur seines Herzens mussten die erste Empfindung dieser Art zur unüberwindlichen Neigung machen. Der Alte hatte lange eine solche Begebenheit herannahen sehen. Die hohe Liebenswürdigkeit der Erscheinung flößte ihm unwillkürlich eine innige Teilnahme ein, und sein zuversichtliches Gemüt entfernte alle Besorgnisse über die Entwicklung dieses sonderbaren Zufalls. Die Prinzessin hatte sich nie in einem ähnlichen Zustande befunden, wie der war, in welchem sie langsam nach Hause ritt. Es konnte vor der einzigen helldunklen, wunderbar beweglichen Empfindung einer neuen Welt kein eigentlicher Gedanke in ihr entstehen. Ein magischer Schleier dehnte sich in weiten Falten um ihr klares Bewusstsein. Es war ihr, als würde sie sich, wenn er aufgeschlagen würde, in einer überirdischen Welt befinden. Die Erinnerung an die Dichtkunst, die bisher ihre ganze Seele beschäftigt hatte, war zu einem fernen Gesange geworden, der ihren seltsam lieblichen Traum mit den ehemaligen Zeiten verbannt. Wie sie zurück in den Palast kam, erschrak sie beinahe über seine Pracht und sein buntes Leben, noch mehr aber bei der Bewillkommnung ihres Vaters, dessen Gesicht zum ersten Male in ihrem Leben eine scheue Ehrfurcht in ihr erregte. Es schien ihr eine unabänderliche Notwendigkeit, nichts von ihrem Abenteuer zu erwähnen. Man war ihre schwärmerische Ernsthaftigkeit, ihren in Fantasien und tiefes Sinnen verlorenen Blick schon zugewohnt, um etwas Außerordentliches darin zu bemerken. Es war ihr jetzt nicht mehr so lieblich zumute. Sie schien sich unter lauter Fremden und eine sonderbare Bänglichkeit begleitete sie bis an den Abend, wo das frohe Lied eines Dichters, der die Hoffnung pries und von den Wundern des Glaubens an die Erfüllung unserer Wünsche mit hinreißender Begeisterung sang, sie mit süßem Trost erfüllte und in die angenehmsten Träume wiegte. Der Jüngling hatte sich gleich nach den Wald verloren. An der Seite des Weges war er in Gebüschen bis an die Pforten des Gartens ihr gefolgt und dann auf dem Wege zurück gegangen. Wie er so ging, sah er vor seinen Füßen einen hellen Glanz. Er bückte sich danach und hob einen dunkelroten Stein auf, der auf einer Seite außerordentlich funkelte und auf der anderen eingegrabene unverständliche Schiffern zeigte. Er erkannte ihn für einen kostbaren Karfunkel und glaubte ihn in der Mitte des Halsbandes an der Unbekannten bemerkt zu haben. Er eilte mit beflügelten Schritten nach Hause, als wäre sie noch dort und brachte den Stein seinem Vater. Sie wurden einig, dass der Sohn den anderen Morgen auf den Weg zurückgehen und warten sollte, ob der Stein gesucht würde, wo er ihn dann zurückgeben könnte. Sonst wollten sie ihn bis zu einem zweiten Besuche der Unbekannten aufheben, um ihr selbst ihn zu überreichen. Der Jüngling betrachtete fast die ganze Nacht den Karfunkel und fühlte gegen Morgen ein unwiderstehliches Verlangen, einige Worte auf den Zettel zu schreiben, in welchen er den Stein einwickelte. Er wusste selbst nicht genau, was er sich bei den Worten dachte, die er hinschrieb. Es ist dem Stein ein rätselhaftes Zeichen, tief eingegraben in sein glühend Blut. Er ist mit einem Herzen zu vergleichen, in dem das Bild der Unbekannten ruht. Man sieht um jenen tausend Funken streichen, um dieses woget eine lichte Flut, in jenem liegt des Glanzes Licht begraben, wird dieses auch das Herz des Herzens haben? Kaum dass der Morgen anbrach, so begab er sich schon auf den Weg und eilte der Pforte des Gartens zu. Unterdessen hatte die Prinzessin abends beim Auskleiden den teuren Stein in ihrem Halsbande vermisst, der ein Andenken ihrer Mutter und noch dazu ein Talisman war, dessen Besitz ihr die Freiheit ihrer Person sicherte, indem sie damit nie in fremde Gewalt ohne ihren Willen geraten konnte. Dieser Verlust befremdete sie mehr, als dass er sie erschreckt hätte. Sie erinnerte sich, ihn gestern bei dem Spazierritt noch gehabt zu haben und glaubte fest, dass er entweder im Hause des Alten oder auf dem Rückwege im Walde verloren gegangen sein müsse. Der Weg war war noch in frischem Andenken und so beschloss sie gleich früh den Stein aufzusuchen und ward bei diesem Gedanken so heiter, dass es fast das Ansehen gewann, als sei sie gar nicht unzufrieden mit dem Verluste, weil er Anlaß gäbe, jenen Weg sogleich noch einmal zu machen. Mit dem Tage ging sie durch den Garten nach dem Walde und weil sie eilfertiger ging als gewöhnlich, so fand sie es ganz natürlich, dass ihr das Herz lebhaft schlug und ihr die Brust beklomm. Die Sonne fing eben an, die Wipfel der alten Bäume zu vergolden, die sich mit sanftem Flüstern bewegten, als wollten sie sich gegenseitig aus nächtlichen Gesichtern erwecken, um die Sonne gemeinschaftlich zu begrüßen, als die Prinzessin durch ein fernes Geräusch veranlasst, den Weg hinunter und den Jüngling auf sich zueilen sah, der in dem selben Augenblick ebenfalls sie bemerkte. Wie angefesselt blieb er eine Weile stehen und blickte unverwandt sie an, gleichsam um sich zu überzeugen, dass ihre Erscheinung wirklich und keine Täuschung sei. Sie mit einem zurückhaltenden Ausdruck von Freude, als hätten sie sich schon lange gekannt und geliebt. Noch ehe die Prinzessin die Ursache ihres frühen Spaziergangs ihm entdecken konnte, überreichte er ihr mit Erröten und Herzklopfen den Stein in dem beschriebenen Zettel. Es war, als ahndete die Prinzessin den Inhalt der Zeilen. Sie nahm ihn stillschweigend mit zitternder Hand und glücklichen Fund beinahe unwillkürlich eine goldene Kette um, die sie um den Hals trug. Beschämt kniete er vor ihr und konnte, da sie sich nach seinem Vater erkundigte, einige Zeit keine Worte finden. Sie sagte ihm halbleise und mit niedergeschlagenen Augen, dass sie bald wieder zu ihnen kommen und die Zusage des Vaters, sie mit seinen Seltenheiten bekannt zu machen, mit vieler Freude benutzen würde. Sie dankte dem Jünglinge noch einmal mit ungewöhnlicher Innigkeit und ging hierauf langsam, ohne sich umzusehen zurück. Der Jüngling konnte kein Wort vorbringen. Er neigte sich ehrfurchtsvoll und sah ihr lange nach, bis sie hinter den Bäumen verschwand. Nach dieser Zeit vergingen wenige Tage bis zu ihrem zweiten Besuche, dem bald mehrere folgten. Der Jüngling ward unvermerkt ihr Begleiter bei diesen Spaziergängen. Er holte sie zu bestimmten Stunden am Garten ab und brachte sie dahin zurück. Sie beobachtete ein unverbrüchliches Stillschweigen über ihren Stand, so zutraulich sie auch sonst gegen ihren Begleiter wurde, dem bald kein Gedanke in ihrer himmlischen Seele verborgen blieb. Es war, als flößte ihr die Erhabenheit ihrer Herkunft eine geheime Furcht ein. Der Jüngling gab ihr ebenfalls seine ganze Seele. Vater und Sohn hielten sie für ein vornehmes Mädchen vom Hofe. Sie hing an dem Alten mit der Zärtlichkeit einer Tochter. Ihre Liebkosungen gegen ihn waren die entzückenden Vorboten ihrer Zärtlichkeit gegen den Jüngling. Sie ward bald einheimisch in dem wunderbaren Hause, und wenn sie dem Alten und dem Sohne, der zu ihren Füßen saß, auf ihrer laute reizende Lieder mit einer überirdischen Stimme vorsang und letzteren in dieser lieblichen Kunst unterrichtete, so erfuhr sie dagegen von seinen begeisterten Lippen die Enträtselung der überall verbreiteten Naturgeheimnisse. Er lehrte ihr, wie durch wundervolle Sympathie die Welt entstanden sei und die Gestirne sich zu melodischen Reigen vereinigt hätten. Die Geschichte der Vorwelt ging durch seine heiligen Erzählungen in ihrem Gemüt auf, und wie entzückt war sie, wenn ihr Schüler in der Fülle seiner Eingebungen die Laute ergriff und mit unglaublicher Gelehrigkeit in die wundervollsten Gesänge ausbrach. Eines Tages, wo ein besonders kühner Schwung sich seiner Seele in ihrer Gesellschaft bemächtigt hatte, und die mächtige Liebe auf dem Rückwege ihre jungfräuliche Zurückhaltung mehr als gewöhnlich überwand, so dass sie beide, ohne selbst zu wissen wie, einander in die Arme sanken, und der erste glühende Kuss sie auf ewig zusammen schmelzte, fing mit einbrechender Dämmerung, ein gewaltiger Sturm in den Gipfeln der Bäume plötzlich zu toben an. Drohende Wetterwolken zogen mit tiefem nächtlichen Dunkel über sie her. Er eilte, sie in Sicherheit vor dem fürchterlichen Ungewitter und den brechenden Bäumen zu bringen, aber er verfehlte in der Nacht und voll Angst wegen seiner Geliebten den Weg und geriet immer tiefer in den Wald lachte an das Schrecken des Königs und des Hofes. Eine unennbare Ängstlichkeit fuhr zu weilen, wie ein zerstörender Strahl durch ihre Seele und nur die Stimme ihres Geliebten, der ihr unaufhörlich Trost zusprach, gab ihr Mut und Zutrauen zurück und erleichterte ihre beklommene Brust. Der Sturm wütete fort, alle Bemühungen, den Weg zu finden, waren vergeblich, und sie priesen sich beide glücklich, bei der Erleuchtung eines Blitzes, eine nahe Höhle an dem steilen Abhang eines waldigen Hügels zu entdecken, wo sie eine sichere Zuflucht gegen die Gefahren des Ungewitters zu finden hofften und eine Ruhestätte für ihre erschöpften Kräfte. Das Glück begünstigte ihre Wünsche. Die Höhle war trocken und mit reinlichem Mose bewachsen. Der Jüngling zündete schnell ein Feuer von Reisern und an, woran sie sich trocknen konnten, und die beiden Liebenden sahen sich nun auf eine wunderbare Weise von der Welt entfernt, aus einem gefahrvollen Zustande gerettet und auf einem bequemen, warmen Lager allein nebeneinander. Ein wilder Mandelstrauch hing mit Früchten beladen in die Höhle hinein, und ein nahes Rieseln ließ sie frisches Wasser zur Stillung ihres Durstes finden. Die Laute hatte der Jüngling mitgenommen, und sie gewährte ihnen jetzt eine aufheiternde und beruhigende Unterhaltung bei dem knisternden Feuer. Eine höhere Macht schien den Knoten schneller lösen zu wollen und brachte sie unter sonderbaren Umständen in diese romantische Lage. Die Unschuld ihrer Herzen, die zauberhafte Stimmung ihrer Gemüter und die verbundene und widerstehliche Macht ihrer süßen Leidenschaft und ihrer Jugend ließ sie bald die Welt und ihre Verhältnisse vergessen und wiegte sie unter dem Brautgesange des Sturms und den Hochzeitsfackeln der Blitze in den süßesten Rausch ein, der je ein sterbliches Paar beseligt haben mag. Der Anbruch des lichten blauen Morgens war für sie das Erwachen in einer neuen seligen Welt. Ein Strom heißer Tränen, der jedoch bald aus den Augen der Prinzessin hervorbrach, verriet ihrem Geliebten die Erwachenden tausendfachen Bekümmernisse ihres Herzens. Er war in dieser Nacht um mehrere Jahre älter, aus einem Jünglinge zum Manne geworden. Mit überschwänglicher Begeisterung tröstete er seine Geliebte, erinnerte sie an die Heiligkeit der wahrhaften Liebe und an den hohen Glauben, den sie einflöße, und bat sie, die heiterste Zukunft von dem Schutzgeist ihres Herzens mit Zuversicht zu erwarten. Die Prinzessin fühlte die Wahrheit seines Trostes und entdeckte ihm, sie sei die Tochter des Königs und nur Bange wegen des Stolzes und der Bekümmernisse ihres Vaters. Nach langen, reiflichen Überlegungen wurden sie über die zu fassende Entschließung einig, und der Jüngling machte sich sofort auf den Weg, um seinen Vater aufzusuchen und diesen mit ihrem Plane bekannt zu machen. Er versprach in kurzen wieder bei ihr zu sein und verließ sie beruhigt und in süßen Vorstellungen der künftigen Entwicklung dieser Begebenheiten. Der Jüngling hatte bald seines Vaters Wohnung erreicht, und der Alte war sehr erfreut, ihn unverletzt ankommen zu sehen. Er erfuhr nun die Geschichte und den Plan der Liebenden und bezeigte sich nach einigem Nachdenken bereitwillig, ihn zu unterstützen. Sein Haus lag ziemlich versteckt und hatte einige unterirdische Zimmer, die nicht leicht aufzufinden waren. Hier sollte die Wohnung der Prinzessin sein. Sie ward also in der Dämmerung abgeholt und mit tiefer Rührung von dem Alten empfangen. Sie weinte nachher oft in der Einsamkeit, wenn sie ihres traurigen Vaters gedachte, doch verbarg sie ihren Kummer vor ihrem Geliebten und sagte es nur dem Alten, der sie freundlich tröstete und ihr die nahe Rückkehr zu ihrem Vater vorstellte. Unterdessen war man am Hofe in große Bestürzung geraten, als abends die Prinzessin vermisst wurde. Der König war ganz außer sich und schickte überall Leute aus, sie zu suchen. Kein Mensch wusste sich ihr verschwinden zu erklären. Keinem kam ein heimliches Liebesverständnis in die Gedanken und so ahndete man keine Entführung, da ohne dies kein Mensch weiter fehlte. Auch nicht zu der entferntesten Vermutung war Grund da. Die ausgeschickten Boten kamen unverrichteter Sache zurück und der König fiel in tiefe Traurigkeit. Nur wenn abends seine Sänger vor ihn kamen und schöne Lieder mit brachten, war es, als ließe sich die alte Freude wieder vor ihm blicken. Seine Tochter dünkte ihm nah und erschöpfte Hoffnung, sie bald wieder zu sehen. War er aber wieder allein, so zerriss es ihm von neuem das Herz und er weinte laut. Dann gedachte er bei sich selbst, was hilft mir nun all die Herrlichkeit und meine hohe Geburt? Nun bin ich doch elender als die anderen Menschen. Meine Tochter kann mir nichts als leere Worte und Blendwerk. Sie war der Zauber, der ihnen Leben und Freude, Macht und Gestalt gab. Wollt ich doch lieber, ich wär der geringste meiner Diener, dann hätte ich meine Tochter noch, auch wohl einen Eidam dazu und Enkel, die mir auf den Knien säßen, dann wäre ich ein anderer König als jetzt. Es ist nicht die Krone und das Reich, was einen König macht. Es ist jenes volle, überfließende Gefühl der Glückseligkeit, der Sättigung mit irdischen Gütern, jenes Gefühl der überschwänglichen Gnüge. So werde ich nun für meinen Übermut bestraft. Der Verlust meiner Gattin hat mich noch nicht genug erschüttert. Nun habe ich auch ein grenzenloses Elend. So klagte der König in den Stunden der heißesten Sehnsucht. Zuweilen brach aber auch seine alte Stränge und sein Stolz wieder hervor. Er zürnte über seine Klagen. Wie ein König wollte er dulden und schweigen. Er meinte dann, leide mehr als alle anderen und gehöre ein großer Schmerz zum Königtum. Aber wenn es dann dämmerte und er in das Zimmer seiner Tochter trat und sah ihre Kleider hängen und ihre kleineren Habseligkeiten stehen, als habe sie eben das Zimmer verlassen, so vergaß er seine Vorsätze, gebärdete sich wie ein trübseliger Mensch und rief seine geringsten Diener und mit Mitleid an. Die ganze Stadt und das ganze Land weinten und klagten von ganzem Herzen mit ihm. Sonderlich war es, dass eine Sage umherging, die Prinzessin lebe noch und werde bald mit einem Gemahl wiederkommen. Kein Mensch wusste, woher die Sage kam, aber alles hing sich mit frohem Glauben daran und sah mit ungeduldiger Erwartung ihrer baldigen Wiederkunft entgegen. So vergingen mehrere Monden, bis das Frühjahr wieder herankam. Was gilt's, sagten einige in wunderlichem Mute, nun kommt auch die Prinzessin wieder. Selbst der König ward heiterer und hoffnungsvoller. Die Sage dünkte ihm, wie die Verheißung einer gütigen Macht. Die ehemaligen Feste fingen wieder an, und es schien zum völligen aufblühender alten Herrlichkeit, nur noch die Prinzessin zu fehlen. Eines Abends, da es gerade jährig wurde, dass sie verschwand, war der ganze Hof im Garten versammelt. Die Luft war warm und heiter, ein leiser Wind tönte nur oben in den alten Wipfeln, wie die Ankündigung eines fernen, fröhlichen Zuges. Ein mächtiger Springquell stieg zwischen den vielen Fackeln mit zahllosen Lichtern hinauf in die Dunkelheit der tönenden Wipfel und begleitete mit melodischen Plätschern die mannigfaltigen Gesänge, die unter den Bäumen hervorklangen. Der König saß auf einem köstlichen Teppich und um ihn her war der Hof in festlichen Kleidern versammelt. Eine zahlreiche Menge erfüllte den Garten und umgab das prachtvolle Schauspiel. Der König saß eben in tiefen Gedanken. Das Bild seiner verlorenen Tochter stand mit ungewöhnlicher Klarheit vor ihm. Er gedachte der glücklichen Tage, die um diese Zeit im vergangenen Jahre ein plötzliches Ende nahmen. Eine heiße Sehnsucht übermannte ihn, und es flossen häufige Tränen von seinen ehrwürdigen Wangen, doch empfand er eine ungewöhnliche Heiterkeit. Es dünkte ihm, das traurige Jahr nur ein schwerer Traum zu sein, und er hob die Augen auf, gleichsam um ihre hohe, heilige, entzückende Gestalt unter den Menschen und den Bäumen aufzusuchen. Eben hatten die Dichter geendigt, und eine tiefe Stille schien das Zeichen der allgemeinen Rührung zu sein, denn die Dichter hatten die Freuden des Wiedersehens, den Frühling und die Zukunft besungen, wie sie die Hoffnung zu schmücken pflegt. Plötzlich wurde die Stille durch leise Laute einer unbekannten schönen Stimme unterbrochen, die von einer uralten Eiche herzukommen schienen. Alle Blicke richteten sich dahin, und man sah einen Jüngling in einfacher, aber fremder Tracht stehen, der eine Laute im Arm hielt, und ruhig in seinem Gesange fortfuhr, indem er jedoch, wie der König seinen Blick nach ihm wandte, eine tiefe Verbeugung machte. Die Stimme war außerordentlich schön, und der Gesang trug ein fremdes, wunderbares Gepräge. Er handelte von dem Ursprunge der Welt, von der Entstehung der Gestirne, der Pflanzen, Tiere und Menschen, von der allmächtigen Sympathie der Natur, von der uralten goldenen Zeit und ihren Beherrscherinnen, der Liebe und Poesie, von der Erscheinung des Hasses und der Barbarei und ihren Kämpfen mit jenen wohltätigen Göttinnen und endlich von dem zukünftigen Triumph der Letztern, dem Ende der Trübsale, der Verjüngung der Natur und der Wiederkehr eines ewigen goldenen Zeitalters. Die alten Dichter traten, selbst von Begeisterung hingerissen, während des Gesanges näher um den seltsamen Fremdling her. Ein nie gefühltes Entzücken ergriff die Zuschauer und der König selbst fühlte sich wie von einem Strom des Himmels weggetragen. Ein solcher Gesang war nie vernommen worden, und alle glaubten, ein himmlisches Wesen sei unter ihnen erschienen, besonders, da der Jüngling unterm Singen immer schöner, immer herrlicher und seine Stimme immer gewaltiger zu werden schien. Die Luft spielte mit seinen goldenen Locken, die Laute schien sich unter seinen Händen zu beseelen, und sein Blick schien trunken, in eine geheimere Welt hinüber zu schauen. Auch die Kinder Unschuld und Einfalt seines Gesichts schien allen übernatürlich. Nun war der herrliche Gesang geendigt. Die bejahten Dichter drückten den Jüngling mit Freudentränen an ihre Brust. Ein stilles, inniges Jauchzen ging durch die Versammlung. Der König kam gerührt auf ihn zu. Der Jüngling warf sich ihn bescheiden zu Füßen. Der König hob ihn auf, umarmte ihn herzlich und hieß ihn sich eine Gabe ausbitten. Da bat er mit glühenden Wangen den König noch ein Lied gnädig anzuhören und dann über seine Bitte zu entscheiden. Der König trat einige Schritte zurück und der Fremdling fing an. Der Sänger geht auf rauen Pfaden, zerreißt in Dornen sein Gewand. Er muss durch Fluss und Sümpfe baden und keins reicht hilfreich ihm die Hand. Einsam und fadlos fließt in Klagen jetzt über sein ermattet Herz. Er kann die Laute kaum noch tragen, ihn übermannt ein tiefer Schmerz. Ein traurig Los ward mir beschieden, ich irre ganz verlassen hier, ich brachte allen Lust und Frieden, doch keiner teilte sie mit mir. Es wird ein jeder seiner Habe und seines Lebens froh durch mich, doch weisen sie mit karger Gabe des Herzens Forderung von sich. Man lässt mich ruhig Abschied nehmen, wie man den Frühling wandern sieht. Es wird sich keiner um ihn grämen, wenn er betrübt von dannen zieht. Verlangend sehen sie nach den Früchten und wissen nicht, dass er sie sät. Ich kann den Himmel für sie dichten, doch meiner denkt nicht ein Gebet. Ich fühle dankbar Zaubermächte an diese Lippen fest gebannt, wo knüpfte nur an meine Rechte sich auch der Liebe Zauber band. Es kümmert keine sich des Armen, der dürftig aus der Ferne kam, welch Herz wird sein sich noch erbarmen und lösen seinen tiefen Gram. Er sinkt im hohen Grase nieder und schläft mit nassen Wangen ein, da schwebt der hohe Geist der Lieder in die beklemmte Brust hinein. Vergiss an jetzt, was du gelitten, in kurzem schwindet deine Last, was du umsonst gesucht in Hütten, das wirst du finden im Palast. Du nahst dem höchsten Erdenlohne, bald endigt der verschlungene Lauf, der Myrtenkranz wird eine Krone, die ersetzt die treuste Hand sie auf, ein Herz voll Einklang ist berufen, zur Glorie um einen Thron, der Dichter steigt auf rauen Stufen hinan und wird des Königs Sohn. So weit Der Adler flog an die Seite des Königs und ließ die Binde zurück. Der Jüngling reichte sie dem Kinde, das danach verlangte, ließ sich auf ein Knie gegen den König nieder und fuhr in seinem Gesange mit bewegter Stimme fort. Der Sänger fährt aus schönen Träumen mit froher Ungeduld empor. Er wandelt unter hohen Bäumen zu das Palast des Ehren im Tor. Die Mauern sind wie Stahl geschliffen, doch sie erklimmt sein Lied geschwind. Es steigt, von Lieb und Weh ergriffen, zu ihm hinab, des Königskind. Die Liebe drückt sie fest zusammen, der Klang der Panzer treibt sie fort. Sie lodern auf in süßen Flammen im nächtlich stillen Zufluchtsort. Sie halten furchtsam sich verborgen, weil sie der Zorn des Königs schreckt und werden nun von jedem Morgen zu Schmerz und Lust zugleich erweckt. Der Sänger spricht mit sanften Klängen der neuen Mutter Hoffnung ein. Der Tritt, gelockt von den Gesängen, der König in die Kluft hinein. Die Tochter reicht in goldenen Locken den Enkel von der Brust ihm hin. Sie sinken reuig und erschrocken und mild zergeht sein strenger Sinn. Der Liebe weicht und dem Gesange auch auf dem Thron ein Vaterherz und wandelt bald in süßen Drange zu ewiger Lust den tiefen Schmerz. Die Liebe gibt, was sie entrissen, mit reichem Wucher bald zurück. Und unter den Versöhnungsküssen entfaltet sich ein himmlisch Glück. Geist des Gesangs, komm du hernieder und steh auch jetzt der Liebe bei. Bring die verlorene Tochter wieder, dass ihr der König Vater sei. Dass er mit Freuden sie umschließet und seines Enkels sich erbarmt. Und wenn das Herz ihm überfließet, den Sänger auch als Sohn umarmt. Der Jüngling hob mit bebender Hand bei diesen Worten, die sanft in den dunklen Gängen verhalten, den Schleier. Die Prinzessin fiel mit einem Strom von Tränen zu den Füßen des Königs und hielt ihm das schöne Kind hin. Der Sänger kniete mit gebeugtem Haupte an ihrer Seite. Eine ängstliche Stille schien jeden Atem festzuhalten. Der König war einige Augenblicke sprachlos und ernst. Dann zog er die Prinzessin an seine Brust, drückte sie lange fest an sich und weinte laut. Er hob nun auch den Jüngling zu sich auf und umschloss ihn mit herzlicher Zärtlichkeit. Ein helles Jauchzen flog durch die Versammlung, die sich dicht zudrängte. Der König nahm das Kind und reichte es mit rührender Andacht gen Himmel. Dann begrüßte er freundlich den Alten. Unendliche Freudentränen flossen. In Gesänge brachen die Dichter aus, und der Abend ward ein heiliger Vorabend dem ganzen Lande, dessen Leben fortan nur ein schönes Fest war. Kein Mensch weiß, wo das Land hingekommen ist. Nur in Sagen heißt es, dass Atlantis von mächtigen Fluten den Augen entzogen worden sei. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 Von Heinrich von Off-Döttingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Einrich von Off-Döttingen Von Novalis Abschnitt 5 Die Erwartung Einige Tage Reisen waren ohne die mindeste Unterbrechung geendet. Der Weg war fest und trocken, die Witterung erquickend und heiter, und die Gegenden, durch die sie kamen, fruchtbar bewohnt und mannigfaltig. Der furchtbare Thüringer Wald lag im Rücken. Die Kaufleute hatten den Weg öfter gemacht, waren überall mit den Leuten bekannt und erfuhren die gastfreiste Aufnahme. Sie vermieden die abgelegenen und durch Räubereien bekannten Gegenden und nahmen, wenn sie ja gezwungen waren, solche zu durchreisen, ein hinlängliches Geleite mit. Einige Besitzer benachbarter Bergschlösser standen mit den Kaufleuten in gutem Vernehmen. Sie wurden besucht und bei ihnen nachgefragt, ob sie Bestellungen nach Augsburg zu machen hätten. Eine freundliche Bewirtung ward ihnen zuteil, und die Frauen und Töchter drängten sich mit herzlicher Neugier um die Fremdlinge. Heinrichs Mutter gewann sie bald, durch ihre gutmütige Bereitwilligkeit und Teilnahme. Man war erfreut, eine Frau aus der Residenzstadt zu sehen, die ebenso willig die Neuigkeiten der Mode als die Zubereitung einiger schmackhafter Schüsseln mitteilte. Der junge Ofterdingen ward von den Rittern und Frauen wegen seiner Bescheidenheit und seines ungezwungenen milden Betragens gepriesen, und die Letzteren verweiten gern auf seine einnehmenden Gestalt, die wie das einfache Wort eines Unbekannten war, das man fast überhört, bis längst nach seinem Abschiede es seine tiefe, unscheinbare Knospe immer mehr auftut und endlich eine herrliche Blume in allem Farbenglanze dicht verschlungener Blätter zeigt, so dass man es nie vergisst, nicht müde wird, es zu wiederholen und einen unversieglichen, immer gegenwärtigen Schatz daran hat. Man besinnt sich nun genauer auf den Unbekannten und ahndet und ahndet, bis es auf einmal klar wird, dass es ein Bewohner der höheren Welt gewesen sei. Die Kaufleute erhielten eine große Menge Bestellungen, und man trennte sich gegenseitig mit herzlichen Wünschen, einander bald wiederzusehen. Auf einem dieser Schlösser, wo sie gegen Abend hinkamen, ging es fröhlich zu. Der Herr des Schlosses war ein alter Kriegsmann, der die Muße des Friedens und die Einsamkeit seines Aufenthalts mit öftern Gelagen feierte und unterbrach und außer dem Kriegsgetümmel und der Jagd keinen anderen Zeitvertreib kannte als den gefüllten Becher. Er empfing die Ankommenden mit brüderlicher Herzlichkeit mitten unter lärmenden Genossen. Die Mutter war zur Hausfrau geführt, die Kaufleute und Heinrich mussten sich an die lustige Tafel setzen, wo der Becher tapfer umherging. Heinrichen ward auf vieles Bitten in Rücksicht seiner Jugend, das jedesmalige Bescheidtun erlassen, dagegen die Kaufleute sich nicht faul finden, sondern sich den alten Frankenweintapfer schmecken ließen. Das Gespräch lief über ehemalige Kriegsabenteuer hin. Heinrich hörte mit großer Aufmerksamkeit den neuen Erzählungen zu. Die Ritter sprachen vom Heiligen Lande, von den Wundern des heiligen Grabes, von den Abenteuern ihres Zuges und ihrer Seefahrt, von den Sarazenen, in deren Gewalt einige geraten gewesen waren, und dem fröhlichen und wunderbaren Leben im Felde und im Lager. Sie äußerten mit großer Lebhaftigkeit ihren Unwillen, jene himmlische Geburtsstätte der Christenheit noch im frevelhaften Besitz der Ungläubigen zu wissen. Sie erhoben die großen Helden, die sich eine ewige Krone durch ihr tapfres, unermüdliches Bezeigen gegen dieses ruchlose Volk erworben hätten. Der Schlossherr zeigte das kostbare Schwert, was er einem Anführer derselben mit eigener Hand abgenommen, nachdem er sein Kastell erobert, ihn getötet und seine Frau und Kinder zu Gefangenen gemacht, welches ihm der Kaiser in seinem Wappen zu führen vergönnt hatte. Alle besahen das prächtige Schwert, auch Heinrich nahm es in seine Hand und fühlte sich von einer kriegerischen Begeisterung ergriffen. Er küßte es mit inbrünstiger Andacht. Die Ritter freuten sich über seinen Anteil. Der Alte umarmte ihn und munterte ihn auf, auch seine Hand auf ewig der Befreiung des heiligen Grabes zu widmen und das wundertätige Kreuz auf seine Schultern befestigen zu lassen. Er war überrascht, und seine Hand schien sich nicht von dem Schwerte losmachen zu können. Besinne dich, mein Sohn, rief der Alte Ritter. Ein neuer Kreuzzug ist vor der Tür. Der Kaiser selbst wird unsere Scharen in das Morgenland führen. Durch ganz Europa schallt von neuem der Ruf des Kreuzes, und heldenmütige Andacht regt sich aller Orten. Wer weiß, ob wir nicht übers Jahr in der großen weltherrlichen Stadt Jerusalem als frohe Sieger beieinander sitzen und uns bei vaterländischem Wein an unsere Heimat erinnern. Du kannst auch bei mir ein morgenländisches Mädchen sehen. Sie dünken uns Abendländern gar anmutig, und wenn du das Schwert gut zu führen verstehst, so kann es dir an schönen Gefangenen nicht fehlen. Die Ritter sangen mit lauter Stimme den Kreuzgesang, der damals in ganz Europa gesungen wurde. Das Grab steht unter wilden Heiden. Das Grab, worin der Heiland lag, muss Frevel und Verspottung leiden und wird entheiligt jeden Tag. Es klagt heraus mit dumpfer Stimme, Wer rettet mich von diesem Grimme? Wo bleiben seine Heldenjünger? Verschwunden ist die Christenheit. Wer ist des Glaubens Wiederbringer? Wer nimmt das Kreuz in dieser Zeit? Wer bricht die schimpflichsten der Ketten und wird das heilige Grab erretten? Gewaltig geht auf Land und Meeren In tiefer Nacht ein heiliger Sturm Die trägen Schläfer aufzustören Umbraust er Lager, Stadt und Turm Ein Klaggeschrei um alle Zinnen Auf, träge Christen, zieht von hinnen Es lassen Engel aller Orten Mit ernstem Antlitz stumm sich sehen Und Pilger sieht man vor den Pforten Mit kummervollen Wangen stehen Sie klagen mit den bängsten Tönen Die Grausamkeit der Sarazenen Es bricht ein Morgen, rot und trübe Im weiten Land der Christen an Der Schmerz der Wehmut und der Liebe Verkündet sich bei jedermann Ein Jedes greift nach Kreuz und Schwerte Und zieht entflammt von seinem Herde Ein Feuereifer tobt im Heere Das Grab des Heilands zu befreien Sie eilen fröhlich nach dem Meere Um bald auf heilgem Grund zu sein Auch Kinder kommen noch gelaufen Und mehren den geweihten Haufen Hoch wird das Kreuz im Siegspaniere Und alte Helden stehen voran Des Paradieses Seelgetüre Wird frommen Kriegern aufgetan Ein jeder will das Glück genießen Sein Blut für Christus zu vergießen Zum Kampf, ihr Christen, Gottes Scharen Ziehn mit in das gelobte Land Bald wird der Heiden Grimm erfahren Des Christengottes Schreckenshand Wir waschen bald in frohem Mute Das heilige Grab mit Heidenblute Die heilge Jungfrau schwebt getragen Von Engeln ob der wilden Schlacht Wo jeder, den das Schwert geschlagen In ihrem Mutterarm erwacht Sie neigt sich mit verklärter Wange Herunter zu dem Waffenklange Hinüber zu der heiligen Stätte Des Grabes dumpfe Stimme tönt Bald wird mit Sieg und mit Gebete Die Schuld der Christenheit versöhnt Das Reich der Heiden wird sich enden Ist erst das Grab in unseren Händen Heinrichs ganze Seele war in Aufruhr Das Grab kam ihm wie eine bleiche Edle jugendliche Gestalt vor Die auf einem großen Stein Mitten unter wildem Pöbel säße Und auf eine entsetzliche Weise Gemäß handelt würde Als wenn sie mit kummervollen Gesicht Nach einem Kreuze blicke Was im Hintergrunde Mit lichten Zügen schimmerte Und sich in den bewegten Wellen Eines Meeres unendlich vervielfältigte Seine Mutter schickte eben herüber Um ihn zu holen Und der Hausfrau des Ritters vorzustellen Die Ritter waren in ihr Gelag Und ihre Vorstellungen Des bevorstehenden Zuges vertieft Und bemerkte nicht Dass Heinrich sich entfernte Er fand seine Mutter In traulichem Gespräch Mit der alten, gutmütigen Frau Des Schlosses Die ihn freundlich bewillkommte Der Abend war heiter Die Sonne begann sich zu neigen Und Heinrich Der sich nach Einsamkeit sehnte Und von der goldenen Ferne Gelockt wurde Die durch die engen, tiefen Bogenfenster In das düstere Gemach hineintrat Er hielt leicht die Erlaubnis Sich außerhalb des Schlosses Besehen zu dürfen Er eilte ins Freie Sein ganzes Gemüt war rege Er sah von der Höhe des alten Felsens Zunächst in das waldige Tal Durch das ein Bach herunterstürzte Und einige Mühlen trieb Deren Geräusch man kaum aus der gewaltigen Tiefe Vernehmen konnte Und dann in eine unabsehliche Ferne von Bergen Wäldern und Niederungen Und seine innere Unruhe wurde besänftigt Das kriegerische Getümmel verlor sich Und es blieb nur eine klare Bilderreiche Sehnsucht zurück Er fühlte Dass ihm eine Laute mangelte So wenig er auch wusste Wie sie eigentlich gebaut sei Und welche Wirkung sie hervorbringe Das heitere Schauspiel Des herrlichen Abends Wiegte ihn in sanfte Fantasien Die Blume seines Herzens Ließ sich zuweilen Wie ein Wetterleuchten in ihm sehen Er schweifte durch das wilde Gebüsch Und kletterte über bemooste Felsenstücke Als auf einmal aus einer nahen Tiefe Ein zarter, eindringlicher Gesang Einer weiblichen Stimme Von wunderbaren Tönen begleitet erwachte Es war ihm gewiss, dass es eine Laute sei Er blieb verwunderungsvoll stehen Und hörte in gebrochener deutscher Aussprache Folgendes Lied Bricht das matte Herz noch immer Unter fremdem Himmel nicht Kommt der Hoffnung bleicher Schimmer Immer mir noch zu Gesicht Kann ich wohl noch Rückkehr wähnen Stromweiß stürzen meine Tränen Bis mein Herz in Kummer bricht Könnt ich dir die Myrten zeigen Und der Zeder dunkles Haar Führen dich zum frohen Reigen Der geschwisterlichen Schar Sähst du im gestickten Kleide Stolz im köstlichen Geschmeide Deine Freundin, wie sie war Edle Jünglinge verneigen Sich mit heißem Blick vor ihr Zärtliche Gesänge steigen Mit dem Abendstern zu mir Dem Geliebten darf man trauen Evgelieb und treu den Frauen Ist der Männerlosung hier Hier, wo um kristallene Quellen Liebend sich der Himmel legt Und mit heißen Balsamwellen Um den Hain zusammenschlägt Der in seinen Lustgebieten Unter Früchten, unter Blüten Tausend bunte Sänger hegt Fern sind jene Jugendträume Abwärts liegt das Vaterland Längst gefällt sind jene Bäume Und das alte Schloss verbrannt Fürchterlich, wie Meereswogen Kam ein raues Heer gezogen Und das Paradies verschwand Fürchterliche Gluten flossen In die blaue Luft empor Und es drang auf stolzen Rossen Eine wilde Schar ins Tor Säbel klirrten Unsre Brüder Unser Vater kam nicht wieder Und man riß uns wild hervor Meine Augen wurden trübe Durch das Gebüsch hinab Und fand ein bleiches, abgehärmtes Mädchen Unter einer alten Eiche sitzen Ein schönes Kind hing weinend an ihrem Halse Auch ihre Tränen flossen Und eine Laute lag neben ihr auf dem Rasen Sie erschrak ein wenig Als sie den fremden Jüngling erblickte Der mit wehmütigem Gesicht sich ihr näherte Ihr habt wohl meinen Gesang gehört Sagte sie freundlich Euer Gesicht düngt mir bekannt Lasst mich besinnen Mein Gedächtnis ist schwach geworden Aber euer Anblick Erweckt in mir eine sonderbare Erinnerung Aus frohen Zeiten O, mir ist Als gleicht ihr einem meiner Brüder Der noch vor unserem Unglück von uns schied Und nach Persien zu einem berühmten Dichter zog Vielleicht lebt er noch Und besingt traurig das Unglück seiner Geschwister Wüsste ich nur noch einige seiner herrlichen Lieder Die er uns hinterließ Er war edel und zärtlich Und kannte kein größeres Glück als seine Laute Das Kind war ein Mädchen von zehn bis zwölf Jahren Das den fremden Jüngling aufmerksam betrachtete Und sich fest an den Busen der unglücklichen Zulimer schmiegte Heinrichs Herz war von Mitleid durchdrungen Er tröstete die Sängerin mit freundlichen Worten Und bat sie, ihm umständlicher ihre Geschichte zu erzählen Sie schien es nicht ungern zu tun Heinrich setzte sich ihr gegenüber Und vernahm ihre von häufigen Tränen unterbrochene Erzählung Vorzüglich hielt sie sich bei dem Lobe ihrer Landsleute Und ihres Vaterlandes auf Sie schilderte den Edelmut derselben Und ihre reine starke Empfänglichkeit Für die Poesie des Lebens Und die wunderbare, geheimnisvolle Anmut der Natur Sie beschrieb die romantischen Schönheiten der fruchtbaren arabischen Gegenden Die wie glückliche Inseln in unwegsamen Sandwüsten einlägen Wie Zufluchtstätten der Bedrängten und Ruhebedürftigen Wie Kolonien des Paradieses Voll frischer Quellen Die über dichten Rasen und funkelnde Steine Durch alte, ehrwürdige Haine rieselten Voll bunter Vögel mit melodischen Kehlen Und anziehend durch mannigfaltige Überbleibsel Ehemaliger, denkwürdiger Zeiten Ihr würdet mit Verwunderung, sagte sie Die buntfarbigen, hellen, seltsamen Züge und Bilder Auf den alten Steinplatten sehen Sie scheinen so bekannt Und nicht ohne Ursache so wohl erhalten zu sein Man sind und sind Einzelne Bedeutungen ahnet man Und wird umso begieriger Den tiefsinnigen Zusammenhang dieser uralten Schrift zu erraten Der unbekannte Geist derselben Erregt ein ungewöhnliches Nachdenken Und wenn man auch ohne den gewünschten Fund von dannen geht So hat man doch tausend merkwürdige Entdeckungen in sich selbst gemacht Die dem Leben einen neuen Glanz Und dem Gemüt eine lange belohnende Beschäftigung geben Das Leben auf einem längst bewohnten und ehemals schon durch Fleiß, Tätigkeit Und Neigung verherrlichten Boden Hat einen besonderen Reiz Die Natur scheint dort menschlicher und verständlicher geworden Eine dunkle Erinnerung unter der durchsichtigen Gegenwart Wirft die Bilder der Welt mit scharfen Umrissen zurück Und so genießt man eine doppelte Welt Die eben dadurch das Schwere und Gewaltsame verliert Und die zauberische Dichtung und Fabel unserer Sinne wird Wer weiß Ob nicht auch ein unbegreiflicher Einfluss der ehemaligen Jetzt unsichtbaren Bewohner mit ins Spiel kommt Und vielleicht ist es dieser dunkle Zug Der die Menschen aus neuen Gegenden Sobald eine gewisse Zeit ihres Erwachens kömmt Mit so zerstörender Ungeduld Nach der alten Heimat ihres Geschlechts treibt Und sie Gut und Blut an den Besitz dieser Länder zu wagen anregt Nach einer Pause fuhr sie fort Glaubt ja nicht Was man euch von den Grausamkeiten meiner Landsleute erzählt hat Nirgends wurden Gefangene großmütiger behandelt Und auch eure Pilger nach Jerusalem Wurden mit Gastfreundschaft aufgenommen Nur dass sie selten derselben Wert waren Die meisten waren nichtsnutzige böse Menschen Die ihre Wallfahrten mit Bubenstücken bezeichneten Und dadurch freilich oft gerechter Rache in die Hände fielen Wie ruhig hätten die Christen das heilige Grab besuchen können Ohne nötig zu haben Einen fürchterlichen unnützen Krieg anzufangen Der alles erbittert Unendliches Leid verbreitet Und auf immer das Morgenland von Europa getrennt hat Was lag an dem Namen des Besitzers Unsere Fürsten ehrten andachtsvoll das Grab Eures Heiligen Den auch wir für einen göttlichen Propheten halten Und wie schön hätte sein heiliges Grab Die Wiege eines glücklichen Einverständnisses Der Anlass ewiger wohltätiger Bündnisse werden können Der Abend war unter ihren Gesprächen herbeigekommen Es fing an Nacht zu werden Und der Mond hob sich aus dem feuchten Walde Mit beruhigendem Glanze herauf Sie stiegen langsam nach dem Schlosse Heinrich war voll Gedanken Die kriegerische Begeisterung war gänzlich verschwunden Er merkte eine wunderliche Verwirrung in der Welt Der Mond zeigte ihm das Bild eines tröstenden Zuschauers Und erhob ihn über die Unebenheiten der Erdoberfläche Die in der Höhe so unbeträchtlich erschienen So wild und unersteiglich sie auch dem Wanderer vorkamen Zulima ging still neben ihm her Und führte das Kind Heinrich trug die Laute Er suchte die sinkende Hoffnung seiner Begleiterin Ihr Vaterland der einst wiederzusehen zu beleben Indem er innerlich einen heftigen Beruf fühlte Ihr Retter zu sein Ohne zu wissen, auf welche Art es geschehen könne Eine besondere Kraft schien in seinen einfachen Worten zu liegen Denn Zulima empfand eine ungewohnte Beruhigung Und dankte ihm für seine Zusprache auf die rührendste Weise Die Ritter waren noch bei ihren Bechern Und die Mutter in häuslichen Gesprächen Heinrich hatte keine Lust In den lärmenden Saal zurückzugehen Er fühlte sich müde Und begab sich bald mit seiner Mutter in das angewiesene Schlafgemach Er erzählte ihr vor dem Schlafengehen Was ihm begegnet sei Und schlief bald zu unterhaltenden Träumen ein Die Kaufleute hatten sich auch zeitig fortbegeben Und waren früh wieder munter Die Ritter lagen in tiefer Ruhe, als sie abreisten Die Hausfrau aber nahm zärtlichen Abschied Zulima hatte wenig geschlafen Eine innere Freude hatte sie wach erhalten Sie erschien beim Abschiede Und bediente die Reisenden demütig und emsig Als sie Abschied nahmen Brachte sie mit vielen Tränen ihre Laute zu Heinrich Und bat mit rührender Stimme Sie zu Zulimas Andenken mitzunehmen Es war meines Bruders Laute, sagte sie Der sie mir beim Abschied schenkte Es ist das einzige Besitztum, was ich gerettet habe Sie schien euch gestern zu gefallen Und ihr lasst mir ein unschätzbares Geschenk zurück Süße Hoffnung Nehmt dieses geringe Zeichen meiner Dankbarkeit Und lasst es ein Pfand eures Andenkens an die arme Zulima sein Wir werden uns gewiss wiedersehen Und dann bin ich vielleicht glücklicher Heinrich weinte Er weigerte sich, diese ihr so unentbehrliche Laute anzunehmen Gebt mir, sagte er Das goldene Band mit den unbekannten Buchstaben aus euren Haaren Wenn es nicht ein Andenken eurer Eltern oder Geschwister ist Und nehmt dagegen einen Schleier an Den mir meine Mutter gern abtreten wird Sie wich endlich seinem Zureden Und gab ihm das Band In dem sie sagte Es ist mein Name In den Buchstaben meiner Muttersprache Den ich in besseren Zeiten selbst In dieses Band gestickt habe Betrachtet es gern Und denkt Dass es eine lange Kummervolle Zeit meiner Haare festgehalten hat Und mit seiner Besitzerin verbleicht ist Heinrichs Mutter zog den Schleier heraus Und reichte ihr ihn hin Indem sie sie an sich zog Und weinend umarmte Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 Von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme Alle LibriFox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise zur Beteiligung An diesem Projekt Gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen Von Novalis Abschnitt 6 Die Erwartung Fünftes Kapitel Teil 1 Nach einigen Tagereisen Kamen sie an ein Dorf Am Fuße einiger Spitzenhügel Die von tiefen Schluchten unterbrochen waren Die Gegend war übrigens fruchtbar und angenehm Ohn geacht die Rücken der Hügel ein totes, abschreckendes Ansehen hatten Das Wirtshaus war reinlich, die Leute bereitwillig und eine Menge Menschen, teils Reisende, teils bloße Trinkgäste, saßen in der Stube und unterhielten sich von allerhand Dingen. Unsere Reisenden gesellten sich zu ihnen und mischten sich in die Gespräche. Die Aufmerksamkeit der Gesellschaft war vorzüglich auf einen alten Mann gerichtet, der in fremder Tracht an einem Tische saß und freundlich die neugierigen Fragen beantwortete, die an ihn geschahen. Er kam aus fremden Landen, hatte sich heute früh die Gegend umher genau betrachtet und erzählte nun von seinem Gewerbe und seinen heutigen Entdeckungen. Die Leute nannten ihn einen Schatzgräber. Er sprach aber sehr bescheiden von seinen Kenntnissen und seiner Macht, doch trugen seine Erzählungen das Gepräge der Seltsamkeit und Neuheit. Er erzählte, dass er aus Böhmen gebürtig sei. Von Jugend auf habe er eine heftige Neugierde gehabt zu wissen, was in den Bergen verborgen sein müsse, wo das Wasser in den Quellen herkomme und wo das Gold und Silber und die köstlichen Steine gefunden würden, die den Menschen so unwiderstehlich an sich zögen. Er habe in der nahen Klosterkirche oft diese festen Lichter an den Bildern und Reliquien betrachtet und nur gewünscht, dass sie zu ihm reden könnten, um ihm von ihrer geheimnisvollen Herkunft zu erzählen. Er habe wohl zuweilen gehört, dass sie aus weit entlegenen Ländern kämen. Doch habe er immer gedacht, warum es nicht auch in diesen Gegenden solche Schätze und Kleinodien geben könne. Die Berge seien doch nicht umsonst so weit im Umfange, und er haben, und so fest verwahrt, auch habe es ihm verdünkt, wie wenn er zuweilen auf den Gebirgen glänzende und flimmernde Steine gefunden hätte. Er sei fleißig in den Felsenritzen und Höhlen umhergeklettert und habe sich mit unaussprechlichem Vergnügen in diesen uralten Hallen und Gewölben umgesehen. Endlich sei ihm einmal ein Reisender begegnet, der zu ihm gesagt, er müsse ein Bergmann werden, da könne er die Befriedigung seiner Neugier finden. In Böhmen gäbe es Bergwerke. Er solle nur immer an dem Flusse hinuntergehen, nach zehn bis zwölf Tagen werde er ein Euler sein. Und dort dürfe er nur sprechen, dass er gern ein Bergmann werden wolle. Er habe sich dies nicht zweimal sagen lassen und sich gleich den anderen Tag auf den Weg gemacht. Nach einem beschwerlichen Gange von mehreren Tagen, fuhr er fort, kam ich nach Euler. Ich kann euch nicht sagen, wie herrlich mir zumute ward, als ich von einem Hügel die Haufen von Steinen erblickte, die mit grünen Gebüschen durchwachsen waren, auf denen bretterne Hütten standen, und als ich aus dem Tal unten die Rauchwolken über den Wald heraufziehen sah. Ein fernes Getöse vermehrte meine Erwartungen, und mit unglaublicher Neugierde und voll stiller Andacht stand ich bald auf einem solchen Haufen, den man Halde nennt, vor den dunklen Tiefen, die im Innern der Hütten steil in den Berg hinein führten. Ich eilte nach dem Tale und begegnete bald einigen schwarzgekleideten Männern mit Lampen, die ich nicht mit Unrecht für Bergleute hielt und mit schüchterner Ängstlichkeit ihnen mein Anliegen vortrug. Sie hörten mich freundlich an und sagten mir, dass ich nur hinunter nach den Schmelzhütten gehen und nach dem Steiger fragen sollte, welcher den Anführer und Meister unter ihnen vorstellt. Dieser werde mir Bescheid geben, ob ich angenommen werden möge. Sie meinten, dass ich meinen Wunsch wohl erreichen würde, und lehrten mich den üblichen Gruß, Glück auf, womit ich den Steiger anreden sollte. Voll fröhlicher Erwartungen setzte ich meinen Weg fort und konnte nicht aufhören, den neuen bedeutungsvollen Gruß mir beständig zu wiederholen. Ich fand einen alten, ehrwürdigen Mann, der mich mit vieler Freundlichkeit empfing, und nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt und ihm meine große Lust, seine seltene, geheimnisvolle Kunst zu erlernen, bezeugt hatte, bereitwillig versprach, mir meinen Wunsch zu gewähren. Ich schien ihm zu gefallen, und er behielt mich in seinem Hause. Den Augenblick konnte ich kaum erwarten, wo ich in die Grube fahren und mich in der reizenden Tracht sehen würde. Noch denselben Abend brachte er mir ein Grubenkleid und erklärte mir den Gebrauch einiger Werkzeuge, die in einer Kammer aufbewahrt waren. Abends kamen Bergleute zu ihm, und ich verfehlte kein Wort von ihren Gesprächen, so unverständlich und fremd mir sowohl die Sprache als der größte Teil des Inhalts ihrer Erzählungen vorkam. Das Wenige jedoch, was ich zu begreifen glaubte, erhöhte die Lebhaftigkeit meiner Neugierde und beschäftigte mich des Nachts in seltsamen Träumen. Ich erwachte bei Zeiten und fand mich bei meinem neuen Würte ein, bei dem sich allmählich die Bergleute versammelten, um seine Verordnungen zu vernehmen. Eine Nebenstube war zu einer kleinen Kapelle vorgerichtet. Ein Mönch erschien und las eine Messe. Nachher sprach er ein feierliches Gebet, worin er den Himmel anrief, die Bergleute in seine heilige Obhut zu nehmen, sie bei ihren gefährlichen Arbeiten zu unterstützen, vor Anfechtungen und Tücken böser Geister sie zu schützen und ihnen reiche Anbrüche zu bescheren. Ich hatte nie mit mehr Inbrunst gebetet und nie die hohe Bedeutung der Messe lebhafter empfunden. Meine künftigen Genossen kamen mir wie unterirdische Helden vor, die tausend Gefahren zu überwinden hätten, aber auch ein beneidenswertes Glück an ihren wunderbaren Kenntnissen besäßen und in dem ernsten, stillen Umgange mit den uralten Felsensöhnen der Natur in ihren dunklen, wunderbaren Kammern zum Empfängnis himmlischer Gaben und zur freudigen Erhebung über die Welt und ihre Bedrängnisse ausgerüstet würden. Der Steiger gab mir nach geendigtem Gottesdienst eine Lampe und ein kleines Hölzernes Kruzifix und ging mit mir nach dem Schachte, wie wir die schroffen Eingänge in die unterirdischen Gebäude zu nennen pflegen. Er lehrte mich die Art des Hinabsteigens, machte mich mit den notwendigen Vorsichtigkeitsregeln so wie mit den Namen der mannigfaltigen Gegenstände und Teile bekannt. Er fuhr voraus und schurrte auf dem runden Balken hinunter, indem er sich mit der einen Hand an einem Seil anhielt, das in einem Knoten an einer Seitenstange fortglitschte und mit der anderen die brennende Lampe trug. Ich folgte seinem Beispiel und wir gelangten so mit ziemlicher Schnelle bald in eine beträchtliche Tiefe. Mir war seltsam feierlich zumute und das vordere Licht funkelte wie ein glücklicher Stern, der mir den Weg zu den verborgenen Schatzkammern der Natur zeigte. Wir kamen unten in einen Irrgarten von Gängen und mein freundlicher Meister ward nicht müde, meine neugierigen Fragen zu beantworten und mich über seine Kunst zu unterrichten. Das Rauschen des Wassers, die Entfernung von der bewohnten Oberfläche, die Dunkelheit und Verschlungenheit der Gänge und das entfernte Geräusch der arbeitenden Bergleute ergötzte mich ungemein. Und ich fühlte nun mit Freuden mich im vollen Besitz dessen, was von jeher mein sehnlichster Wunsch gewesen war. Es lässt sich auch diese volle Befriedigung eines angeborenen Wunsches, diese wundersame Freude an Dingen, die ein näheres Verhältnis zu unserem geheimen Dasein haben mögen, zu Beschäftigungen, für die man von der Wiege an bestimmt und ausgerüstet ist, nicht erklären und beschreiben. Vielleicht, dass sie jedem anderen gemein, unbedeutend und abschreckend vorgekommen wären, aber mir schienen sie so unentbehrlich zu sein, wie die Luft der Brust und die Speise der Magen. Mein alter Meister freute sich über meine innige Lust und verhieß mir, dass ich bei diesem Fleiße und dieser Aufmerksamkeit es weit bringen und ein tüchtiger Bergmann werden würde. Mit welcher Andacht sah ich zum ersten Mal in meinem Leben am 16. März, vor nunmehr 45 Jahren, den König der Metalle in zarten Blättchen zwischen den Spalten des Gesteins. Es kam mir vor, als sei er hier wie in festen Gefängnissen eingesperrt und glänze freundlich dem Bergmann entgegen, der mit so viel Gefahren und Mühseligkeiten sich den Weg zu ihm durch die starken Mauern gebrochen, um ihn an das Licht des Tages zu fördern, damit er an königlichen Kronen und Gefäßen und an heiligen Reliquien zu Ehren gelangen und in geachteten und wohlverwahrten Münzen mit Bildnissen geziert die Welt beherrschen und leiten möge. Von der Zeit an blieb ich in Eula und stieg allmählich bis zum Heuer, welches der eigentliche Bergmann ist, der die Arbeiten auf dem Gestein betreibt, nachdem ich anfänglich bei der Ausförderung der losgehauenen Stufen in Körben angestellt gewesen war. Der alte Bergmann ruhte ein wenig von seiner Erzählung aus und trank, indem ihm seine aufmerksamen Zuhörer ein fröhliches Glück aufzubrachten. Heinrichen erfreuten die Reden des alten Mannes ungemein und er war sehr geneigt, noch mehr von ihm zu hören. Die Zuhörer unterhielten sich von den Gefahren und Seltsamkeiten des Bergbaus und erzählten wunderbare Sagen, über die der Alte oft lächelte und freundlich ihre sonderbaren Vorstellungen zu berichtigen bemüht war. Nach einer Weile sagte Heinrich, ihr mögt seitdem viel seltsame Dinge gesehen und erfahren haben. Hoffentlich hat euch nie eure gewählte Lebensart geräut. Wäret ihr nicht so gefällig und erzähltet uns, wie es euch seitdem ergangen und auf welcher Reise ihr jetzt begriffen seid. Es scheint, als hättet ihr euch weiter in der Welt umgesehen. Und gewiss darf ich vermuten, dass ihr jetzt mehr als einen gemeinen Bergmann vorstellt. Es ist mir selber lieb, sagte der Alte, mich der verflossenen Zeiten zu erinnern, in denen ich Anlässe finde, mich der göttlichen Barmherzigkeit und Güte zu erfreuen. Das Geschick hat mich durch ein frohes und heitres Leben geführt und es ist kein Tag vorübergegangen, an welchem ich mich nicht mit dankbarem Herzen zur Ruhe gelegt hätte. Ich bin immer glücklich in meinen Verrichtungen gewesen und unser aller Vater im Himmel hat mich vor dem Bösen behütet und in Ehren grau werden lassen. Nächst ihm habe ich alles meinem alten Meister zu verdanken, der nun lange zu seinen Vätern versammelt ist und an den ich nie ohne Tränen denken kann. Er war ein Mann aus der alten Zeit nach dem Herzen Gottes. Mit tiefen Einsichten war er begabt und auch kindlich und demütig in seinem Tun. Durch ihn ist das Bergwerk in großen Flor gekommen und hat dem Herzoge von Böhmen zu ungeheuren Schätzen verholfen. Die ganze Gegend ist dadurch bevölkert und wohlhabend und ein blühendes Land geworden. Alle Bergleute verehren ihren Vater in ihm und solange Euler steht, wird auch sein Name mit Rührung und Dankbarkeit genannt werden. Er war seiner Geburt nach ein Lausitzer und hieß Werner. Seine einzige Tochter war noch ein Kind, wie ich zu ihm ins Haus kam. Meine Emsigkeit, meine Treue und meine leidenschaftliche Anhänglichkeit an ihn gewannen mir seine Liebe mit jedem Tage mehr. Er gab mir seinen Namen und machte mich zu seinem Sohne. Das kleine Mädchen ward nachgerade ein wackres, muntres Geschöpf, deren Gesicht so freundlich glatt und weiß war, wie ihr Gemüt. Der Alte sagte mir oft, wenn er sah, dass sie mir zugetan war, dass ich gern mit ihr schäkerte und kein Auge von den ihrigen verwandte, die so blau und offen wie der Himmel waren und wie die Kristalle glänzten. Wenn ich ein rechtlicher Bergmann werden würde, wolle er sie mir nicht versagen. Und er hielt Wort. Den Tag, wie ich heuer wurde, legte er seine Hände auf uns und segnete uns als Braut und Bräutigam ein, und wenige Wochen darauf führte ich sie als meine Frau auf meine Kammer. Denselben Tag hieb ich in der Frühschicht noch als Leerheuer, eben wie die Sonne oben aufging, eine reiche Ader an. Der Herzog schickte mir eine goldene Kette mit seinem Bildnis auf einer großen Münze und versprach mir den Dienst meines Schwiegervaters. Wie glücklich war ich, als ich sie am Hochzeitstage meiner Braut um den Hals hängen konnte und alle Augen auf sie gerichtet waren. Unser alter Vater erlebte noch einige muntere Enkel, und die Anbrüche seines Herbstes waren reicher, als er gedacht hatte. Er konnte mit Freudigkeit seine Schicht beschließen und aus der dunklen Grube dieser Welt fahren, um in Frieden auszuruhen und den großen Lohntag zu erwarten. Herr, sagte der Alte, indem er sich zu Heinrichen wandte und einige Tränen aus den Augen trocknete, der Bergbau muss von Gott gesegnet werden, denn es gibt keine Kunst, die ihre Teilhaber glücklicher und edler machte und die mehr den Glauben an seine himmlische Weisheit und Fügung erweckte und die Unschuld und Kindlichkeit des Herzens reiner erhielte als der Bergbau. Arm wird der Bergmann geboren, und arm geht er wieder dahin. Er begnügt sich zu wissen, wo die metallischen Mächte gefunden werden und sie zutage zu fördern, aber ihr blendender Glanz vermag nichts über sein lauteres Herz. Unentzündet von gefährlichem Wahnsinn freut er sich mehr über ihre wunderlichen Bildungen und die Seltsamkeiten ihrer Herkunft und ihrer Wohnungen als über ihren alles verheißenden Besitz. Sie haben für ihn keinen Reiz mehr, wenn sie wahren geworden sind, und er sucht sie lieber unter tausend Gefahren und Mühseligkeiten in den Festen der Erde, als dass er ihrem Rufe in die Welt folgen und auf der Oberfläche des Bodens durchtäuschende, hinterlistige Künste nach ihnen trachten sollte. Jene Mühseligkeiten erhalten sein Herz frisch und seinen Sinn wacker. Er genießt seinen kerklichen Lohn mit inniglichem Danke und steigt jeden Tag mit verjüngter Lebensfreude aus den dunklen Grüften seines Berufs. Nur er kennt die Reize des Lichts und der Ruhe, die Wohltätigkeit der freien Luft und Aussicht um sich her. Nur ihm schmeckt Trank und Speise recht erquicklich und andächtig wie der Leib des Herrn. Und mit welchem liebevollen und empfänglichen Gemüt tritt er nicht unter seinesgleichen oder herzt seine Frau und Kinder und ergötzt sich dankbar an der schönen Gabe des traulichen Gesprächs. Sein einsames Geschäft sondert ihn vom Tage und dem Umgang mit Menschen einen großen Teil seines Lebens ab. Er gewöhnt sich nicht zu einer stumpfen Gleichgültigkeit gegen diese überirdischen, tiefsinnigen Dinge und behält die kindliche Stimmung, in der ihm alles mit seinem eigentümlichen Geiste und seiner ursprünglichen bunten Wunderbarkeit erscheint. Die Natur will nicht der ausschließliche Besitz eines einzigen sein. Als Eigentum verwandelt sie sich in ein böses Gift, was die Ruhe verscheucht und die verderbliche Lust, alles in diesen Kreis des Besitzers zu ziehen, mit einem Gefolge von unendlichen Sorgen und wilden Leidenschaften herbeilockt. So untergräbt sie heimlich den Grund des Eigentümers und begräbt ihn bald in den einbrechenden Abgrund, um aus Hand in Hand zu gehen und so ihre Neigung, allen anzugehören, allmählich zu befriedigen. Wie ruhig arbeitet dagegen der arme, genügsame Bergmann in seinen tiefen Einöden, entfernt von dem unruhigen Tumult des Tages und einzig von Wissbegier und Liebe zur Eintracht beseelt. Er gedenkt in seiner Einsamkeit mit inniger Herzlichkeit seiner Genossen und seiner Familie und fühlt immer erneuert die gegenseitige Unentbehrlichkeit und Blutsverwandtschaft der Menschen. Sein Beruf lehrt ihn unermüdliche Geduld und er lässt nicht zu, dass ich seine Aufmerksamkeit in unnütze Gedanken zerstreue. Er hat mit einer wunderlichen, harten und unbiegsamen Macht zu tun, die nur durch hartnäckigen Fleiß und beständige Wachsamkeit zu überwinden ist. Aber welches köstliche Gewächs blüht ihm auch in diesen schauerlichen Tiefen, das wahrhafte Vertrauen zu seinem himmlischen Vater, dessen Hand und Vorsorge ihm alle Tage in unverkennbaren Zeichen sichtbar wird. Wie unzählige Mal habe ich nicht vor Ort gesessen und bei dem Schein meiner Lampe das schlichte Kruzifix mit der innigsten Andacht betrachtet. Da habe ich erst den heiligen Sinn dieses rätselhaften Bildnisses recht gefasst und den edelsten Gang meines Herzens erschürft, der mir eine ewige Ausbeute gewährt hat. Der Alte fuhr nach einer Weile fort und sagte, wahrhaftig, das muss ein göttlicher Mann gewesen sein, der den Menschen zuerst die edle Kunst des Bergbaus gelehrt und in dem Schoße der Felsen dieses ernste Sinnbild des menschlichen Lebens verborgen hat. Hier ist der Gang mächtig und gebräig, aber arm. Dort drückt ihn der Felsen in eine armselige, unbedeutende Kluft zusammen und gerade hier brechen die edelsten Geschicke ein. Andere Gänge verunedeln ihn, bis sich ein Verwandtergang freundlich mit ihm schart und seinen Wert unendlich erhöht. Oft zerschlägt er sich vor dem Bergmann in tausend Trümmern, aber der Geduldige lässt sich nicht schrecken. Er verfolgt ruhig seinen Weg und sieht seinen Eifer belohnt, indem er ihn bald wieder in neuer Mächtigkeit und Höflichkeit ausrichtet. Oft lockt ihn ein betrügerisches Trum aus der wahren Richtung, aber bald erkennt er den falschen Weg und bricht mit Gewalt querfeld ein, bis er den wahren erzführenden Gang wiedergefunden hat. Wie bekannt wird hier nicht der Bergmann mit allen Launen des Zufalls, wie sicher aber auch, dass Eifer und Beständigkeit die einzigen untrüglichen Mittel sind, sie zu bemeistern und die von ihnen hartnäckig verteidigten Schätze zu heben. Es fehlt euch gewiss nicht, sagte Heinrich an ermunternden Liedern. Ich sollte meinen, dass euch euer Beruf unwillkürlich zu Gesängen begeistern und die Musik eine willkommene Begleiterin der Bergleute sein müsste. Da habt ihr wahrgesprochen, erwiderte der Alte. Gesang und Zitterspiel gehören zum Leben des Bergmanns und kein Stand kann mit mehr Vergnügen die Reize derselben genießen als der unsrige. Musik und Tanz sind eigentliche Freuden des Bergmanns. Sie sind wie ein fröhliches Gebet und die Erinnerungen und Hoffnungen desselben helfen die mühsame Arbeit erleichtern und die lange Einsamkeit verkürzen. Wenn es euch gefällt, so will ich euch gleich einen Gesang zum Besten geben, der fleißig in meiner Jugend gesungen wurde. Der ist der Herr der Erde, wer ihre Tiefen misst und jeglicher Beschwerde in ihrem Schoß vergisst, wer ihrer Felsenglieder geheimen Bau versteht und unverdrossen nieder zu ihrer Werkstatt geht. Er ist mit ihr verbündet und inniglich vertraut und wird von ihr entzündet als wär sie seine Braut. Er sieht ihr alle Tage mit neuer Liebe zu und scheut nicht Fleiß und Plage, sie lässt ihm keine Ruh. Die mächtigen Geschichten der längst verflossenen Zeit ist sie ihm zu berichten mit Freundlichkeit bereit. Der Vorwelt heilige Lüfte um wehnt sein Angesicht und in die Nacht der Klüfte strahlt ihm ein ewiges Licht. Er trifft auf allen Wegen ein wohlbekanntes Land und gern kommt sie entgegen den Werken seiner Hand. ihm folgen die Gewässer hilfreich den Berg hinauf und alle Felsenschlösser tun ihre Schätz ihm auf. Er führt des Goldes Ströme in seines Königs Haus und schmückt die Diademe mit edlen Steinen aus. Zwar reicht er treu dem König den glückbegabten Arm, doch frägt er nach ihm wenig und bleibt mit Freuden arm. Sie mögen sich erwürgen am Fuß um Gut und Geld, er bleibt auf den Gebirgen der frohe Herr der Welt. Heinrichen gefiel das Lied ungemein und er bat den Alten ihm noch eins mitzuteilen. Der Alte war auch gleich bereit und sagte, ich weiß gleich noch ein wunderliches Lied, was wir selbst nicht wissen, wo es her ist. Es brachte ein reisender Bergmann mit, der weit her kam und ein sonderlicher Routengänger war. Das Lied fand großen Beifall, weil es so seltsamlich klang, beinahe so dunkel und unverständlich wie die Musik selbst, aber eben darum auch so unbegreiflich anzog und im wachenden Zustande wie ein Traum unterhielt. Ich kenne wo ein festes Schloss, ein stiller König wohnt darinnen mit einem wunderlichen Tross, doch steigt er nie auf seine Zinnen, verborgen ist sein Lustgemach und unsichtbare Wächter lauschen, nur wohlbekannte Quellen rauschen zu ihm herab vom bunten Dach. Was ihre hellen Augen sahen, in der Gestirne weiten Sälen, das sagen sie ihm treulich an und können sich nicht satt erzählen. Er badet sich in ihrer Flut, wäscht sauber seine zarten Glieder und seine Strahlen blinken wieder aus seiner Mutter weißem Blut. Sein Schloss ist alt und wunderbar, es sank herab aus tiefen Meeren, stand fest und steht noch immer da, die Flucht zum Himmel zu verwehren. Von innen schlingt ein heimlich Band, sich um des Reiches untertanen und Wolken wehen wie Siegesfahnen herunter von der Felsenband. Ein unermessliches Geschlecht umgibt die fest verschlossenen Pforten. Ein jeder spielt den treuen Knecht und ruft den Herrn mit süßen Worten. Sie fühlen sich durch ihn beglückt und ahnden nicht, dass sie gefangen, berauscht von trüglichem Verlangen, weiß keiner, wo der Schuh ihn drückt. Nur wenige sind schlau und wach und dürsten nicht nach seinen Gaben. Sie trachten unablässig nach, das alte Schloss zu untergraben. Der Heimlichkeit urmächtigen Bann kann nur die Hand der Einsicht lösen. Gelingt's, das Innere zu entblößen, so bricht der Tag der Freiheit an. Dem Fleiß ist keine Wand zu fest, dem Mut kein Abgrund unzugänglich. Wer sich auf Herz und Hand verlässt, spürt nach dem König unbedenklich. Aus seinen Kammern holt er ihn, vertreibt die Geister durch die Geister, macht sich der wilden Fluten Meister und heißt sie selbst heraus sich ziehen. Je mehr er nun zum Vorschein kommt und wild umher sich treibt auf Erden, je mehr wird seine Macht gedämmt, je mehr die Zahl der Freien werden. Am Ende wird von Banden los das Meer die leere Burg durchdringen und trägt auf weichen grünen Schwingen zurück uns in der Heimat Schoß. Es dünkte Heinrichen, wie der Alte geendigt hatte, als habe er das Lied schon irgendwo gehört. Er ließ es sich wiederholen und schrieb es sich auf. Der Alte ging nachher hinaus, und die Kaufleute sprachen unterdessen mit den anderen Gästen über die Vorteile des Bergbaus und seine Mühseligkeiten. Einer sagte, der Alte ist gewiss nicht umsonst hier. Er ist heute zwischen den Hügeln umhergeklettert und hat gewiss gute Anzeichen gefunden. Wir wollen ihn doch fragen, wenn er wieder hereinkommt. Wisst ihr wohl, sagte ein anderer, dass wir ihn bitten könnten, eine Quelle für unser Dorf zu suchen. Das Wasser ist weit, und ein guter Brunnen wäre uns sehr willkommen. Mir fällt ein, sagte ein Dritter, dass ich ihn fragen möchte, ob er einen von meinen Söhnen mit sich nehmen will, der mir schon das ganze Haus voll Steine getragen hat. Der Junge wird gewiss ein tüchtiger Bergmann, und der Alte scheint ein guter Mann zu sein, der wird schon was Rechtes aus ihm ziehen. Die Kaufleute redeten, ob sie vielleicht durch den Bergmann ein vorteilhaftes Verkehr mit Böhmen anschwinden und Metalle daher zu guten Preisen erhalten möchten. Der Alte trat wieder in die Stube, und alle wünschten, seine Bekanntschaft zu benutzen. Er fing an und sagte, »Wie dumpf und ängstlich ist es doch hier in der engen Stube. Der Mond steht draußen in voller Herrlichkeit, und ich hätte große Lust, noch einen Spaziergang zu machen. Ich habe heute bei Tage einige merkwürdige Höhlen hier in der Nähe gesehen. Vielleicht entschließen sich einige mitzugehen, und wenn wir nur Licht mitnehmen, so werden wir ohne Schwierigkeiten uns darinnen umsehen können.« Den Leuten aus dem Dorfe waren diese Höhlen schon bekannt. Aber bis jetzt hatte keiner gewagt, hineinzusteigen. Vielmehr trugen sie sich mit fürchterlichen Sagen von Drachen und anderen Untieren, die darin hausen sollten. Einige wollten sie selbst gesehen haben und behaupteten, dass man Knochen an ihrem Eingange von geraubten und verzehrten Menschen und Tieren fände. Einige andere vermeinten, dass ein Geist dieselben bewohne, wie sie denn einige Male aus der Ferne eine seltsame menschliche Gestalt gesehen, auch zur Nachtzeit Gesänge daher rüber gehört haben wollten. Der Alte schien ihnen keinen großen Glauben beizumessen und versicherte lachend, dass sie unter dem Schutze eines Bergmanns getrost mitgehen könnten, indem die Ungeheuer sich vor ihm scheuen müssten, ein singender Geist, aber gewiss ein wohltätiges Wesen sei. Die Neugier machte viele beherzt genug, seinen Vorschlag einzugehen. Auch Heinrich wünschte, ihn zu begleiten, und seine Mutter gab endlich auf das Zureden und Versprechen des Alten, genaue Acht auf Heinrichs Sicherheit zu haben, seinen Bitten nach. Die Kaufleute waren ebenso entschlossen. Es wurden lange Kienspäne zu Fackeln zusammengeholt. Ein Teil der Gesellschaft versah sich noch zum Überfluss mit Leitern, Stangen, Stricken und allerhand Verteidigungswerkzeugen, und so begann endlich die Wallfahrt nach den nahen Hügeln. Der Alte ging mit Heinrich und den Kaufleuten voran. Jener Bauer hatte seinen wissbegierigen Sohn herbeigeholt, der voller Freude sich einer Fackel bemächtigte und den Weg zu den Höhlen zeigte. Der Abend war heiter und warm, der Mond stand in mildem Glanze über den Hügeln und ließ wunderliche Träume in allen Kreaturen aufsteigen. Selbst wie ein Traum der Sonne lag er über der in sich gekehrten Traumwelt und führte die in unzählige Grenzen geteilte Natur in jene fabelhafte Urzeit zurück, wo jeder Keim noch für sich schlummerte und einsam und unberührt sich vergeblich sehnte, die dunkle Fülle seines unermesslichen Daseins zu entfalten. In Heinrichs Gemüt spiegelte sich das Märchen des Abends. Es war ihm, als ruhte die Welt aufgeschlossen in ihm und zeigte ihm, wie einem Gastfreunde, alle ihre Schätze und verborgenen Lieblichkeiten. Ihm düngte die große, einfache Erscheinung um ihn so verständlich. Die Natur schien ihm nur deswegen so unbegreiflich, weil sie das Nächste und Traulichste mit einer solchen Verschwendung von mannigfachen Ausdrücken um den Menschen her türmte. Die Worte des Alten hatten eine versteckte Tapetentür in ihm geöffnet. Er sah ein kleines Wohnzimmer dicht an einen erhabenen Münster gebaut, aus dessen steinernem Boden die ernste Vorwelt emporstieg, während von der Kuppel die klare, fröhliche Zukunft in goldenen Engelskindern ihr singend entgegenschwebte. Gewaltige Klänge bebten in dem silbernen Gesang, und zu den weiten Toren traten alle Kreaturen herein, von denen jede ihre innere Natur in einer einfachen Bitte und einer eigentümlichen Mundart vernehmlich aussprach. Wie wunderte er sich, dass ihm diese klare, seinem Dasein schon unentbehrliche Ansicht, so lange fremd geblieben war. Nun übersah er auf einmal alle seine Verhältnisse mit der weiten Welt um ihn her, fühlte, was er durch sie geworden und was sie ihm werden würde, und begriff alle die seltsamen Vorstellungen und Anregungen, die er schon oft in ihrem Anschauen gespürt hatte. Die Erzählung der Kaufleute von dem Jünglinge, der die Natur so emsig betrachtete, und der Eidam des Königs wurde, kam ihm wieder zu Gedanken, und tausend andere Erinnerungen seines Lebens knüpften sich von selbst an einen zauberischen Faden. Während der Zeit, dass Heinrich seinen Betrachtungen nachhing, hatte sich die Gesellschaft der Höhle genähert. Der Eingang war niedrig, und der Alte nahm eine Fackel und kletterte über einige Steine zuerst hinein. Ein ziemlich fühlbarer Luftstrom kam ihm entgegen, und der Alte versicherte, dass sie getrost folgen könnten. Die Furchtsamsten gingen zuletzt und hielten ihre Waffen in Bereitschaft. Heinrich und die Kaufleute waren hinter dem Alten, und der Knabe wanderte munter an seiner Seite. Der Weg lief anfänglich in einem ziemlich schmalen Gange, welcher sich aber bald in eine sehr weite und hohe Höhle endigte, die der Fackelglanz nicht völlig zu erleuchten vermochte, doch sah man im Hintergrunde einige Öffnungen sich in die Felsenwand verlieren. Der Boden war weich und ziemlich eben. Die Wände sowie die Decke waren ebenfalls nicht rau und unregelmäßig, aber was die Aufmerksamkeit aller vorzüglich beschäftigte, war die unzählige Menge von Knochen und Zähnen, die den Boden bedeckten. Viele waren völlig erhalten. An anderen sah man Spuren der Verwesung. Und die, welche aus den Wänden hin und wieder hervorragten, schienen steinartig geworden zu sein. Die meisten waren von ungewöhnlicher Größe und Stärke. Der Alte freute sich über diese Überbleibsel einer uralten Zeit. Nur den Bauern war nicht wohl dabei zumute. Denn sie hielten sie für deutliche Spuren nahe Raubtiere. So überzeugend ihnen auch der Alte die Zeichen eines unbedenklichen Altertums daran aufwies, und sie fragte, ob sie je etwas von Verwüstungen unter ihren Herden und vom Raube benachbarter Menschen gespürt hätten, und ob sie jene Knochen für Knochen bekannter Tiere oder Menschen halten könnten. Der Alte wollte nun weiter in den Berg. Aber die Bauern fanden für ratsam, sich vor die Höhle zurückzuziehen und dort seine Rückkunft abzuwarten. Heinrich, die Kaufleute und der Knabe blieben bei dem Alten und versahen sich mit Stricken und Fackeln. Sie gelangten bald in eine zweite Höhle, wobei der Alte nicht vergaß, den Gang, aus dem sie hereingekommen waren, durch eine Figur von Knochen, die er da vorhin legte, zu bezeichnen. Die Höhle glich der vorigen und war ebenso reich an tierischen Resten. Heinrich war schauerlich und wunderbar zumute. Es gemahnte ihn, als wandle er durch die Vorhöfe des inneren Erdenpalastes. Himmel und Leben lag ihm auf einmal weit entfernt und diese dunklen, weiten Hallen schienen zu einem unterirdischen, seltsamen Reiche zu gehören. Wie, dachte er bei sich selbst, wäre es möglich, dass unter unseren Füßen eine eigene Welt in einem ungeheuren Leben sich bewegte, dass unerhörte Geburten in den Festen der Erde ihr Wesen trieben, die das innere Feuer des dunklen Schoßes zu riesenmäßigen und geistesgewaltigen Gestalten auftriebe? Könnten dereinst diese schauerlichen Fremden, von der eindringenden Kälte hervorgetrieben, unter uns erscheinen, während vielleicht zur gleichen Zeit himmlische Gäste, lebendige, redende Kräfte der Gestirne über unseren Häuptern sichtbar würden? Sind diese Knochen Überreste ihrer Wanderungen nach der Oberfläche oder Zeichen einer Flucht in die Tiefe? Auf einmal rief der Alte die anderen herbei und zeigte ihnen eine ziemlich frische Menschenspur auf dem Boden. Mehrere konnten sie nicht finden, und so glaubte der Alte, ohne fürchten zu müssen, auf Räuber zu stoßen, der Spur nachgehen zu können. Sie waren eben im Begriff, dies auszuführen, als auf einmal, wie unter ihren Füßen, aus einer fernen Tiefe, ein ziemlich vernehmlicher Gesang anfing. Sie erstaunten nicht wenig, doch horchten sie genau auf. Gern verweile ich noch im Tale, lächelnd in der tiefen Nacht, denn der liebevolle Schale wird mir täglich dargebracht. Ihre heilgen Tropfen heben meine Seele hoch empor, und ich stehe in diesem Leben, trunken an des Himmels Tor. Eingewiegt in seeliges Schauen, ängstigt mein Gemüt kein Schmerz. O, die Königin der Frauen, gib mir ihr getreues Herz! Bang verweinte Jahre haben diesen schlechten Ton verklärt und ein Bild ihm eingegraben, das ihm Ewigkeit gewährt. Jene lange Zahl von Tagen düngt mir nur ein Augenblick. Werd ich einst von hier getragen, schau ich dankbar noch zurück. Ende von Abschnitt 6 Abschnitt 7 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 7 Die Erwartung Fünftes Kapitel Teil 2 Alle waren auf das Angenehmste überrascht und wünschten sehnlichst, den Sänger zu entdecken. Nach einigem Suchen trafen sie in einem Winkel der rechten Seitenwand einen abwärts gesenkten Gang, in welchen die Fußstapfen zu führen schienen. Bald düngte es ihnen, eine Hellung zu bemerken, die stärker wurde, je näher sie kamen. Es tat sich ein neues Gewölbe von noch größerem Umfange als die vorherigen auf, in dessen Hintergrund sie bei einer Lampe, eine menschliche Gestalt sitzen sahen, die vor sich auf einer steinernen Platte ein großes Buch liegen hatte, in welchem sie zu lesen schien. Sie drehte sich nach ihnen zu, stand auf und ging ihnen entgegen. Es war ein Mann, dessen Alter man nicht erraten konnte. Er sah weder alt noch jung aus, keine Spuren der Zeit bemerkte man an ihm als schlichte, silberner Haare, die auf der Stirn gescheitelt waren. In seinen Augen lag eine unaussprechliche Heiterkeit, als sähe er von einem hellen Berge in einen unendlichen Frühling hinein. Er hatte Sohlen an die Füße gebunden und schien keine andere Kleidung zu haben als einen weiten Mantel, der um ihn hergeschlungen war und seine edle, große Gestalt noch mehr heraushob. Über ihre unvermutete Ankunft schien er nicht im Mindesten verwundert. Wie ein Bekannter begrüßte er sie. Es war, als empfing er erwartete Gäste in seinem Wohnhause. Es ist doch schön, dass ihr mich besucht, sagte er. Ihr seid die ersten Freunde, die ich hier sehe, solange ich auch schon hier wohne. Scheint es doch, als finge man an, unser großes, wunderbares Haus genauer zu betrachten. Der Alte erwiderte, wir haben nicht vermutet, einen so freundlichen Wirt hier zu finden. Von wilden Tieren und Geistern war uns erzählt und nun sehen wir uns auf das Anmutigste getäuscht. Wenn wir euch in eurer Andacht und in euren tiefsinnigen Betrachtungen gestört haben, so verzeiht es unserer Neugierde. Könnte eine Betrachtung erfreulicher sein, sagte der Unbekannte, als die froher, uns zusagender Menschengesichter. Haltet mich nicht für einen Menschenfeind, weil ihr mich in dieser Einöde trefft. Ich habe die Welt nicht geflohen, sondern ich habe nur eine Ruhestätte gesucht, wo ich ungestört meinen Betrachtungen nachhängen könnte. Hat euch euer Entschluss nie geräut und komme nicht zuweilen Stunden, wo euch bange wird und euer Herz nach einer Menschenstimme verlangt? Jetzt nicht mehr. Es war eine Zeit in meiner Jugend, wo eine heiße Schwärmerei mich veranlasste, Einsiedler zu werden. Dunkle Ahndungen beschäftigten meine jugendliche Fantasie. Ich hoffte, volle Nahrung meines Herzens in der Einsamkeit zu finden. Unerschöpflich düngte mir die Quelle meines inneren Lebens. Aber ich merkte bald, dass man eine Fülle von Erfahrungen dahin mitbringen muss, dass ein junges Herz nicht allein sein kann, ja, dass der Mensch erst durch vielfachen Umgang mit seinem Geschlecht eine gewisse Selbstständigkeit erlangt. Ich glaube selbst, erwiderte der Alte, dass es einen gewissen natürlichen Beruf zu jeder Lebensart gibt und vielleicht, dass die Erfahrungen eines zunehmenden Alters von selbst auf eine Zurückziehung aus der menschlichen Gesellschaft führen. Scheint es doch, als sei dieselbe der Tätigkeit sowohl zum Gewinnst als zur Erhaltung gewidmet. Eine große Hoffnung, ein gemeinschaftlicher Zweck treibt sie mit Macht und Kinder und Alte scheinen nicht dazu zu gehören. Unbehülflichkeit und Unwissenheit schließen die Ersten davon aus, während die Letztern jene Hoffnung erfüllt, jenen Zweck erreicht sehen und nun nicht mehr von ihnen in den Kreis jener Gesellschaft verflochten, in sich selbst zurückkehren und genug zu tun finden, sich auf eine höhere Gemeinschaft würdig vorzubereiten. Indes scheinen bei Euch noch besondere Ursachen stattgefunden zu haben, Euch so gänzlich von den Menschen abzusondern und Verzicht auf alle Bequemlichkeiten der Gesellschaft zu leisten. Mich düngt, dass die Spannung Eures Gemüts doch oft nachlassen und Euch dann unbehaglich zumute werden müsste. Ich fühlte das wohl, indes habe ich es glücklich durch eine strenge Regelmäßigkeit meines Lebens zu vermeiden gewusst. Dabei suche ich mich durch Bewegung gesund zu erhalten und dann hat es keine Not. Jeden Tag gehe ich mehrere Stunden herum und genieße den Tag und die Luft, so viel ich kann. Sonst halte ich mich in diesen Hallen auf und beschäftige mich zu gewissen Stunden mit Korbflechten und Schnitzen. Für meine Waren tausche ich mir in entlegenen Ortschaften Lebensmittel ein, Bücher habe ich mir mitgebracht und so vergeht die Zeit wie ein Augenblick. In jenen Gegenden habe ich einige Bekannte, die um meinen Aufenthalt wissen und von denen ich erfahre, was in der Welt geschieht. Diese werden mich begraben, wenn ich tot bin und meine Bücher zu sich nehmen. Er führte sie näher an seinen Sitz, der nahe an der Höhlenwand war. Sie sahen mehrere Bücher auf der Erde liegen, auch eine Zitter und an der Wand hing eine völlige Rüstung, die ziemlich kostbar zu sein schien. Der Tisch bestand aus fünf großen steinernen Platten, die wie ein Kasten zusammengesetzt waren. Auf der obersten lagen eine männliche und weibliche Figur in Lebensgröße eingehauen, die einen Kranz von Lilien und Rosen angefasst hatten. An den Seiten stand Friedrich und Marie von Hohenzollern, kehrten auf dieser Stelle in ihr Vaterland zurück. Der Einsiedler fragte seine Gäste nach ihrem Vaterlande und wie sie in diese Gegenden gekommen wären. Er war sehr freundlich und offen und verriet eine große Bekanntschaft mit der Welt. Der Alte sagte, Ich sehe, ihr seid ein Kriegsmann gewesen, die Rüstung verrät euch. Die Gefahren und Wechsel des Krieges, der hohe poetische Geist, der ein Kriegsherr begleitet, rissen mich aus meiner jugendlichen Einsamkeit und bestimmten die Schicksale meines Lebens. Vielleicht, dass das lange Getümmel, die unzähligen Begebenheiten, denen ich beiwohnte, mir den Sinn für die Einsamkeit noch mehr geöffnet haben. Die zahllosen Erinnerungen sind eine unterhaltende Gesellschaft und dies umso mehr, je veränderter der Blick ist, mit dem wir sie überschauen und der nun erst ihren wahren Zusammenhang, den Tiefsinn ihrer Folge und die Bedeutung ihrer Erscheinungen entdeckt. Der eigentliche Sinn für die Geschichten der Menschen entwickelt sich erst spät und mehr unter den stillen Einflüssen der Erinnerung als unter den gewaltsameren Eindrücken der Gegenwart. Die nächsten Ereignisse scheinen nur locker verknüpft, aber sie sympathisieren desto wunderbarer mit Entfernteren. Und nur dann, wenn man imstande ist, eine lange Reihe zu übersehen und weder alles buchstäblich zu nehmen noch auch mit mutwilligen Träumen die eigentliche Ordnung zu verwirren, bemerkt man die geheime Verkettung des ehemaligen und künftigen. und lernt, die Geschichte aus Hoffnung und Erinnerung zusammenzusetzen. Indes nur dem, welchem die ganze Vorzeit gegenwärtig ist, mag es gelingen, die einfache Regel der Geschichte zu entdecken. Wir kommen nur zu unvollständigen und beschwerlichen Formeln und können froh sein, nur für uns selbst eine brauchbare Vorschrift zu finden, die uns hinlängliche Aufschlüsse über unser eigenes kurzes Leben verschafft. Ich darf aber wohl sagen, dass jede sorgfältige Betrachtung der Schicksale des Lebens einen tiefen, unerschöpflichen Genuss gewährt und unter allen Gedanken uns am meisten über das irdische Übel erhebt. Die Jugend liest die Geschichte nur aus Neugier, wie ein unterhaltendes Märchen. Dem reiferen Alter wird sie eine himmlische, tröstende und erbauende Freundin, die ihn durch ihre weisen Gespräche sanft zu einer höheren, umfassenderen Laufbahn vorbereitet und mit der unbekannten Welt ihn in fasslichen Bildern bekannt macht. Die Kirche ist das Wohnhaus der Geschichte und der stille Hof ihr sinnbildlicher Blumengarten. Von der Geschichte sollte nur alte, gottesfürchtige Leute schreiben, deren Geschichte selbst zu Ende ist und die nichts mehr zu hoffen haben als die Verpflanzung in den Garten. Nicht finster und trübe wird ihre Beschreibung sein. Vielmehr wird ein Strahl aus der Kuppel alles in der richtigen und schönsten Erleuchtung zeigen und Heiliger Geist wird über diesen seltsam bewegten Gewässern schweben. Wie wahr und einleuchtend ist eure Rede, setzte der Alte hinzu. Man sollte gewiss mehr Fleiß darauf verwenden, das Wissenswürdige seiner Zeit treulich aufzuzeichnen und es als ein andächtiges Vermächtnis den künftigen Menschen zu hinterlassen. Es gibt tausend entferntere Dinge, denen Sorgfalt und Mühe gewidmet wird und gerade um das Nächste und Wichtigste, um die Schicksale unseres eigenen Lebens, unserer Angehörigen, unseres Geschlechts, deren leise Planmäßigkeit wir in den Gedanken einer Vorsehung aufgefasst haben, bekümmern wir uns so wenig und lassen sorglos alle Spuren in unserem Gedächtnisse verwischen. Wie Heiligtümer wird eine weisere Nachkommenschaft jede Nachricht, die von den Begebenheiten der Vergangenheit handelt, aufsuchen. Und selbst das Leben eines einzelnen, unbedeutenden Mannes wird ihr nicht gleichgültig sein, da gewiss sich das große Leben seiner Zeitgenossenschaft darin mehr oder weniger spiegelt. Es ist nur so schlimm, sagte der Graf von Hohenzollern, dass selbst die wenigen, die sich der Aufzeichnungen der Taten und Vorfälle ihrer Zeit unterzogen, nicht über ihr Geschäft nachdachten und ihren Betrachtungen keine Vollständigkeit und Ordnung zu geben suchten, sondern nur aufs Geratewohl bei der Auswahl und Sammlung ihrer Nachrichten verfuhren. Ein jeder wird leicht an sich bemerken, dass er nur dasjenige deutlich und vollkommen beschreiben kann, was er genau kennt, dessen Teile, dessen Entstehung und Folge, dessen Zweck und Gebrauch ihm gegenwärtig sind. Denn sonst wird keine Beschreibung, sondern ein verwirrtes Gemisch von unvollständigen Bemerkungen entstehen. Man lasse ein Kind eine Maschine, einen Landmann ein Schiff beschreiben und gewiss wird kein Mensch aus ihren Worten einige Nutzen und Unterricht schöpfen können. Und so ist es mit den meisten Geschichtsschreibern, die vielleicht fertig genug im Erzählen und bis zum Überdruss weitschweifig sind, aber doch gerade das Wissenswürdigste vergessen, dasjenige, was erst die Geschichte zur Geschichte macht und die mancherlei Zufälle zu einem angenehmen und lehrreichen Ganzen verbindet. Wenn ich das alles recht bedenke, so scheint es mir, als wenn ein Geschichtsschreiber notwendig auch ein Dichter sein müsste. Denn nur die Dichter mögen sich auf jene Kunst, Begebenheiten schicklich zu verknüpfen, verstehen. In ihren Erzählungen und Fabeln habe ich mit stillem Vergnügen ihr zartes Gefühl für den geheimnisvollen Geist des Lebens bemerkt. Es ist mehr Wahrheit in ihren Märchen als in gelehrten Chroniken. Sind auch ihre Personen und deren Schicksale erfunden, so ist doch der Sinn, in dem sie erfunden sind, wahrhaft und natürlich. Es ist für unseren Genuss und unsere Belehrungen gewissermaßen einerlei, ob die Personen, in deren Schicksalen wir den unsrigen nachspüren, wirklich einmal lebten oder nicht. Wir verlangen nach der Anschauung der großen, einfachen Seele der Zeiterscheinungen und finden wir diesen Wunsch gewährt, so kümmern wir uns nicht um die zufällige Existenz ihrer äußeren Figuren. Auch ich bin den Dichtern, sagte der Alte, von jeher deshalb zugetan gewesen. Das Leben und die Welt ist mir klarer und anschaulicher durch sie geworden. Es dünkte mich, sie müssten befreundet mit den scharfen Geistern des Lichtes sein, die alle Naturen durchdringen und sondern und einen eigentümlichen, zartgefärbten Schleier über jede verbreiten. Meine eigene Natur fühlte sich bei ihren Liedern leicht entfaltet und es war, als könnte sie sich nun freier bewegen, ihrer Geselligkeit und ihres Verlangens froh werden, mit stiller Lust ihre Glieder gegeneinander schwingen und tausenderlei anmutige Wirkungen hervorrufen. Wart ihr so glücklich, in eurer Gegend einige Dichter zu haben? fragte der Einsiedler. Es haben sich wohl zuweilen einige bei uns eingefunden. Aber sie schienen gefallen am Reisen zu finden und so hielten sie sich meist nicht lange auf. Indes habe ich auf meinen Wanderungen nach Illyrien, nach Sachsen und Schwedenland nicht selten welche gefunden, deren Andenken mich immer erfreuen wird. So seid ihr ja weit umhergekommen und müsst viele denkwürdige Dinge erlebt haben. Unsere Kunst macht es fast nötig, dass man sich weit auf dem Erdboden umsieht. Und es ist, als triebe den Bergmann ein unterirdisches Feuer umher. Ein Berg schickt ihn dem Anderen. Er wird nie mit Seen fertig und hat seine ganze Lebenszeit an jener wunderlichen Baukunst zu lernen, die unseren Fußboden so seltsam gegründet und ausgetäfelt hat. Unsere Kunst ist uralt und weit verbreitet. Sie mag wohl aus Morgen mit der Sonne wie unser Geschlecht nach Abend gewandert sein und von der Mitte nach den Enden zu. Sie hat überall mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und da immer das Bedürfnis den menschlichen Geist zu klugen Erfindungen gereizt, so kann der Bergmann überall seine Einsichten und seine Geschicklichkeit vermehren und mit nützlichen Erfahrungen seine Heimat bereichern. Ihr seid beinahe verkehrte Astrologen, sagte der Einsiedler, wenn diese den Himmel unverwandt betrachten und seine unermesslichen Räume durchirren, so wendet ihr euren Blick auf den Erdboden und erforscht seinen Bau. Jene studieren die Kräfte und Einflüsse der Gestirne und ihr untersucht die Kräfte der Felsen und Berge und die mannigfaltigen Wirkungen der Erd- und Steinschichten. Jenen ist der Himmel das Buch der Zukunft, während euch die Erde Denkmale der Urwelt zeigt. Es ist dieser Zusammenhang nicht ohne Bedeutung, sagte der Alte lächelnd. Die leuchtenden Propheten spielen vielleicht eine Hauptrolle in jener alten Geschichte des wunderlichen Erdbaus. Man wird vielleicht sie aus ihren Werken und ihre Werke aus ihnen mit der Zeit besser kennen und erklären lernen. Vielleicht zeigen die großen Gebirgsketten die Spuren ihrer ehemaligen Straßen und hatten selbst Lust, sich auf ihre eigene Hand zu nähren und ihren eigenen Gang am Himmel zu gehen. Manche hoben sich kühn genug, um auch Sterne zu werden und müssen nun dafür die schöne grüne Bekleidung der niedrigeren Gegenden entbehren. Sie haben dafür nichts erhalten, als dass sie ihren Vätern das Wetter machen helfen und Propheten für das tiefere Land sind, das sie bald schützen, bald mit Ungewittern überschwemmen. Seitdem ich in dieser Höhle wohne, vor der Einsiedlerfort, habe ich mehr über die alte Zeit nachdenken gelernt. Es ist unbeschreiblich, was diese Betrachtung anzieht, und ich kann mir die Liebe vorstellen, die ein Bergmann für sein Handwerk hegen muss. Wenn ich die seltsamen alten Knochen ansehe, die hier in so gewaltiger Menge versammelt sind, wenn ich mir die wilde Zeit denke, wo diese fremdartigen ungeheuren Tiere in dichten Scharen sich in diese Höhlen hereindrängten, von Furcht und Angst vielleicht getrieben und hier ihren Tod fanden, wenn ich dann wieder bis zu den Zeiten hinaufsteige, wo diese Höhlen zusammenwuchsen und ungeheure Fluten das Land bedeckten, so komme ich mir selbst wie ein Traum der Zukunft, wie ein Kind des ewigen Friedens vor, wie ruhig und friedfertig, wie mild und klar ist gegen diese gewaltsamen, riesenmäßigen Zeiten die heutige Natur, und das furchtbarste Gewitter, das entsetzlichste Erdbeben in unseren Tagen, ist nur ein schwacher Nachhall jener grausenvollen Geburtswehen, vielleicht, dass auch die Pflanzen- und Tierwelt, ja die damaligen Menschen selbst, wenn es auf einzelnen Eilanden in diesem Ozean welche gab, eine andere, festere und rauere Bauart hatten, wenigstens dürfte man die Alten sagen von einem Riesenvolke dann keiner Erdichtung zeihen. Es ist erfreulich, sagte der Alte, jene allmähliche Beruhigung der Natur zu bemerken. Ein immer innigeres Einverständnis, eine friedlichere Gemeinschaft, eine gegenseitige Unterstützung und Belebung scheint sich allmählich gebildet zu haben, und wir können immer besseren Zeiten entgegensehen. Es wäre vielleicht möglich, dass hin und wieder noch alter Sauerteig Gärte und noch einige heftige Erschütterungen erfolgten. Indes sieht man doch das allmächtige Streben nach freier, einträchtiger Verfassung, und in diesem Geiste wird jede Erschütterung vorübergehen und dem großen Ziele näher führen. Mag es sein, dass die Natur nicht mehr so fruchtbar ist, dass heutzutage keine Metalle und Edelsteine, keine Felsen und Berge mehr entstehen, dass Pflanzen und Tiere nicht mehr zu so erstaunlichen Größen und Kräften aufquellen. Je mehr sich ihre erzeugende Kraft erschöpft hat, desto mehr haben ihre bildenden, veredelnden und geselligen Kräfte zugenommen. Ihr Gemüt ist empfänglicher und zarter, ihre Fantasie mannigfaltiger und sinnbildlicher, ihre Hand leichter und kunstreicher geworden. Sie nähert sich dem Menschen, und wenn sie ehemals ein wild gebärdender Fels war, so ist sie jetzt eine stille, treibende Pflanze, eine stumme, menschliche Künstlerin. Wozu wäre auch eine Vermehrung jener Schätze nötig, deren Überfluss auf undenkliche Zeiten ausreicht? Wie klein ist der Raum, den ich durchwandert bin, und welche mächtige Vorräte habe ich nicht gleich auf den ersten Blick gefunden, deren Benutzung der Nachwelt überlassen bleibt? Welche Reichtümer verschließen nicht die Gebirge nach Norden? Welche günstige Anzeichen fand ich nicht in meinem Vaterlande überall, in Ungarn, am Fuße der Karpathischen Gebirge und in den Felsentälern von Tirol, Österreich und Bayern? Ich könnte ein reicher Mann sein, wenn ich das hätte mit mir nehmen können, was ich nur aufzuheben, nur abzuschlagen brauchte. An manchen Orten sah ich mich wie in einem Zaubergarten. Was ich ansah, war von köstlichen Metallen und auf das kunstreichste gebildet. In den zierlichen Locken und Ästen des Silbers hingen glänzende rubinrote durchsichtige Früchte, und die schweren Bäumchen standen auf kristallinem Grunde, der ganz unnachahmlich ausgearbeitet war. Man traute kaum seinen Sinnen an diesen wunderbaren Orten und ward nicht müde, diese reizenden Wildnisse zu durchstreifen und sich an ihren Kleinodien zu ergatzen. Auch auf meiner jetzigen Reise habe ich viele Merkwürdigkeiten gesehen, und gewiss ist in anderen Ländern die Erde ebenso ergiebig und verschwenderisch. Wenn man, sagte der Unbekannte, die Schätze bedenkt, die im Orient zu Hause sind, so ist daran kein Zweifel und ist das ferne Indien, Afrika und Spanien nicht schon im Altertum durch die Reichtümer seines Bodens bekannt gewesen. Als Kriegsmann gibt man freilich nicht so genau auf die Adern und Klüfte der Berge acht. Indes habe ich doch zuweilen meine Betrachtungen über diese glänzenden Streifen gehabt, die wie seltsame Knospen auf eine unerwartete Blüte und Frucht deuten. Wie hätte ich damals denken können, wenn ich froh über das Licht des Tages an diesen dunklen Behausungen vorüber zog, dass ich noch im Schoße eines Berges mein Leben beschließen würde. Meine Liebe trug mich stolz über den Erdboden und in ihrer Umarmung hoffte ich in späten Jahren zu entschlafen. Der Krieg endigte und ich zog nach Hause, voll froher Erwartungen eines erquicklichen Herbstes. Aber der Geist des Krieges schien der Geist meines Glücks zu sein. Meine Marie hatte mir zwei Kinder im Orient geboren. Sie waren die Freude unseres Lebens. Die Seefahrt und die raure abendländische Luft störte ihre Blüte. Ich begrub sie wenig Tage nach meiner Ankunft in Europa. Kummervoll führte ich meine trostlose Gattin nach meiner Heimat. Ein stiller Gram mochte den Faden ihres Lebens mürbe gemacht haben. Auf einer Reise, die ich bald darauf unternehmen musste, auf der sie mich wie immer begleitete, verschied sie sanft und plötzlich in meinen Armen. Es war hier nahe bei, wo unsere irdische Wallfahrt zu Ende ging. Mein Entschluß war im Augenblicke reif. Ich fand, was ich nie erwartet hatte. Eine göttliche Erleuchtung kam über mich und seit dem Tage, da ich sie hier selbst begrub, nahm eine himmlische Hand allen Kummer von meinem Herzen. Das Grabmal habe ich nachher errichten lassen. Oft scheint eine Begebenheit sich zu endigen, wenn sie erst eigentlich beginnt, und dies hat bei meinem Leben statt gefunden. Gott verleihe euch allen ein seliges Alter und ein so ruhiges Gemüt wie mir. Heinrich und die Kaufleute hatten aufmerksam dem Gespräche zugehört. Und der Erste fühlte besonders neue Entwicklungen seines ahndungsvollen Innern. Manche Worte, manche Gedanken fielen wie belebender Fruchtstaub in seinen Schoß und rückten ihn schnell aus dem engen Kreise seiner Jugend auf die Höhe der Welt. Wie lange Jahre lagen die eben vergangenen Stunden hinter ihm und er glaubte nie an das gedacht und empfunden zu haben. Der Einsiedler zeigte ihnen seine Bücher. Es waren alte Historien und Gedichte. Heinrich blätterte in den großen schön gemalten Schriften, die kurzen Zeilen der Verse, die Überschriften, einzelne Stellen und die sauberen Bilder, die hier und da wie verkörperte Worte zum Vorschein kamen, um die Einbildungskraft des Lesers zu unterstützen, reizten mächtig seine Neugierde. Der Einsiedler bemerkte seine innere Lust und erklärte ihm die sonderbaren Vorstellungen. Die mannig faltigsten Lebensszenen waren abgebildet. Kämpfe, Leichen Begängnisse, Hochzeitsfeierlichkeiten, Schiffbrüche, Höhlen und Paläste, Könige, Helden, Priester, Alte und junge Leute, Menschen in fremden Trachten und seltsame Tiere kamen in verschiedenen Abwechslungen und Verbindungen vor. Heinrich konnte sich nicht satt sehen und hätte nichts mehr gewünscht als bei dem Einsiedler, der ihn unwiderstehlich anzog, zu bleiben und von ihm über diese Bücher unterrichtet zu werden. Der Alte fragte unterdessen, ob es noch mehr Höhlen gäbe und der Einsiedler sagte ihm, dass noch einige sehr große in der Nähe liegen, wohin er ihn begleiten wollte. Der Alte war dazu bereit und der Einsiedler, der die Freude merkte, die Heinrich an seinen Büchern hatte, veranlasste ihn, zurückzubleiben und sich während dieser Zeit weiter unter denselben umzusehen. Heinrich blieb mit Freude bei den Büchern und dankte ihm innig für seine Erlaubnis. Er blätterte mit unendlicher Lust umher. Endlich fiel ihm ein Buch in die Hände, das in einer fremden Sprache geschrieben war, die ihm einige Ähnlichkeit mit dem Lateinischen und Italienischen zu haben schien. Er hätte sehnlichst gewünscht, die Sprache zu kennen, denn das Buch gefiel ihm vorzüglich, ohne dass er eine Silbe davon verstand. Es hatte keinen Titel, doch fand er noch beim Suchen einige Bilder. Sie dünkten ihm ganz wunderbar bekannt, und wie er recht zusah, entdeckte er seine eigene Gestalt ziemlich kenntlich unter den Figuren. Er erschrak und glaubte zu träumen, aber beim wiederholten Ansehen konnte er nicht mehr an der vollkommenen Ähnlichkeit zweifeln. Er traute kaum seinen Sinnen, als er bald auf einem Bilde die Höhle, den Einsiedler und den Alten neben sich entdeckte. Allmählich fand er auf den anderen Bildern die Morgenländerin, seine Eltern, den Landgrafen und die Landgräfin von Thüringen, seinen Freund, den Hofkaplan und manche andere seiner Bekannten. Doch waren ihre Kleidungen verändert und schienen aus einer anderen Zeit zu sein. Eine große Menge Figuren wusste er nicht zu nennen, doch deuchten sie ihm bekannt. Er sah sein Ebenbild in verschiedenen Lagen. Gegen das Ende kam er sich größer und edler vor. Die Gitarre ruhte in seinen Armen und die Landgräfin reichte ihm einen Kranz. Er sah sich am kaiserlichen Hofe, zu Schiffe, in trauter Umarmung mit einem schlanken, lieblichen Mädchen, in einem Kampfe mit wild aussehenden Männern und in freundlichen Gesprächen mit Sarazenen und Mohren. Ein Mann von ernstem Ansehen kam häufig in seiner Gesellschaft vor. Er fühlte tiefe Ehrfurcht vor dieser hohen Gestalt und war froh, sich Arm in Arm mit ihm zu sehen. Die letzten Bilder waren dunkel und unverständlich, doch überraschten ihn einige Gestalten seines Traumes mit dem innigsten Entzücken. Der Schluss des Buches schien zu fehlen. Heinrich war sehr bekümmert und wünschte nichts sehnlicher, als das Buch lesen zu können und vollständig zu besitzen. Er betrachtete die Bilder zu wiederholten Malen und war bestürzt, wie er die Gesellschaft zurückkommen hörte. Eine wunderliche Scham befiel ihn. Er getraute sich nicht, seine Entdeckung merken zu lassen, machte das Buch zu und fragte den Einsiedler nur oben hin, nach dem Titel und der Sprache desselben, wo er denn erfuhr, dass es in provenzalischer Sprache geschrieben sei. Es ist lange, dass ich es gelesen habe, sagte der Einsiedler. Ich kann mich nicht genau mehr des Inhalts entsinnen. So viel ich weiß, ist es ein Roman von den wunderbaren Schicksalen eines Dichters, worin die Dichtkunst in ihren mannigfachen Verhältnissen dargestellt und gepriesen wird. Der Schluss fehlt an dieser Handschrift, die ich aus Jerusalem mitgebracht habe, wo ich sie in der Verlassenschaft eines Freundes fand und zu seinem Andenken aufhob. Sie nahmen nun voneinander Abschied und Heinrich war bis zu Tränen gerührt. Die Höhle war ihm so merkwürdig, der Einsiedler so lieb geworden. Alle umarmten diesen herzlich und er selbst schien sie lieb gewonnen zu haben. Heinrich glaubte zu bemerken, dass er ihn mit einem freundlichen durchdringenden Blick ansehe. Seine Abschiedsworte gegen ihn waren sonderbar bedeutend. Er schien von seiner Entdeckung zu wissen und darauf anzuspielen. Bis zum Eingang der Höhlen begleitete er sie, nachdem er sie und besonders den Knaben gebeten hatte, nichts von ihm gegen die Bauern zu erwähnen, weil er sonst ihren Zudringlichkeiten ausgesetzt sein würde. Sie versprachen es alle, wie sie von ihm schieden und sich seinem Gebet empfahlen, sagte er. Wie lange wird es währen, so sehen wir uns wieder und werden über unsere heutigen Reden lächeln. Ein himmlischer Tag wird uns umgeben und wir werden uns freuen, dass wir einander in diesen Tälern der Prüfung freundlich begrüßten und von gleichen Gesinnungen und Ahndungen beseelt waren. Sie sind die Engel, die uns hier sicher geleiten. Wenn euer Auge fest am Himmel haftet, so werdet ihr nie den Weg zu eurer Heimat verlieren. Sie trennten sich mit stiller Andacht, fanden bald ihre zaghaften Gefährten und erreichten unter allerlei Erzählungen in kurzem das Dorf, wo Heinrichs Mutter, die in Sorgen gewesen war, sie mit tausend Freuden empfing. Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt gibt es bei LibriVox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 8 Die Erwartung Sechstes Kapitel Menschen, die zum Handeln, zur Geschäftigkeit geboren sind, können nicht früh genug alles selbst betrachten und beleben. Sie müssen überall selbst Hand anlegen und viele Verhältnisse durchlaufen, ihr Gemüt gegen die Eindrücke einer neuen Lage, gegen die Zerstreuungen vieler und mannigfaltiger Gegenstände gewissermaßen abhärten und sich gewöhnen, selbst im Drange großer Begebenheiten, den Faden ihres Zwecks festzuhalten und ihn gewandt hindurch zu führen. Sie dürfen nicht in Einladungen einer stillen Betrachtung nachgeben. Ihre Seele darf keine in sich gekehrte Zuschauerin, sie muss unablässig nach außen gerichtet und eine emsige, schnell entscheidende Dienerin des Verstandes sein. Sie sind Helden und um sie her drängen sich die Begebenheiten, die geleitet und gelöst sein wollen. Alle Zufälle werden zu Geschichten unter ihrem Einfluss und ihr Leben ist eine ununterbrochene Kette merkwürdiger und glänzender, verwickelter und seltsamer Ereignisse. Anders ist es mit jenen ruhigen, unbekannten Menschen, deren Welt ihr Gemüt, deren Tätigkeit die Betrachtung, deren Leben ein leises Bilden ihrer inneren Kräfte ist. Keine Unruhe treibt sie nach außen. Ein stiller Besitz genügt ihnen und das unermessliche Schauspiel außer ihnen reizt sie nicht, selbst darin aufzutreten, sondern kommt ihnen bedeutend und wunderbar genug vor, um seiner Betrachtung ihrem Muße zu widmen. Verlangen nach dem Geiste desselben hält sie in der Ferne und er ist es, der sie zu der geheimnisvollen Rolle des Gemüts in dieser menschlichen Welt bestimmte, während jene die äußeren Gliedmaßen und Sinne und die ausgehenden Kräfte derselben vorstellen. Große und vielfache Begebenheiten würden sie stören. Ein einfaches Leben ist ihr los und nur aus Erzählungen und Schriften müssen sie mit dem reichen Inhalt und den zahllosen Erscheinungen der Welt bekannt werden. Nur selten darf im Verlauf ihres Lebens ein Vorfall sie auf einige Zeit in seine raschen Wirbel mit hineinziehen, um durch einige Erfahrungen sie von der Lage und dem Charakter der handelnden Menschen genauer zu unterrichten. Dagegen wird ihr empfindlicher Sinn schon genug von nahen unbedeutenden Erscheinungen beschäftigt, die ihm jene große Welt verjüngt darstellen und sie werden keinen Schritt tun, ohne die überraschendsten Entdeckungen in sich selbst über das Wesen und die Bedeutung derselben zu machen. Es sind die Dichter, diese seltenen Zugmenschen, die zuweilen durch unsere Wohnsitze wandeln und überall den alten ehrwürdigen Dienst der Menschheit und ihrer ersten Götter, der Gestirne des Frühlings, der Liebe des Glücks, der Fruchtbarkeit, der Gesundheit und des Frohsinn erneuern. Sie, die schon hier im Besitz der himmlischen Ruhe sind und von keinen törichten Begirden umhergetrieben, nur den Duft der irdischen Früchte einatmen, ohne sie zu verzehren und dann unwiderruflich an die Unterwelt gekettet zu sein. Freie Gäste sind sie, deren goldener Fuß nur leise auftritt und deren Gegenwart in allen unwillkürlich die Flügel ausbreitet. Ein Dichter lässt sich wie ein guter König frohen und klaren Gesichtern nach aufsuchen. Und er ist es, der allein den Namen eines Weisen mit Recht führt. Wenn man ihn mit dem Helden vergleicht, so findet man, dass die Gesänge der Dichter nicht selten den Heldenmut in jugendlichen Herzen erweckt, Heldentaten aber wohl nie den Geist der Poesie in ein neues Gemüt gerufen haben. Heinrich war von Natur zum Dichter geboren. Mannigfaltige Zufälle schienen sich zu seiner Bildung zu vereinigen und noch hatte nichts seine innere Geregsamkeit gestört. Alles, was er sah und hörte, schien nur neue Riegel in ihm wegzuschieben und neue Fenster ihm zu öffnen. Er sah die Welt in ihren großen und abwechselnden Verhältnissen vor sich liegen. Noch war sie aber stumm und ihre Seele das Gespräch noch nicht erwacht. Schon nahte sich ein Dichter, ein liebliches Mädchen an der Hand, um durch Laute der Muttersprache und durch Berührung eines süßen zärtlichen Mundes die blöden Lippen aufzuschließen und den einfachen Akkord in unendliche Melodien zu entfalten. Diese Reise war nun geendigt. Es war gegen Abend, als unsere Reisenden wohlbehalten und fröhlich in der weltberühmten Stadt Augsburg anlangten und voller Erwartung durch die hohen Gassen nach dem ansehnlichen Hause des alten Schwanen Ritten. Heinrichen war schon die Gegend sehr reizend vorgekommen. Das lebhafte Getümmel der Stadt und die großen steinernen Häuser befremdeten ihn angenehm. Er freute sich inniglich über seinen künftigen Aufenthalt. Seine Mutter war sehr vergnügt nach der langen mühseligen Reise sich hier in ihrer geliebten Vater statt zu sehen, bald ihren Vater und ihre alten Bekannten wieder zu umarmen, ihren Heinrich ihnen vorstellen und einmal alle Sorgen des Hauswesens bei den traulichen Erinnerungen ihrer Jugend ruhig vergessen zu können. Die Kaufleute hofften sich bei den dortigen Lustbarkeiten für die Unbequemlichkeiten des Weges zu entschädigen und einträgliche Geschäfte zu machen. Das Haus des alten Schwaning fanden sie erleuchtet und eine lustige Musik tönte ihnen entgegen. Was gilt's, sagten die Kaufleute, euer Großvater gibt ein fröhliches Fest. Wir wie wird er über die ungeladenen Gäste erstaunen. Er lässt sich wohl nicht träumen, dass das wahre Fest nun erst angehen wird. Heinrich fühlte sich verlegen und seine Mutter war nur wegen ihres Anzugs in Sorgen. Sie stiegen ab, die Kaufleute blieben bei den Pferden und Heinrich und seine Mutter traten in das prächtige Haus. Unten war kein Hausgenosse zu sehen. Sie mussten die breite Wendeltreppe hinauf. Einige Diener liefen vorüber, die sie baten, dem alten Schwanen die Ankunft einiger Fremden anzusagen, die ihn zu sprechen wünschten. Die Diener machten anfangs einige Schwierigkeiten. Die Reisenden sahen nicht zum Besten aus, doch meldeten sie es dem Herrn des Hauses. Der alte Schwanen kam heraus, erkannte sie nicht gleich und fragte nach ihrem Namen und Anliegen. Heinrichs Mutter weinte und fiel ihm um den Hals. Kennt ihr eure Tochter nicht mehr? rief sie weinend. Ich bringe euch meinen Sohn. Der alte Vater war äußerst gerührt. Er drückte sie lange an seine Brust. Heinrich sank auf ein Knie und küsste ihm zärtlich die Hand. Er hob ihn zu sich und hielt Mutter und Sohn umarmt. Freunde und Bekannte bei mir, die sich herzlich mit mir freuen werden. Heinrichs Mutter schien einige Zweifel zu haben. Sie hatte keine Zeit sich zu besinnen. Der Vater führte beide in den hohen erleuchteten Saal. Da bringe ich meine Tochter und meinen Enkel aus Eisen nach, rief Schwaneng in das frohe Getümmel glänzend gekleideter Menschen. Alle Augen kehrten sich nach der Tür. und die beiden Reisenden standen verwirrt und geblendet in ihren staubigen Kleidern mitten in der bunten Schar. Tausend freudige Ausrufungen gingen von Mund zu Mund. Alte Bekannte drängten sich um die Mutter. Es gab unzählige Fragen. Jedes wollte zuerst gekannt und bewillkommnet sein. Während der ältere Teil der Gesellschaft sich mit der Mutter beschäftigte, heftete sich die Aufmerksamkeit des jüngeren Teils auf den fremden Jüngling, der mit gesenktem Blick dastand und nicht das Herz hatte, die unbekannten Gesichter wieder zu betrachten. Sein Großvater machte ihn mit der Gesellschaft bekannt und erkundigte sich nach seinem Vater und den Vorfällen ihrer Reise. Die Mutter gedachte der Kaufleute, die unten aus Gefälligkeit bei den Pferden geblieben waren. Sie sagte es ihrem Vater, welcher sogleich hinunterschickte und sie einladen ließ heraufzukommen. Die Pferde wurden in die Stelle gebracht und die Kaufleute erschienen. Schwaning dankte ihnen herzlich für die freundschaftliche Geleitung seiner Tochter. Sie waren mit vielen Anwesenden bekannt und begrüßten sich freundlich mit ihnen. Die Mutter wünschte sich reinlich ankleiden zu dürfen. Schwaning nahm sie auf sein Zimmer und Heinrich folgte ihnen in gleicher Absicht. Unter der Gesellschaft war Heinrichen ein Mann aufgefallen, den er in jenem Buche oft an seiner Seite gesehen zu haben glaubte. Sein edles Ansehen zeichnete ihn vor allen aus. Ein heiterer Ernst war der Geist seines Gesichts. Eine offene, schön gewölbte Stirn, große, schwarze, durchdringende und feste Augen, ein schalkhafter Zug um den fröhlichen Mund und durchaus klare männliche Verhältnisse machten es bedeutend und anziehend. Er war stark gebaut, seine Bewegungen waren ruhig und ausdrucksvoll und wo er stand, schien er ewig stehen zu wollen. Heinrich fragte seinen Großvater nach ihm. Es ist mir lieb, sagte der Alte, dass du ihn gleich bemerkt hast. Es ist mein trefflicher Freund Klingzor, der Dichter. Auf seine Bekanntschaft und Freundschaft kannst du stolzer sein als auf die des Kaisers. Aber wie steht's mit deinem Herzen? Er hat eine schöne Tochter. Vielleicht, dass sie den Vater bei dir aussticht. Es sollte mich wundern, wenn du sie nicht gesehen hättest. Heinrich errötete. Ich war zerstreut, lieber Großvater. Die Gesellschaft war zahlreich und ich betrachtete nur euren Freund. Man merkt es, dass du aus Norden kommst, erwiderte Schwaning. Wir wollen dich hier schon auftauen. Du sollst schon lernen, nach hübschen Augen zu sehen. Sie waren nun fertig und begaben sich zurück in den Saal, wo indes die Zurüstungen zum Abendessen gemacht worden waren. Der alte Schwaning führte Heinrich zu auf zu und erzählte ihm, dass Heinrich ihn gleich bemerkt und den lebhaftesten Wunsch habe, mit ihm bekannt zu sein. Heinrich war beschämt. Kling kam Sie fragte ihn mit kaum hörbaren, leisen Worten, ob er gern tanze. Eben als er die Frage bejahte, fing eine fröhliche Tanzmusik an. Er bot ihr schweigend seine Hand, sie gab ihm die ihrige, und sie mischten sich in die Reihe der walzenden Paare. Schwaning und Klingsor sahen zu. Die Mutter und die Kaufleute freuten sich über Heinrichs Behändigkeit und seine liebliche Tänzerin. Die Mutter hatte genug, mit ihren Jugendfreundinnen zu sprechen, die ihr zu einem so wohlgebildeten und so hoffnungsvollen Sohn Glück wünschten. Klingsor sagte zu Schwaning, euer Enkel hat ein anziehendes Gesicht, es zeigt ein klares und umfassendes Gemüt, und seine Stimme kommt tief aus dem Herzen. Ich hoffe, erwiderte Schwaning, dass er euer gelehriger Schüler sein wird. Mich deucht, er ist zum Dichter geboren. Euer Geist komme über ihn. Er sieht seinem Vater ähnlich, nur scheint er weniger heftig und eigensinnig. Jener war in seiner Jugend voll glücklicher Anlagen. Eine gewisse Freisinnigkeit fehlte ihm. Es hätte mehr aus ihm werden können, als ein fleißiger und fertiger Künstler. Heinrich wünschte den Tanz nie zu endigen. Mit innigem Wohlgefallen ruhte sein Auge auf den Rosen seiner Tänzerin. Ihr unschuldiges Auge vermied ihn nicht. Sie schien der Geist ihres Vaters in der lieblichsten Verkleidung. Aus ihren großen, ruhigen Augen sprach ewige Jugend. Auf einem lichthimmelblauen Grunde lag der milde Glanz der braunen Sterne. Stirn und Nase senkten sich zierlich um sie her. Eine nach der aufgehenden Sonne geneigte Lilie war ihr Gesicht, und von dem schlanken, weißen Halse schlängelten sich blaue Adern in reizenden Windungen um die zarten Wangen. Ihre Stimme war wie ein fernes Echo, und das braune, lockige Köpfchen schien über der leichten Gestalt nur zu schweben. Die Schüsseln kamen herein, und der Tanz war aus. Die Elternleute setzten sich auf die eine Seite, und die Jüngern nahmen die andere ein. Heinrich blieb bei Mathilden. Eine junge Verwandte setzte sich zu seiner Linken, und Klingsor saß ihm gerade gegenüber. So wenig Mathilde sprach, so gesprächig war Veronika, seine andere Nachbarin. Sie tat gleich mit ihm vertraut, und machte ihn in kurzem mit allen Anwesenden bekannt. Heinrich verhörte manches. Er war noch bei seiner Tänzerin, und hätte sich gern öfters rechts gewandt. Klingsor machte ihrem Plaudern ein Ende. Er fragte ihn nach dem Bande mit sonderbaren Figuren, was Heinrich an seinem Leibrock befestigt hatte. Heinrich erzählte von der Morgenländerin mit viel Errührung. Mathilde weinte, und Heinrich konnte nun seine Tränen kaum verbergen. Er geriet darüber mit ihr ins Gespräch. Alle unterhielten sich. Veronika lachte und scherzte mit ihren Bekannten. Mathilde erzählte ihm von Ungarn, wo ihr Vater sich oft aufhielt, und von dem Leben in Augsburg. Alle waren vergnügt. Die Musik verscheuchte die Zurückhaltung und reizte alle Neigungen zu einem munteren Spiel. Blumenkörbe dufteten in voller Pracht auf dem Tische, und der Wein schlich zwischen den Schüsseln und Blumen umher, schüttelte seine goldenen Flügel und stellte bunte Tapeten zwischen die Welt und die Gäste. Heinrich begriff erst jetzt, was ein Fest sei. Tausend frohe Geister schienen ihm um den Tisch zu gaukeln und in stiller Sympathie mit den fröhlichen Menschen von ihren Freuden zu leben und mit ihren Genüssen sich zu berauschen. Der Lebensgenuss stand wie ein klingender Baum voll goldener Früchte vor ihm. Das Übel ließ sich nicht sehen, und es dünkte ihm unmöglich, dass je die menschliche Neigung von diesem Baume zu der gefährlichen Frucht des Erkenntnisses, zu dem Baume des Krieges, sich gewendet haben sollte. Er verstand nun den Wein und die Speisen. Sie schmeckten ihm überaus köstlich. Ein himmlisches Öl würzte sie ihm, und aus dem Becher funkelte die Herrlichkeit des irdischen Lebens. Einige Mädchen brachten dem alten Schwaning einen frischen Kranz. Er setzte ihn auf, küßte sie und sagte, »Auch unserem Freund Klingsor müsst ihr einen bringen. Wir wollen beide zum Dank, euch ein paar neue Lieder lehren. Das meinige sollt ihr gleich haben.« Er gab der Musik ein Zeichen und sang mit lauter Stimme. »Sind wir nicht geplagte Wesen? Ist nicht unser Los betrübt, nur zu Zwang und Not erlesen, in Verstellung nur geübt? Dürfen selbst nicht unsere Klagen sich aus unserem Busen wagen? »Allem, was die Eltern sprechen, widerspricht das volle Herz. Die verbotene Frucht zu brechen, fühlen wir der Sehnsucht Schmerz, möchten gern die süßen Knaben fest an unserem Herzen haben. Wäre dies zu denken Sünde? Zollfrei sind Gedanken doch, was bleibt einem armen Kinde außer süßen Träumen noch? Will man sie auch gern verbannen? Nimmer ziehen sie von dannen. Wenn wir auch des Abends beten, schreckt uns doch die Einsamkeit und zu unseren Küssen treten, Sehnsucht und Gefälligkeit. Könnten wir wohl wieder streben, alles, alles hinzugeben? Unsere Reize zu verhüllen, schreibt die strenge Mutter vor. Ach, was hilft der gute Willen, quellen sie nicht selbst empor? Bei der Sehnsucht innerem Beben muss das beste Band sich geben. Jede Neigung zu verschließen, hart und kalt zu sein wie Stein, schöne Augen nicht zu grüßen, fleißig und allein zu sein, keiner Bitte nachzugeben, heißt das wohl ein Jugendleben? Groß sind eines Mädchens Plagen, ihre Brust ist krank und wund und zum Lohn für stille Klagen küsst sie noch ein welker Mund. Wird denn nie das Blatt sich wenden und das Reich der Alten enden? Die alten Leute und die Jünglinge lachten, die Mädchen erröteten und lächelten abwärts. Unter tausend Neckereien wurde ein zweiter Kranz geholt und Klingzoren aufgesetzt. Sie baten aber inständig um keinen so leichtfertigen Gesang. Nein, sagte Klingzor, ich werde mich wohl hüten, so frevelhaft von euren Geheimnissen zu reden. Sagt selbst, was ihr für ein Lied haben wollt. Nur nichts von Liebe, riefen die Mädchen, ein Weinlied, wenn es euch ansteht. Klingzor, auf grünen Bergen wird geboren der Gott, der Gott, der uns den Himmel bringt. Die Sonne hat ihn sich erkoren, dass sie mit Flammen ihn durchdringt. Er wird im Lenz mit Lust empfangen, der zarte Schoss quillt still empor, und wenn des Herbstes Früchte prangen, springt auch das goldene Kind hervor. Sie legen ihn in enge Wiegen ins unterirdische Geschoss. Er träumt von Festen und von Siegen und baut sich manches Luftgeschloss. Es nahe keiner seiner Kammer, wenn er sich ungeduldig drängt und jedes Band und jede Klammer mit jugendlichen Kräften sprengt. Denn unsichtbare Wächter stellen, solang er träumt, sich um ihn her. Und wer betritt die heiligen Schwellen, den trifft ihr luftumwundener Speer. So wie die Schwingen sich entfalten, lässt er die lichten Augen sehen, lässt ruhig seine Priester schalten und kommt heraus, wenn sie ihm flehen. Aus seiner Wiege dunklem Schoße erscheint er in Kristallgewand. Verschwiegner Eintracht volle Rose trägt er bedeutend in der Hand. Und überall um ihn versammeln, sich seine Jünger hoch erfreut und tausend frohe Zungen stammeln, ihm ihre Lieb und Dankbarkeit. Er spritzt in ungezählten Strahlen sein inneres Leben in die Welt. Die Liebe nippt aus seinen Schalen und bleibt ihm ewig zugesellt. Er nahm als Geist der goldenen Zeiten von jeher sich des Dichters an, der immer seine Lieblichkeiten in trunkenen Liedern aufgetan. Er gab ihm seine Treu zu ehren, ein Recht auf jeden hübschen Mund. Und dass es keine darf ihm wehren, macht Gott durch ihn es allen kund. Ein schöner Prophet, riefen die Mädchen. Schwaning freute sich herzlich. Sie machten noch einige Einwendungen, aber es half nichts. Sie mussten ihm die süßen Lippen hinreichen. Heinrich schämte sich nur vor seiner ernsten Nachbarin, sonst hätte er sich laut über das Vorrecht der Dichter gefreut. Veronika war unter den Kranzträgerinnen. Sie kam fröhlich zurück und sagte zu Heinrich, »Nicht wahr? Es ist hübsch, wenn man ein Dichter ist.« Heinrich getraute sich nicht, diese Frage zu benutzen. Der Übermut der Freude und der Ernst der ersten Liebe kämpften in seinem Gemüt. Die reizende Veronika scherzte mit den anderen. Und so gewann er Zeit, den ersten etwas zu dämpfen. Mathilde erzählte ihm, dass sie die Gitarre spiele. »Ach«, sagte Heinrich, »von Euch möchte ich sie lernen. Ich habe mich lange danach gesehnt. Mein Vater hat mich unterrichtet. Er spielt sie unvergleichlich,« sagte sie errötend. »Ich glaube doch,« erwiderte Heinrich, »dass ich sie schneller bei Euch lerne. »Wie freue ich mich, Euren Gesang zu hören. Stellt Euch nur nicht zu viel vor.« »Oh«, sagte Heinrich, »was sollte ich nicht erwarten können, da Eure bloße Rede schon Gesang ist und Eure Gestalt eine himmlische Musik verkündigt.« Mathilde schwieg. Ihr Vater fing ein Gespräch mit ihm an, in welchem Heinrich mit der lebhaftesten Begeisterung sprach. Die Nächsten wunderten sich über des Jünglings Beretsamkeit, über die Fülle seiner bildlichen Gedanken. Mathilde sah ihn mit stiller Aufmerksamkeit an. Sie schien sich über seine Reden zu freuen, die sein Gesicht mit den sprechendsten Minen noch mehr erklärte. Seine Augen glänzten ungewöhnlich. Er sah sich zuweilen nach Mathilden um, die über den Ausdruck seines Gesichts erstaunte. Im Feuer des Gesprächs ergriff er unvermerkt ihre Hand und sie konnte nicht umhin, manches, was er sagte, mit einem leisen Druck zu bestätigen. Klingsor wusste seinen Enthusiasmus zu unterhalten und lockte allmählich seine ganze Seele auf die Lippen. Endlich stand alles auf. Alles schwärmte durcheinander. Heinrich war an Mathildens Seite geblieben. Sie standen unbemerkt abwärts. Er hielt ihre Hand und küßte sie zärtlich. Sie ließ sie ihm und blickte ihn mit unbeschreiblicher Freundlichkeit an. Er konnte sich nicht halten, neigte sich zu ihr und küßte ihre Lippen. Sie war überrascht und erwiderte unwillkürlich seinen heißen Kuss. Gute Mathilde, lieber Heinrich, das war alles, was sie einander sagen konnten. Sie drückte seine Hand und ging unter die anderen. Heinrich stand wie im Himmel. Seine Mutter kam auf ihn zu. Er ließ seine ganze Zärtlichkeit an ihr aus. Sie sagte, »Ist es nicht gut, dass wir nach Augsburg gereist sind?« »Nicht wahr? Es gefällt dir.« »Liebe Mutter«, sagte Heinrich, »so habe ich es mir doch nicht vorgestellt.« »Es ist ganz herrlich.« Der Rest des Abends verging in unendlicher Fröhlichkeit. Die Alten spielten, plauderten und sahen den Tänzen zu. Die Musik wogte wie ein Lustmeer im Saale und hob die berauschte Jugend. Heinrich fühlte die entzückenden Weissagungen der ersten Lust und Liebe zugleich. Auch Mathilde ließ sich willig von den schmeichelnden Wellen tragen und verbarg ihr zärtliches Zutrauen, ihre aufkeimende Neigung zu ihm, nur hinter einem leichten Flor. Der alte Schwaning bemerkte das kommende Verständnis und neckte beide. Klingensor hatte Heinrichen liebgewonnen und freute sich seiner Zärtlichkeit. Die anderen Jünglinge und Mädchen hatten es bald bemerkt. Sie zogen die ernste Mathilde mit dem jungen Thüringer auf und verhehlte nicht, dass es ihnen lieb sei, Mathildens Aufmerksamkeit nicht mehr bei ihren Herzensgeschäften scheuen zu dürfen. Es war tief in der Nacht, als die Gesellschaft auseinanderging. »Das erste und einzige Fest meines Lebens«, sagte Heinrich zu sich selbst, »Als er allein war und seine Mutter sich ermüde zur Ruhe gelegt hatte, ist mir nicht zumute, wie in jenem Traume beim Anblick der blauen Blume, welcher sonderbare Zusammenhang ist zwischen Mathilden und dieser Blume. Jenes Gesicht, das aus dem Kelche sich mir entgegenneigte, es war Mathildens himmlisches Gesicht. Und nun erinnere ich mich auch, es in jenem Buche gesehen zu haben. Aber warum hat es dort mein Herz nicht so bewegt? Oh, sie ist der sichtbare Geist des Gesanges, eine würdige Tochter ihres Vaters. Sie wird mich in Musik auflösen. Sie wird meine innerste Seele, die Hüterin meines heiligen Feuers sein. Welche Ewigkeit von Treue fühle ich in mir. Ich ward nur geboren, um sie zu verehren, um ihr ewig zu dienen, um sie zu denken und zu empfinden. Gehört nicht ein eigenes, ungeteiltes Dasein zu ihrer Anschauung und Anbetung? Und bin ich der Glückliche, dessen Wesen das Echo, der Spiegel des Irrigen sein darf? Es war kein Zufall, dass ich sie am Ende meiner Reise sah, dass ein seliges Fest den höchsten Augenblick meines Lebens umgab. Es konnte nicht anders sein. Macht ihre Gegenwart nicht alles festlich? Er trat ans Fenster. Das Chor der Gestirne stand am dunklen Himmel. Und im Morgen kündigte ein weißer Schein den kommenden Tag an. Mit vollem Entzücken rief Heinrich aus, »Euch, ihr ewigen Gestirne, ihr stillen Wanderer, euch rufe ich zu Zeugen meines heiligen Schwurs an. Für Mathilden will ich leben, und ewige Treue soll mein Herz an das Irrige knüpfen. Auch mir bricht der Morgen eines ewigen Tages an. Die Nacht ist vorüber. Ich zünde der aufgehenden Sonne mich selbst zum nie verglühenden Opfer an. Heinrich war erhitzt, und nur spät gegen Morgen schlief er ein. In wunderliche Träume flossen die Gedanken seiner Seele zusammen. Ein tiefer blauer Strom schimmerte aus der grünen Ebene herauf. Auf der glatten Fläche schwamm ein Kahn. Mathilde saß und ruderte. Sie war mit Kränzen geschmückt, sang ein einfaches Lied und sah nach ihm mit süßer Wehmut herüber. Seine Brust war beklommen. Er wusste nicht, warum. Der Himmel war heiter, die Flut ruhig. Ihr himmlisches Gesicht spiegelte sich in den Wellen. Auf einmal fing der Kahn an, sich umzudrehen. Er rief ihr ängstlich zu. Sie lächelte und legte das Ruder in den Kahn, der sich immerwährend drehte. Eine ungeheure Bangigkeit ergriff ihn. Er stürzte sich in den Strom, aber er konnte nicht fort. Das Wasser trug ihn. Sie winkte, sie schien ihm etwas sagen zu wollen. Der Kahn schöpfte schon Wasser, doch lächelte sie mit einer unsäglichen Innigkeit und sah heiter in den Wirbel hinein. Auf einmal zog es sie hinunter. Eine leise Luft strich über den Strom, der ebenso ruhig und glänzend floss wie vorher. Die entsetzliche Angst raubte ihm das Bewusstsein. Das Herz schlug nicht mehr. Er kam erst zu sich, als er sich auf trockenem Boden fühlte. Er mochte weit geschwommen sein. Es war eine fremde Gegend. Er wusste nicht, wie ihm geschehen war. Sein Gemüt war verschwunden. Gedankenlos ging er tiefer ins Land. Entsetzlich matt fühlte er sich. Eine kleine Quelle kam aus einem Hügel. Sie tönte wie lauter Glocken. Mit der Hand schöpfte er einige Tropfen und netzte seine dürren Lippen. Wie ein banger Traum lag die schreckliche Begebenheit hinter ihm. Immer weiter und weiter ging er. Blumen und Bäume redeten ihn an. Ihm wurde so wohl und heimatlich zu Sinne. Da hörte er jenes einfache Lied wieder. Er lief den Tönen nach. Auf einmal hielt ihn jemand am Gewande zurück. Lieber Heinrich rief eine bekannte Stimme. Er sah sich um und Mathilde schloss ihn in ihre Arme. Warum liefest du so vor mir, liebes Herz, sagte sie tief atmend. Kaum konnte ich dich einholen. Heinrich weinte. Er drückte sie an sich. Wo ist der Strom? rief er mit Tränen. Siehst du nicht seine blauen Wellen über uns? Er sah hinauf und der blaue Strom floss leise über ihrem Haupte. Wo sind wir, liebe Mathilde? Bei uns sein Eltern. Bleiben wir zusammen? Ewig versetzte sie, indem sie ihre Lippen an die seinigen drückte und ihn so umschloß, dass sie nicht wieder von ihm konnte. Sie sagte ihm ein wunderbares, geheimes Wort in den Mund, was sein ganzes Wesen durchklang. Er wollte es wiederholen, als sein Großvater rief und er aufwachte. Er hätte sein Leben darum geben mögen, das Wort noch zu wissen. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Heinrich von Offterdingen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Heinrich von Offterdingen von Novalis Abschnitt 9 Die Erwartung Siebentes Kapitel Klingsor stand vor seinem Bette und bot ihm freundlich guten Morgen. Er ward munter und fiel Klingsor um den Hals. Das gilt euch nicht, sagte Schwaning. Heinrich lächelte und verbarg sein Erröten an den Wangen seiner Mutter. Habt ihr Lust, mit mir vor der Stadt auf einer schönen Anhöhe zu frühstücken? sagte Klingsor. Der herrliche Morgen wird euch erfrischen. Kleidet euch an. Mathilde wartet schon auf uns. Heinrich dankte mit tausend Freuden für diese willkommene Einladung. In einem Augenblick war er fertig und küsste Klingsor mit vieler Inbrunst die Hand. Sie gingen zu Mathilden, die in ihrem einfachen Morgenkleide wunderlieblich aussah und ihn freundlich grüßte. Sie hatte schon das Frühstück in ein Körbchen gepackt, das sie an den einen Arm hing und die andere Hand unbefangen Heinrichen reichte. Klingsor folgte ihnen, und so wandelten sie durch die Stadt, die schon voller Lebendigkeit war, nach einem kleinen Hügel am Flusse, wo sich unter einigen hohen Bäumen eine weite und volle Aussicht öffnete. Habe ich doch schon oft, rief Heinrich aus, mich an dem Aufgang der bunten Natur, an der friedlichen Nachbarschaft ihres mannigfaltigen Eigentums ergötzt. Aber eine so schöpferische und gediegene Heiterkeit hat mich noch nie erfüllt wie heute. Jene Fernen sind mir so nah, und die reiche Landschaft ist mir wie eine innere Fantasie. Wie veränderlich ist die Natur, so unwandelbar auch ihre Oberfläche zu sein scheint. Wie anders ist sie, wenn ein Engel, wenn ein kräftigerer Geist neben uns ist, als wenn ein Notleidender vor uns klagt oder ein Bauer uns erzählt, wie ungünstig die Witterung ihm sei und wie nötig er düstere Regentage für seine Saat brauche. Euch, teuerster Meister, bin ich dieses Vergnügen schuldig. Ja, dieses Vergnügen, denn es gibt kein anderes Wort, was wahrhafter den Zustand meines Herzens ausdrückte. Freude, Lust und Entzücken sind nur die Glieder des Vergnügens, das sie zu einem höheren Leben verknüpft. Er drückte Mathildens Hand an sein Herz und versank mit einem feurigen Blick in ihr mildes, empfängliches Auge. Die Natur, versetzte Klingzor, ist für unser Gemüt, was ein Körper für das Licht ist. Er hält es zurück, er bricht es in eigentümliche Farben. Er zündet auf seiner Oberfläche oder in seinem Innern ein Licht an, das, wenn es seiner Dunkelheit gleichkommt, ihn klar und durchsichtig macht, wenn es sie überwiegt, von ihm ausgeht, um andere Körper zu erleuchten. Aber selbst der dunkelste Körper kann durch Wasser, Feuer und Luft dahin gebracht werden, dass er hell und glänzend wird. Ich verstehe euch, lieber Meister. Die Menschen sind Kristalle für unser Gemüt. Sie sind die durchsichtige Natur. Liebe Mathilde, ich möchte euch einen köstlichen Lautern Saphir nennen. Ihr seid klar und durchsichtig wie der Himmel, die ihr erleuchtet mit dem mildesten Lichte. Aber sagt mir, lieber Meister, ob ich recht habe. Mich düngt, dass man gerade, wenn man am innigsten mit der Natur vertraut ist, am wenigsten von ihr sagen könnte und möchte. Wie man das nimmt, versetzte Klingzor, ein anderes ist es mit der Natur für unseren Genuss und unser Gemüt, ein anderes mit der Natur für unseren Verstand, für das leitende Vermögen unserer Weltkräfte. Man muss sich wohl hüten, nicht eins über das andere zu vergessen. Es gibt viele, die nur die eine Seite kennen und die andere geringschätzen. Aber beide kann man vereinigen und man wird sich wohl dabei befinden. Schade, dass so wenige darauf denken, sich in ihrem Innern frei und geschickt bewegen zu können und durch eine gehörige Trennung, sich den zweckmäßigsten und natürlichsten Gebrauch ihrer Gemütskräfte zu sichern. Gewöhnlich hindert eine die andere. Und so entsteht allmählich eine unbehülfliche Trägheit, dass wenn nun solche Menschen einmal mit gesamten Kräften aufstehen wollen, eine gewaltige Verwirrung und Streit beginnt und alles übereinander ungeschickt herstolpert. Ich kann euch nicht genug anrühmen, euren Verstand, euren natürlichen Trieb zu wissen, wie alles sich begibt und untereinander nach Gesetzen der Folge zusammenhängt, mit Fleiß und Mühe zu unterstützen. Nichts ist dem Dichter unentbehrlicher als Einsicht in die Natur jedes Geschäfts, Bekanntschaft mit den Mitteln, jeden Zweck zu erreichen und Gegenwart des Geistes, nach Zeit und Umständen, die schicklichsten zu wählen. Begeisterung ohne Verstand ist unnütz und gefährlich, und der Dichter wird wenig Wunder tun können, wenn er selbst über Wunder erstaunt, Ist aber dem Dichter nicht ein inniger Glaube an die menschliche Regierung des Schicksals unentbehrlich? Unentbehrlich allerdings, weil er sich das Schicksal nicht anders vorstellen kann, wenn er reiflich darüber nachdenkt. Aber wie entfernt ist diese heitere Gewissheit von jener ängstlichen Ungewissheit, von jener blinden Furcht des Aberglaubens? Und so ist auch die kühle, belebende Wärme eines dichterischen Gemüts gerade das Widerspiel von jener wilden Hitze eines kränklichen Herzens. Diese ist arm, betäubend und vorübergehend. Jene sondert alle Gestalten rein ab, begünstigt die Ausbildung der mannigfaltigsten Verhältnisse und ist ewig durch sich selbst. Der junge Dichter kann nicht kühl, nicht besonnen genug sein. Zur wahren, melodischen Gesprächigkeit gehört ein weiter, aufmerksamer und ruhiger Sinn. Es wird ein verworrenes Geschwätz, wenn ein reißender Sturm in der Brust tobt und die Aufmerksamkeit in eine zitternde Gedankenlosigkeit auflöst. Nochmals wiederhole ich, das echte Gemüt ist wie das Licht, ebenso ruhig und empfindlich, ebenso elastisch und durchdringlich, ebenso mächtig und ebenso unmerklich wirksam als dieses köstliche Element, das auf alle Gegenstände sich mit feiner Abgemessenheit verteilt und sie alle in reizender Mannigfaltigkeit erscheinen lässt. Der Dichter ist reiner Stahl, ebenso empfindlich wie ein zerbrechlicher Glasfaden und ebenso hart wie ein ungeschmeidiger Kiesel. Ich habe das schon zuweilen gefühlt, sagte Heinrich, dass ich in den innigsten Minuten weniger lebendig war als zu anderen Zeiten, wo ich frei umhergehen und alle Beschäftigungen mit Lust treiben konnte. Ein geistiges, scharfes Wesen durchdrang mich dann und ich durfte jeden Sinn nach Gefallen gebrauchen, jeden Gedanken wie einen wirklichen Körper umwenden und von allen Seiten betrachten. Ich stand mit stillem Anteil an der Werkstatt meines Vaters und freute mich, wenn ich ihm helfen und etwas geschickt zustande bringen konnte. Geschicklichkeit hat einen ganz besonderen stärkenden Reiz und es ist wahr, ihr Bewusstsein verschafft einen dauerhafteren und deutlicheren Genuss als jenes überfließende Gefühl einer unbegreiflichen, überschwänglichen Herrlichkeit. Glaub nicht, sagte Klingzor, dass ich das Letztere tadele, aber es muss von selbst kommen und nicht gesucht werden. Seine sparsame Erscheinung ist wohltätig, öfterer wird sie ermüdend und schwächend. Man kann nicht schnell genug sich aus der süßen Betäubung reißen, die es hinterlässt und zu einer regelmäßigen und mühsamen Beschäftigung zurückkehren. Es ist wie mit den anmutigen Morgenträumen, aus deren einschläferndem Wirbel man nur mit Gewalt sich herausziehen kann, wenn man nicht in immer drückendere Müdigkeit geraten und so in krankhafter Erschöpfung nachher den ganzen Tag hinschleppen will. Die Poesie will vorzüglich, fuhr Klingzor fort, als strenge Kunst getrieben werden. Als bloßer Genuss hört sie auf, Poesie zu sein. Ein Dichter muss nicht den ganzen Tag müßig herumlaufen und auf Bilder und Gefühle Jagd machen. Das ist ganz der verkehrte Weg. Ein reines, offenes Gemüt, Gewandtheit im Nachdenken und Betrachten und Geschicklichkeit alle seine Fähigkeiten in eine gegenseitig belebende Tätigkeit zu versetzen und darin zu erhalten. Das sind die Erfordernisse unserer Kunst. Wenn Ihr Euch mir überlassen wollt, so soll kein Tag Euch vergehen, wo Ihr nicht Eure Kenntnisse bereichert und einige nützliche Einsichten erlangt habt. Die Stadt ist reich an Künstlern aller Art. Es gibt einige erfahrene Staatsmänner, einige gebildete Kaufleute hier. Man kann ohne große Umstände mit allen Ständen, mit allen Gewerben, mit allen Verhältnissen und Erfordernissen der menschlichen Gesellschaft sich bekannt machen. Ich will Euch mit Freuden in dem Handwerksmäßigen unserer Kunst unterrichten und die merkwürdigsten Schriften mit Euch lesen. Ihr könnt Mathildens Lehrstunden teilen und sie wird Euch gern die Gitarre spielen lehren. Jede Beschäftigung wird die Übrigen vorbereiten. Und wenn Ihr so Euren Tag gut angelegt habt, so werden Euch das Gespräch und die Freuden des gesellschaftlichen Abends und die Ansichten der schönen Landschaft umher mit den heitersten Genüssen immer wieder überraschen. Welches herrliche Leben schließt Ihr mir auf, liebster Meister? Unter Eurer Leitung werde ich erst merken, welches edle Ziel vor mir steht und wie ich es nur durch Euren Rat zu erreichen hoffen darf. Klingsor umarmte ihn zärtlich. Mathilde brachte ihnen das Frühstück und Heinrich fragte sie mit zärtlicher Stimme, ob sie ihn gern zum Begleiter ihres Unterrichts und zum Schüler annehmen wolle. Ich werde wohl ewig Euer Schüler bleiben, sagte er, indem sich Klingsor nach einer anderen Seite wandte. Sie neigte sich unmerklich zu ihm hin. Er umschlang sie und küßte den weichen Mund des errötenden Mädchens. Nur sanft bog sie sich von ihm weg, doch reichte sie ihm mit der kindlichsten Anmut eine Rose, die sie am Busen trug. Sie machte sich mit ihrem Körbchen zu tun. Heinrich sah ihr mit stillem Entzücken nach, küßte die Rose, heftete sie an seine Brust und ging auf Klingsors Seite, der nach der Stadt hinübersah. Wo seid ihr hergekommen? fragte Klingsor. Über jenen Hügel herunter, erwiderte Heinrich. In jene Ferne verliert sich unser Weg. Ihr müsst schöne Gegenden gesehen haben. Fast ununterbrochen sind wir durch reizende Landschaften gereiset. Auch Eure Vaterstadt hat wohl eine anmutige Lage? Die Gegend ist abwechselnd genug, doch ist sie noch wild, und ein großer Fluß fehlt ihr. Die Ströme sind die Augen einer Landschaft. Die Erzählung Eurer Reise, sagte Klingsor, hat mir gestern Abend eine angenehme Unterhaltung gewährt. Ich habe wohl gemerkt, dass der Geist der Dichtkunst Euer freundlicher Begleiter ist. Eure Gefährten sind unbemerkt seine Stimmen geworden. In der Nähe des Dichters bricht die Poesie überall aus. Das Land der Poesie, das romantische Morgenland, hat Euch mit seiner süßen Wehmut begrüßt. Der Krieg hat Euch in seiner wilden Herrlichkeit angeredet. Und die Natur und Geschichte sind Euch unter der Gestalt eines Bergmanns und eines Einsiedlers begegnet. Ihr vergesst das Beste, lieber Meister, die himmlische Erscheinung der Liebe. Es hängt nur von Euch ab, diese Erscheinung mir auf ewig festzuhalten. Was meinst Du, rief Klingsor, indem er sich zu Mathilden wandte, die eben auf ihn zukam, Hast Du Lust, Heinrichs unzertrennliche Gefährtin zu sein? Wo Du bleibst, bleibe ich auch. Mathilde erschrak. Sie flog in die Arme ihres Vaters. Heinrich zitterte in unendlicher Freude. Wird er mich denn ewig geleiten wollen, lieber Vater? Frage ihn selbst, sagte Klingsor gerührt. Sie sah Heinrichen mit der innigsten Zärtlichkeit an. Meine Ewigkeit ist ja Dein Werk, rief Heinrich. Indem ihm die Tränen über die blühenden Wangen stürzten. Sie umschlangen sich zugleich. Klingsor faßte sie in seine Arme. Meine Kinder, rief er, seid einander treu bis in den Tod. Liebe und Treue werden Euer Leben zur ewigen Poesie machen. Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 10 Die Erwartung Achtes Kapitel Nachmittags führte Klingsor seinen neuen Sohn, an dessen Glück seine Mutter und Großvater den zärtlichsten Anteil nahmen und Mathilden wie seinen Schutzgeist verehrten, in seine Stube und machte ihn mit den Büchern bekannt. Sie sprachen nachher von Poesie. Ich weiß nicht, sagte Klingsor, warum man es für Poesie nach gemeiner Weise hält, wenn man die Natur für einen Poeten ausgibt. Sie ist es nicht zu allen Zeiten. Es ist in ihr wie in dem Menschen ein entgegengesetztes Wesen, die dumpfe Begierde und die stumpfe Gefühllosigkeit und Trägheit, die einen rastlosen Streit mit der Poesie führen. Er wäre ein schöner Stoff zu einem Gedicht, dieser gewaltige Kampf. Manche Länder und Zeiten scheinen, wie die meisten Menschen, ganz unter der Botmäßigkeit dieser Feinde in der Poesie zu stehen, dagegen den anderen die Poesie einheimisch und überall sichtbar ist. Für den Geschichtsschreiber sind die Zeiten dieses Kampfes äußerst merkwürdig. Ihre Darstellung ein reizendes und belohnendes Geschäft. Es sind gewöhnlich die Geburtszeiten der Dichter. Der Widersacherin ist nichts unangenehmer, als dass sie der Poesie gegenüber selbst zu einer poetischen Person wird und nicht selten in der Hitze die Waffen mit ihr tauscht und von ihrem eigenen, heimtückischen Geschosse heftig getroffen wird. Da hingegen die Wunden der Poesie, die sie von ihren eigenen Waffen erhält, leicht heilen und sie nur noch reizender und gewaltiger machen. Der Krieg überhaupt, sagte Heinrich, scheint mir eine poetische Wirkung. Die Leute glauben, sich für irgendeinen armseligen Besitz schlagen zu müssen und merken nicht, dass sie der romantische Geist aufregt, um die unnützen Schlechtigkeiten durch sich selbst zu vernichten. Sie führen die Waffen für die Sache der Poesie und beide Heere folgen einer unsichtbaren Fahne. Im Kriege, versetzte Klingzor, regt sich das Urgewässer. Neue Weltteile sollen entstehen. Neue Geschlechter sollen aus der großen Auflösung anschießen. Der wahre Krieg ist der Religionskrieg, der geht geradezu auf Untergang. Und der Wahnsinn der Menschen erscheint in seiner völligen Gestalt. Viele Kriege, besonders die von Nationalhass entspringen, gehören in diese Klasse mit. Und sie sind echte Dichtungen. Hier sind die wahren Helden zu Hause, die das edelste Gegenbild der Dichter, nichts anders als unwillkürlich von Poesie durchdrungene Weltkräfte sind. Ein Dichter, der zugleich Held wäre, ist schon ein göttlicher Gesandter, aber seiner Darstellung ist unsere Poesie nicht gewachsen. Wie versteht ihr das, lieber Vater, sagte Heinrich? Kann ein Gegenstand zu überschwänglich für die Poesie sein? Allerdings nur kann man im Grunde nicht sagen für die Poesie, sondern nur für unsere irdischen Mittel und Werkzeuge. Wenn es schon für einen einzelnen Dichter nur ein eigentümliches Gebiet gibt, innerhalb dessen er bleiben muss, um nicht alle Haltung und den Atem zu verlieren, so gibt es auch für die ganze Summe menschlicher Kräfte, eine bestimmte Grenze der Darstellbarkeit, über welche hinaus die Darstellung die nötige Dichtigkeit und Gestaltung nicht behalten kann und in ein leeres, täuschendes Unding sich verliert. Besonders als Lehrling kann man nicht genug sich vor diesen Ausschweifungen hüten, da eine lebhafte Fantasie nur gar zu gern nach den Grenzen sich begibt und übermütig das Unsinnliche, übermäßige zu ergreifen und auszusprechen sucht. Reifere Erfahrung lehrt erst, jene Unverhältnismäßigkeit der Gegenstände zu vermeiden und die Aufspürung des Einfachsten und Höchsten der Weltweisheit überlassen. Der ältere Dichter steigt nicht höher, als er es gerade nötig hat, um seinen mannigfaltigen Vorrat in eine leichtfassliche Ordnung zu stellen und hütet sich wohl, die Mannigfaltigkeit zu verlassen, die ihm Stoff genug und auch die nötigen Vergleichspunkte darbietet. Ich möchte fast sagen, das Chaos muss in jeder Dichtung durch den regelmäßigen Flur der Ordnung schimmern, Den Reichtum der Erfindung macht nur eine leichte Zusammenstellung fasslich und anmutig, dagegen auch das bloße Ebenmaß die unangenehme Dürre einer Zahlenfigur hat. Die beste Poesie liegt uns ganz nahe und ein gewöhnlicher Gegenstand ist nicht selten ihr liebster Stoff. Für den Dichter ist die Poesie an beschränkte Werkzeuge gebunden und eben dadurch wird sie zur Kunst. Die Sprache überhaupt hat ihren bestimmten Kreis. Noch enger ist der Umfang einer besonderen Volkssprache. Durch Übung und Nachdenken lernt der Dichter seine Sprache kennen. Er weiß, was er mit ihr leisten kann, genau und wird keinen törichten Versuch machen, sie über ihre Kräfte anzuspannen. Nur selten wird er alle ihre Kräfte in einen Punkt zusammendrängen, denn sonst wird er ermüdend und vernichtet selbst die kostbare Wirkung seiner gut angebrachten Kraftäußerung. Auf seltsame Sprünge richtet sie nur ein Gaukler, kein Dichter ab. Überhaupt können die Dichter nicht genug von den Musikern und Malern lernen. In diesen Künsten wird es recht auffallend, wie nötig es ist, wirtschaftlich mit den Hilfsmitteln der Kunst umzugehen und wie viel auf geschickte Verhältnisse ankommt. Dagegen könnten freilich jene Künstler auch von uns die poetische Unabhängigkeit und den inneren Geist jeder Dichtung und Erfindung jedes echten Kunstwerks überhaupt dankbar annehmen. Sie sollten poetischer und wir musikalischer und malerischer sein. Beides nach der Art und Weise unserer Kunst. Der Stoff ist nicht der Zweck der Kunst, aber die Ausführung ist es. Du wirst selbst sehen, welche Gesänge dir am besten geraten, gewiss die, deren Gegenstände dir am geläufigsten und gegenwärtigsten sind. Daher kann man sagen, dass die Poesie ganz auf Erfahrung beruht. Ich weiß selbst, dass mir in jungen Jahren ein Gegenstand nicht leicht zu entfernt und zu unbekannt sein konnte, den ich nicht am liebsten besungen hätte. Was wurde es? Ein leeres, armseliges Wortgeräusch ohne einen Funken wahrer Poesie. Daher ist auch ein Märchen eine sehr schwierige Aufgabe und selten wird ein junger Dichter sie gut lösen. Ich möchte gern eins von dir hören, sagte Heinrich. Die wenigen, die ich gehört habe, haben mich unbeschreiblich ergötzt, so unbedeutend sie auch sein mochten. Ich will heute Abend deinen Wunsch befriedigen. Es ist mir eins erinnerlich, was ich noch in ziemlich jungen Jahren machte, wovon es auch noch deutliche Spuren in sich trägt. Indes wird es dich vielleicht desto lehrreicher unterhalten und dich an manches erinnern, was ich dir gesagt habe. Die Sprache, sagte Heinrich, ist wirklich eine kleine Welt in Zeichen und Tönen. Wie der Mensch sie beherrscht, so möchte er gern die große Welt beherrschen und sich frei darin ausdrücken können. Und eben in dieser Freude das, was außer der Welt ist, in ihr zu offenbaren, das tun zu können, was eigentlich der ursprüngliche Trieb unseres Daseins ist, liegt der Ursprung der Poesie. Es ist recht übel, sagte Klingzor, dass die Poesie einen besonderen Namen hat und die Dichter eine besondere Zunft ausmachen. Es ist gar nichts Besonderes. Es ist die eigentümliche Handlungsweise des menschlichen Geistes. Dichtet und trachtet nicht jeder Mensch in jeder Minute. Eben trat Mathilde ins Zimmer, als Klingzor noch sagte, man betrachte nur die Liebe. Nirgends wird wohl die Notwendigkeit der Poesie zum Bestand der Menschheit so klar als in ihr. Die Liebe ist stumm, nur die Poesie kann für sie sprechen. Oder die Liebe ist selbst nichts, als die höchste Naturpoesie. Doch ich will dir nicht Dinge sagen, die du besser weißt als ich. Du bist ja der Vater der Liebe, sagte Heinrich, indem er Mathilden umschlang und beide seine Hände küssten. Kling so umarmte sie und ging hinaus. Liebe Mathilde, sagte Heinrich, nach einem langen Kusse, es ist mir wie ein Traum, dass du mein bist, aber noch wunderbarer ist mir es, dass du es nicht immer gewesen bist. Mich düngt, sagte Mathilde, ich kannte dich seit undenklichen Zeiten. Kannst du mich denn lieben? Ich weiß nicht, was Liebe ist, aber das kann ich dir sagen, dass mir ist, als finge ich erst jetzt zu leben an und dass ich dir so gut bin, dass ich gleich für dich sterben wollte. Meine Mathilde, erst jetzt fühle ich, was es heißt, unsterblich zu sein. Lieber Heinrich, wie unendlich gut bist du, welcher herrliche Geist spricht aus dir, ich bin ein armes unbedeutendes Mädchen. Wie du mich tief beschämst, bin ich doch nur durch dich, was ich bin. Ohne dich wäre ich nichts. Was ist ein Geist ohne Himmel? Und du bist der Himmel, der mich trägt und erhält. Welches selige Geschöpf wäre ich, wenn du so treu wärst wie mein Vater. Meine Mutter starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater weint fast alle Tage noch um sie. Ich verdiene es nicht, aber ich möchte glücklicher sein als er. Ich lebte gern recht lange an deiner Seite, lieber Heinrich. Ich werde durch dich gewiss viel besser. Ach, Mathilde, auch der Tod wird uns nicht trennen. Nein, Heinrich, wo ich bin, wirst du sein. Ja, wo du bist, Mathilde, werd ich ewig sein. Ich begreife nichts von der Ewigkeit, aber ich dächte, das müsste die Ewigkeit sein, was ich empfinde, wenn ich an dich denke. Ja, Mathilde, wir sind ewig, weil wir uns lieben. Du glaubst nicht lieber, wie inbrünstig ich heute früh, wie wir nach Hause kamen, vor dem Bilde der himmlischen Mutter niederkniete, wie unsäglich ich zu ihr gebetet habe. Ich glaubte in Tränen zu zerfließen. Es kam mir vor, als lächelte sie mir zu. Nun weiß ich erst, was Dankbarkeit ist. O Geliebte, der Himmel hat dich mir zur Verehrung gegeben. Ich bete dich an. Du bist die Heilige, die meine Wünsche zu Gott bringt, durch die er sich mir offenbart, durch die er mir die Fülle seiner Liebe kundtut. Was ist die Religion als ein unendliches Einverständnis, eine ewige Verbindung liebender Herzen? Wo zwei versammelt sind, ist er ja unter ihnen. Ich habe ewig an dir zu atmen. Meine Brust wird nie aufhören, dich in sich zu die göttliche Herrlichkeit, das ewige Leben in der lieblichsten Hülle. Ach Heinrich, du weißt das Schicksal der Rosen, wirst du auch die welken Lippen, die bleichen Wangen mit Zärtlichkeit an deine Lippen drücken? Werden die Spuren des Alters nicht die Spuren der vorüber gegangenen Liebe sein? Oh, könntest du durch meine Augen in mein Gemüt sehen, aber du liebst und so glaubst du mir auch? Ich begreife das nicht, was man von der Vergänglichkeit der Reize sagt. Oh, sie sind unverwelklich. Was mich so unzertrennlich zu dir zieht, was ein ewiges Verlangen in mir geweckt hat, das ist nicht aus dieser Zeit. Könntest du nur sehen, wie du mir erscheinst, welches wunderbare Bild Deine Gestalt durchdringt und mir überall entgegenleuchtet. Du würdest kein Alter fürchten. Deine irdische Gestalt ist nur ein Schatten dieses Bildes. Die irdischen Kräfte ringen und quellen, um es festzuhalten, aber die Natur ist noch unreif. Das Bild ist ein ewiges Urbild, ein Teil der unbekannten heiligen Welt. Ich verstehe dich, lieber Heinrich, denn ich sehe etwas ähnliches, wenn ich dich anschaue. Ja, Mathilde, die höhere Welt ist uns näher, als wir gewöhnlich denken. Schon hier leben wir in ihr, und wir erblicken sie auf das Innigste mit der irdischen Natur verwebt. Du wirst mir noch viel herrlichere Sachen offenbaren, Geliebtester. O Mathilde, von dir allein kommt mir die Gabe der Weissagung. Alles ist ja dein, was ich habe. Deine Liebe wird mich in die Heiligtümer des Lebens, in das Allerheiligste des Gemüts führen. Du wirst mich zu den höchsten Anschauungen ob unsere Liebe nicht dereinst noch zu Flammen fittichen wird, die uns aufheben und uns in unsere himmlische Heimat tragen, ehe das Alter und der Tod uns erreichen. Ist es nicht schon ein Wunder, dass du mein bist, dass ich dich in meinen Armen halte, dass du mich liebst und ewig mein sein willst? Auch mir ist jetzt alles glaublich und ich fühle ja so deutlich eine es, ob sie uns nicht verklärt und die irdischen Banden allmählich auflöst. Sage mir nur, Heinrich, ob du auch schon das grenzenlose Vertrauen zu mir hast, was ich zu dir habe. Noch nie habe ich so etwas gefühlt, selbst nicht gegen meinen Vater, den ich doch so unendlich liebe. Liebe Mathilde, es peinigt mich ordentlich, dass ich dir nicht alles auf einmal sagen, dass ich dir nicht gleich mein ganzes Herz auf einmal hingeben kann. Es ist auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich ganz offen bin. Keinen Gedanken, keine Empfindung kann ich vor dir mehr geheim haben. Du musst alles wissen. Mein ganzes Wesen soll sich mit dem Deinigen vermischen. Nur die grenzenloseste Hingebung kann meiner Liebe genügen. In ihr besteht sie ja. sie ist ja ein geheimnisvolles Zusammenfließen unsers geheimsten und eigentümlichsten Daseins. Heinrich, so können sich noch nie zwei Menschen geliebt haben. Ich kann's nicht glauben, es gab ja noch keine Mathilde, auch keinen Heinrich. Ach, schwör es mir noch einmal, dass du ewig mein bist. Die Liebe ist eine endlose Wiederholung. Ja, Heinrich, ich schwöre ewig dein zu sein, bei der unsichtbaren Gegenwart meiner guten Mutter. Ich schwöre ewig dein zu sein, Mathilde, so wahr die Liebe die Gegenwart Gottes bei uns ist. Eine lange Umarmung, unzählige Küsse, besiegelten den ewigen Bund des seligen Paars. Ende von Abschnitt 10 Abschnitt 11 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 11 Die Erwartung 9. Kapitel Teil 1 Abends waren einige Gäste da. Der Großvater trank die Gesundheit des jungen Brautpaars und versprach bald ein schönes Hochzeitsfest auszurichten. Was hilft das lange Zaudern, sagte der Alte. Frühe Hochzeiten, lange Liebe. Ich habe immer gesehen, Ehen, die früh geschlossen wurden, am glücklichsten waren. In spätern Jahren ist gar keine solche Andacht mehr im Ehestande als in der Jugend. Eine gemeinschaftlich genossene Jugend ist ein unzerreißliches Band. Die Erinnerung ist der sicherste Grund der Liebe. Nach Tische kamen mehrere. Heinrich bat seinen neuen Vater um die Erfüllung seines Versprechens. Klingsor sagte zu der Gesellschaft, ich habe heute Heinrichen versprochen, ein Märchen zu erzählen. Wenn ihr es zufrieden seid, so bin ich bereit. Das ist ein kluger Einfall von Heinrich sagte Schwaning, ihr habt lange nichts von euch hören lassen. Alle setzten sich um das lodernde Feuer im Kamin. Heinrich saß dicht bei Mathilden und schlang seinen Arm um sie. Klingsor begann. Die lange Nacht war eben angegangen. Der alte Held schlug an seinen Schild, dass es weit umher in den öden Gassen der Stadt erklang. Er wiederholte das Zeichen dreimal. Da fingen die hohen bunten Fenster des Palastes an, von innen heraus helle zu werden, und ihre Figuren bewegten sich. Sie bewegten sich lebhafter, je stärker das rötliche Licht ward, das die Gassen zu erleuchten begann. Auch sah man allmählich die gewaltigen Säulen und Mauern selbst sich erhellen. Endlich standen sie im reinsten milchblauen Schimmer und spielten mit den sanftesten Farben. Die ganze Gegend ward nun sichtbar und der Widerschein der Figuren, das Getümmel der Spieße, der Schwerter, der Schilde und der Helme, die sich nach hier und da erscheinenden Kronen von allen Seiten neigten und endlich wie diese verschwanden und einem schlichten grünen Kranz Platz machten, um diesen Heer einen weiten Kreis schlossen. Alles dies spiegelte sich in dem starren Meere, das den Berg umgab, auf dem die Stadt lag, und auch der ferne hohe Berggürtel, der sich rund um das Meer herzog, ward bis in die Mitte mit einem milden Abglanz überzogen. Man konnte nichts deutlich unterscheiden, doch hörte man ein wunderliches Getöse herüber, wie aus einer fernen ungeheuren Werkstatt. Die Stadt erschien dagegen hell und klar, ihre glatten, durchsichtigen Mauern warfen die schönen Strahlen zurück, und das vortreffliche Ebenmaß, der edle Stil aller Gebäude und ihre schöne Zusammenordnung kam zum Vorschein. Vor allen Fenstern standen zierliche Gefäße von Ton, voll der mannigfaltigsten Eis- und Schneeblumen, die auf das Anmutigste funkelten. Am herrlichsten nahm sich auf dem großen Platze vor dem Palaste der Garten aus, der aus Metallbäumen und Kristallpflanzen bestand und mit bunten Edelsteinblüten und Früchten übersäet war. Die Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit der Gestalten und die Lebhaftigkeit der Lichter und Farben gewährten das herrlichste Schauspiel, dessen Pracht durch einen hohen Springquell in der Mitte des Gartens, der zu Eis erstarrt war, vollendet wurde. Der alte Held ging vor den Toren des Palastes langsam vorüber. Eine Stimme rief seinen Namen im Innern. Er lehnte sich an das Tor, das mit einem sanften Klange sich öffnete und trat in den Saal. Seinen Schild hielt er vor die Augen. Hast du noch nichts entdeckt, sagte die schöne Tochter Arcturs mit klagender Stimme. Sie lag an seitenen Polstern auf einem Throne, der von einem großen Schwefel Kristall künstlich erbaut war, und einige Mädchen rieben emsig ihre zarten Glieder, die wie aus Milch und Purpur zusammengeflossen schienen. Seiten strömte unter den Händen der Mädchen das reizende Licht von ihr aus, was den Palast so wundersam erleuchtete. Ein duftender Wind wehte im Saale. Der Held schwieg. Lass mich deinen Schild berühren, sagte sie sanft. Er nährte sich dem Throne und betrat den köstlichen Teppich. Sie ergriff seine Hand, drückte sie mit Zärtlichkeit an ihren himmlischen Busen und rührte Seine Rüstung klang und eine durchdringende Kraft beseelte seinen Körper. Seine Augen blitzten und das Herz pochte hörbar an den Panzer. Die schöne Freier schien heiterer und das Licht war brennender, das von ihr ausströmte. Der König kommt, rief ein prächtiger Vogel, der im Hintergrunde des Thrones saß. Die Dienerinnen legten eine himmelblaue Decke über die Prinzessin die sie bis über den Busen bedeckte. Der Held senkte seinen Schild und sah nach der Kuppel hinauf, zu welcher zwei breite Treppen von beiden Seiten des Saals sich hinauf schlangen. Eine leise Musik ging dem Könige voran, der bald mit einem zahlreichen Gefolge in der Kuppel erschien und herunterkam. Der schöne Vogel entfaltete seine glänzenden Schwingen, bewegte sie sanft und sang dem Könige entgegen. Nicht lange wird der schöne Fremde säumen, die Wärme naht, die Ewigkeit beginnt. Die Königin erwacht aus langen Träumen, wenn Meer und Land in Liebesglut zerrinnt. Die kalte Nacht wird diese Städte räumen, wenn Fabel erst das alte Recht gewinnt. In Freiers Schoß wird sich die Welt entzünden, und jede Sehnsucht ihre Sehnsucht finden. Der König umarmte seine Tochter mit Zärtlichkeit, die Geister der Gestirne stellten sich um den Thron und der Held nahm in der Reihe seinen Platz ein. Eine unzählige Menge Sterne füllten den Saal in zierlichen Gruppen. Die Dienerinnen brachten einen Tisch und ein Kästchen, worin eine Menge Blätter lagen, auf denen heilige, tiefsinnige Zeichen standen, die aus lauter Sternbildern zusammengesetzt waren. Der König küßte ehrfurchtsvoll diese Blätter, mischte sie sorgfältig untereinander und reichte seiner Tochter einige zu. Die anderen behielt er für sich. Die Prinzessin zog sie nach der Reihe heraus und legte sie auf den Tisch. Dann betrachtete der König die Seinigen genau und wählte mit vielem Nachdenken, ehe er einst dazu hinlegte. Zu Weilen schien er dies oder jenes Blatt zu wählen. Oft aber sah man ihm die Freude an, wenn er durch ein gut getroffenes Blatt eine schöne Harmonie der Zeichen und Figuren legen konnte. Wie das Spiel anfing, sah man an allen umstehenden Zeichen der lebhaftesten Teilnahme und die sonderbarsten Minen und Gebärden, gleichsam, als hätte jeder ein unsichtbares Werkzeug in den Händen, womit er eifrig arbeite. Zugleich ließ sich eine sanfte, aber tief bewegende Musik in der Luft hören, die von den im Saale sich wunderlich durcheinander schlingenden Sternen und den übrigen sonderbaren Bewegungen zu entstehen schien. Die Sterne schwangen sich, bald langsam, bald schnell, in beständig veränderten Linien umher und bildeten nach dem Gange der Musik die Figuren der Blätter auf das kunstreichste nach. Die Musik wechselte wie die Bilder auf dem Tische unaufhörlich und so wunderlich und hart auch die Übergänge nicht selten waren, so schien doch nur ein einfaches Thema das Ganze zu verbinden. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit flogen die Sterne den Bildern nach. Sie waren bald alle in einer großen Verschlingung, bald wieder in einzelne Haufen schön geordnet, bald zerstäubte der lange Zug wie ein Strahl in unzählige Funken. Bald kam durch immer wachsende kleinere Kreise und Muster wieder eine große überraschende Figur zum Vorschein. Die bunten Gestalten in den Fenstern blieben während dieser Zeit ruhig stehen. Der Vogel bewegte unaufhörlich die Hülle seiner kostbaren Federn auf die mannigfaltigste Weise. Der alte Held hatte bisher auch sein unsichtbares Geschäft emsig betrieben, als auf einmal der König voll Freuden ausrief, es wird alles gut. Eisen, wirf du dein Schwert in die Welt, dass sie erfahren, wo der Friede ruht. Der Held riß das Schwert von der Hüfte, stellte es mit der Spitze gen und warf es aus dem geöffneten Fenster über die Stadt und das Eismeer. Wie ein Komet flog es durch die Luft und schien an dem Berggürtel mit hellem Klange zu zersplittern, denn es fiel in lauter Funken herunter. Zu der Zeit lag der schöne Knabe Eros in seiner Wiege und schlummerte sanft, während Ginnistan seine Amme die Wiege schaukelte und seiner Milchschwester Fabel die Brust reichte. Ihr buntes Halstuch hatte sie über die Wiege ausgebreitet, dass die hellbrennende Lampe, die der Schreiber vor sich stehen hatte, das Kind mit ihrem Scheine nicht beunruhigen möchte. Der Schreiber schrieb unverdrossen, sah sich nur zuweilen mürrisch nach den Kindern um und schnitt der amme finstere Gesichter, die ihn gutmütig anlächelte und schwieg. Der Vater der Kinder ging immer ein und aus, indem er jedes Mal die Kinder betrachtete und Ginnistan freundlich begrüßte. Er hatte unaufhörlich dem Schreiber etwas zu sagen. Dieser vernahm ihn genau, und wenn er es aufgezeichnet hatte, reichte er die Blätter einer edlen göttergleichen Frau hin, die sich an einen Altar lehnte, auf welchem eine Land, in welches sie mit heiterm Lächeln blickte. Sie tauchte die Blätter jedes Mal hinein, und wenn sie beim Herausziehen gewahr wurde, dass einige Schrift stehen geblieben und glänzend geworden war, so gab sie das Blatt dem Schreiber zurück, der es in ein großes Buch heftete und oft verdrießlich zu sein schien, wenn seine Mühe vergeblich gewesen und alles ausgelöscht war. Die Frau wandte sich zu Zeiten gegen Ginnistan und die Kinder, tauchte den Finger in die Schale und spritzte einige Tropfen auf sie hin, die, sobald sie die Amme, das Kind oder die Wiege berührten, in einen blauen Dunst zerrannen, der tausend seltsame Bilder zeigte und beständig um sie herzog und sich veränderte. Traf einer davon zufällig auf den Schreiber, Figuren nieder, die er mit vieler Emsigkeit auf einen Faden zog und sich zum Zierrad um den Magern Hals hing. Die Mutter des Knaben, die wie die Anmut und Lieblichkeit selbst aussah, kam oft herein. Sie schien beständig beschäftigt und trug immer irgendein Stück Hausgeräte mit sich hinaus. Bemerkte es der argwöhnische und mit spähenden Blicken sie verfolgende Schreiber, so Aufrede, auf die aber kein Mensch achtete. Alle schienen seiner unnützten Widerreden gewohnt. Die Mutter gab auf einige Augenblicke der kleinen Fabel die Brust. Aber bald ward sie wieder abgerufen und dann nahm Ginnistan das Kind zurück, das an ihr lieber zu trinken schien. Auf einmal brachte der Vater ein zartes eisernes Stäbchen herein, das er im Hofe gefunden hatte. Der ist mit vieler Lebhaftigkeit herum und brachte bald heraus, dass es sich von selbst in der Mitte an einem Faden aufgehängt nach Norden drehe. Ginnistan nahm es auch in die Hand, bog es, drückte es, hauchte es an und hatte ihm bald die Gestalt einer Schlange gegeben, die sich nun plötzlich in den Schwanz biss. Der Schreiber ward bald des Betrachtens überdrüssig. Er schrieb alles genau auf und war sehr weitläufig über den Nutzen, den dieser Fund gewähren könne. Wie ärgerlich war er aber, als sein ganzes Schreibwerk die Probe nicht bestand und das Papier weiß aus der Schale hervorkam. Die Amme spielte fort. Zufällig berührte sie die Wiege damit. Der fing der Knabe an wach zu werden, schlug die Decke zurück, hielt die eine Hand gegen das Licht und langte mit der anderen nach der Schlange. Wie er sie erhielt, sprang er rüstig, das Ginnistan erschrak und der Schreiber beinahe vor Entsetzen vom Stuhle fiel aus der Wiege, stand nur von seinen langen goldenen Haaren bedeckt im Zimmer und betrachtete mit unaussprechlicher Freude das Kleinod, das sich in seinen Händen nach Norden aus streckte und ihn heftig im Innern zu bewegen schien. Zusehends wuchs er. Sophie, sagte er mit rührender Stimme zu der Frau, lass mich aus der Schale trinken. Sie reichte sie ihm ohne Anstand und er konnte nicht aufhören zu trinken, indem die Schale sich immer voll zu erhalten schien. Endlich gab er sie zurück, indem er die edle Frau innig umarmte. Er herzte Ginnistan und bat sie um das bunte Tuch, das er sich anständig um die Hüften bannt. Die kleine Fabel nahm er auf den Arm. Sie schien unendliches Wohlgefallen an ihm zu haben und fing zu plaudern an. Ginnistan machte sich viel, um ihn zu schaffen. Sie sah äußerst reizend und leichtfertig aus und rückte ihn mit der Innigkeit einer Braut an sich. Tür, aber Sophie winkte ernsthaft und deutete nach der Schlange. Da kam die Mutter herein, auf die er sogleich zuflog und sie mit heißen Tränen bewillkommte. Der Schreiber war ingrimmig fortgegangen. Der Vater trat herein und wie er Mutter und Sohn in stiller Umarmung sah, trat er hinter ihren Rücken zur reizenden Ginnistan und liebkoste ihr. Sophie stieg die Treppe hinauf. Die kleine Fabel nahm die Feder des Schreibers und fing zu schreiben an. Mutter und Sohn vertieften sich in ein leises Gespräch und der Vater schlich mit Ginnistan in die Kammer, um sich von den Geschäften des Tages in ihren Armen zu erholen. Nach geraumer Zeit kam Sophie zurück. Der Schreiber trat herein. Der Vater kam aus der Kammer und ging an seine Geschäfte. Ginnistan kam mit glühenden Wangen zurück. Der Schreiber jagte die kleine Fabel mit vielen Schmähungen von seinem Sitze und hatte einige Zeit nötig, seine Sachen in Ordnung zu bringen. Er reichte Sophie in die von Fabel vollgeschriebenen Blätter, um sie rein zurück zu erhalten, geriet aber bald in den äußersten Unwillen, wie Sophie die Schrift völlig glänzend und unversehrt aus der Schale zog und sie ihm hin legte. Fabel schmiegte sich an ihre Mutter, die sie an die Brust nahm und das Zimmer aufputzte, die Fenster öffnete, frische Luft herein ließ und Zubereitungen zu einem köstlichen Male machte. Man sah durch die Fenster die herrlichsten Aussichten und einen heitern Himmel über die Erde gespannt. Auf dem Hofe war der Vater in voller Tätigkeit. sah er hinauf ans Fenster, wo Ginnistan stand und ihm allerhand Näschereien herunter warf. Die Mutter und der Sohn gingen hinaus, um überall zu helfen und den gefassten Entschluß vorzubereiten. Der Schreiber rührte die Feder und machte immer eine Fratze, wenn er genötigt war, Ginnistan um etwas zu fragen, die ein sehr gutes Gedächtnis hatte und alles behielt, was sich zutrug. um die das bunte Tuch wie eine Schärpe gebunden war, zurück und bat Sophie um Rat, wann und wie er seine Reise antreten solle. Der Schreiber war vorlaut und wollte gleich mit einem ausführlichen Reiseplan dienen, aber seine Vorschläge wurden überhört. Du kannst sogleich reisen. Ginnistan mag dich begleiten, sagte Sophie. Sie weiß mit den Wegen Bescheid und ist überall gut bekannt. deiner Mutter annehmen, um dich nicht in Versuchung zu führen. Findest du den König, so denke an mich, dann komme ich, um dir zu helfen. Ginnistan tauschte ihre Gestalt mit der Mutter, worüber der Vater sehr vergnügt zu sein schien. Der Schreiber freute sich, dass die beiden fortgingen, besonders da ihm Ginnistan ihr Taschenbuch zum Abschiede schenkte, worin die Chronik kleine Fabel ein Dorn im Auge, und er hätte, um seiner Ruhe und Zufriedenheit willen, nichts mehr gewünscht, als dass auch sie unter der Zahl der Abreisenden sein möchte. Sophie segnete die Niederknienden ein und gab ihnen ein Gefäß voll Wasser aus der Schale mit. Die Mutter war sehr bekümmert, die kleine Fabel wäre gern mitgegangen, und der Vater war zu sehr außer Es war Nacht, wie sie abreisten, und der Mond stand hoch am Himmel. Lieber Eros, sagte Ginnistan, wir müssen eilen, dass wir zu meinem Vater kommen, der mich lange nicht gesehen und so sehnsuchtsvoll mich überall auf der Erde gesucht hat. Siehst du wohl sein bleiches abgehärmtes Gesicht? Dein Zeugnis wird mich ihm in der fremden Gestalt kenntlich machen. Die Liebe ging auf dunkler Bahn vom Monde nur erblickt. Das Schattenreich war aufgetan und seltsam aufgeschmückt. Ein blauer Dunst umschwebte sie mit einem goldenen Rand und eilig zog die Fantasie sie über Strom und Land. Es hob sich ihre volle Brust in wunderbarem Mut, ein Vorgefühl der künftigen Lust besprach die wilde Glut. Die Sehnsucht klagt und wußt es nicht, dass Liebe näher kam und tiefer grub in ihr Gesicht sich hoffnungsloser Gram. Die kleine Schlange blieb getreu, sie wies nach Norden hin und beide folgten Sorgen frei der schönen Führerin. Die Liebe ging durch Wüste hinein und durch der Wolkenland trat in den Hof des Mondes ein die Tochter an der Hand. Er saß auf seinem Silbertron allein mit seinem Harm, da hört er seines Kindes Ton und sank in ihren Arm. Eros stand gerührt bei den zärtlichen Umarmungen, endlich sammelte sich der alte erschütterte Mann und bewillkommte seinen Gast. Er ergriff sein großes Horn und stieß mit voller Macht hinein. Ein gewaltiger Ruf dröhnte durch die uralte Burg. Die spitzen Türme mit ihren glänzenden Knöpfen und die tiefen schwarzen Dächer schwankten. Die Burg stand still, denn sie war auf das Gebirge jenseits des Meeres gekommen. Von allen Seiten strömten seine Diener herzu, deren seltsame Gestalten und Trachten Genistan unendlich ergötzten und den tapferen Eros nicht erschreckten. Erstere grüßte ihre alten Bekannten und alle erschienen vor ihr mit neuer Stärke und in der ganzen Herrlichkeit ihrer Naturen. Der ungestüme Geist der Flut folgte der sanften Ebbe. Die alten Orkane legten sich an die klopfende Brust der heißen leidenschaftlichen Erdbeben. Die zärtlichen Regenschauer sahen sich nach dem bunten Bogen um, der von der Sonne, die ihn mehr anzieht, entfernt, bleich dastand. Der raue Donner schallt über die Torheiten der Blitze hinter den unzähligen Wolken hervor, die mit tausend Reizen dastanden und die feurigen Jünglinge lockten. Die beiden lieblichen Schwestern Morgen und Abend freuten sich vorzüglich über die beiden Ankömmlinge. Sie weinten sanfte Tränen in ihren Umarmungen. Unbeschreiblich war der Anblick dieses wunderlichen Hofstaats. Der alte König konnte sich an seiner Tochter nicht satt sehen. Sie fühlte sich zehnfach glücklich in ihrer väterlichen Burg und ward nicht müde, die bekannten Wunder und Seltenheiten zu beschauen. Ihre Freude war ganz unbeschreiblich, als ihr der König den Schlüssel zur Schatzkammer und die Erlaubnis gab, ein Schauspiel für Eros darin zu veranstalten, das ihn so lange unterhalten könnte, bis das Zeichen des Aufbruchs gegeben würde. Die Schatzkammer war ein großer Garten, dessen Mannigfaltigkeit und Reichtum alle Beschreibung übertraf. Zwischen den ungeheuren Wetterbäumen lagen unzählige Luftschlösser von überraschender Bauart, eins immer köstlicher als das andere. Große Herden von Schäfchen mit silberweißer, goldner und rosenfarbener Wolle irrten umher, und die sonderbarsten Tiere belebten den Hain. Merkwürdige Bilder standen hie und da, und die festlichen Aufzüge, die seltsamen Wagen, die überall zum Vorschein kamen, beschäftigten die Aufmerksamkeit unaufhörlich. Die Beete standen voll der buntesten Blumen. Die Gebäude waren gehäuft voll von Waffen aller Art, voll der schönsten Teppiche, Tapeten, Vorhänge, Trinkgeschirre und aller Arten von Geräten und Werkzeugen in unüberseelichen Reihen. Auf einer Anhöhe erblickten sie ein romantisches Land, das mit Städten und Burgen, mit Tempeln und Begräbnissen übersät war und alle Anmut bewohnter Ebenen mit den furchtbaren Reizen der Einöde und schroffer Felsengegenden vereinigte. Die schönsten Farben waren in den glücklichsten Mischungen, die Bergspitzen glänzten wie Lustfeuer in ihren Eis- und Schneehüllen. Die Ebene lachte im frischesten Grün. Die Ferne schmückte sich mit allen Veränderungen von Blau und aus der Dunkelheit des Meeres wehten unzählige bunte Wimpel von zahlreichen Flotten. Hier sah man einen Schiffbruch im Hintergrunde und vorne ein ländliches fröhliches Mal von Landleuten. Dort den schrecklich schönen Ausbruch eines Vulkans, die Verwüstungen des Erdbebens und im Vordergrunde ein liebendes Paar unter schattenden Bäumen in den süßesten Liebkosungen. Abwärts eine fürchterliche Schlacht und unter ihr ein Theater voll der lächerlichsten Masken. Nach einer anderen Seite im Vordergrunde einen jugendlichen Leichnam auf der Bahre, die ein trostloser Geliebter festhielt und die weinenden Eltern daneben. Im Hintergrunde eine liebliche Mutter mit dem Kinder an der Brust und Engel sitzend zu ihren Füßen und aus den Zweigen über ihrem Haupte herunterblickend. Die Szenen verwandelten sich unaufhörlich und flossen endlich in eine große geheimnisvolle Vorstellung zusammen. Himmel und Erde waren in vollem Aufruhr. Alle Schrecken waren losgebrochen, eine gewaltige Stimme rief zu den Waffen. Ein entsetzliches Heer von Toten gerippen, mit schwarzen Fahnen, kam wie ein Sturm von dunklen Bergen herunter und griff das Leben an, das mit seinen jugendlichen Scharen in der hellen Ebene in muntern Festen begriffen war und sich keines Angriffs versah. Es entstand ein entsetzliches Getümmel. Die Erde zitterte, der Sturm brauste und die Nacht ward von fürchterlichen Meteoren erleuchtet. Mit unerhörten Grausamkeiten zerriss das Heer der Gespenster die zarten Glieder der Lebendigen. Ein Scheiterhaufen türmte sich empor und unter dem grauenvollsten Geheul wurden die Kinder des Lebens von den Flammen verzehrt. Plötzlich brach aus dem dunklen Aschenhaufen ein milchblauer Strom nach allen Seiten aus. Die Gespenster wollten die Flucht ergreifen, aber die Flut wuchs zusehends und verschlang die scheußliche Brut. Bald waren alle Schrecken vertilgt. Himmel und Erde flossen in süße Musik zusammen. Eine wunderschöne Blume schwamm glänzend auf den sanften Wogen. Ein glänzender Bogen schloss sich über die Flut, auf welchem göttliche Gestalten auf prächtigen Thronen nach beiden Seiten herunter saßen. Sophie saß zu Oberst, die Schale in der Hand, neben einem herrlichen Manne mit einem Eichenkranze um die Locken und einer Friedenspalme statt des Zepters in der Rechten. Ein Lilienblatt bog sich über den Kelch der schwimmenden Die kleine Fabel saß auf dem selben und sang zur Harfe die süßesten Lieder. In dem Kelche lag Eros selbst über ein schönes schlummerndes Mädchen hergebeugt, die ihn fest umschlungen hielt. Eine kleinere Blüte schloss sich um beide her, sodass sie von den Hüften an in eine Blume verwandelt zu sein schienen. Eros dankte Ginnistan mit tausend Entzücken. Er umarmte sie zärtlich und sie erwiderte seine Liebkosungen. Ermüdet von der Beschwerde des Weges und den mannigfaltigen Gegenständen, die er gesehen hatte, sehnte er sich nach Bequemlichkeit und Ruhe. Ginnistan, die sich von dem schönen Jüngling lebhaft angezogen fühlte, hütete sich wohl des Trankes zu erwähnen, den Sophie ihm mitgegeben hatte. Sie führte ihn zu einem abgelegenen Bade, zog ihm die Rüstung aus und zog selbst ein Nachtkleid an, in welchem sie fremd und verführerisch aussah. Eros tauchte sich in die gefährlichen Wellen und stieg berauscht wieder heraus. Ginnistan trocknete ihn und rieb seine starken, von Jugendkraft gespannten Glieder. Er gedachte mit glühender Sehnsucht seiner Geliebten und umfasste in süßen Wahne die reizende Ginnistan. Unbesorgt überließ er sich seiner ungestümen Zärtlichkeit und schlummerte endlich nach den wollüstigsten Genüssen an dem reizenden Busen seiner Begleiterin ein. Unterdessen war zu Hause eine traurige Veränderung vorgegangen. Der Schreiber hatte das Gesinde in eine gefährliche Verschwörung verwickelt. Sein feindseliges Gemüt hatte längst Gelegenheit gesucht, sich des Hausregiments zu bemächtigen und sein Joch abzuschütteln. Er hatte sie gefunden. Zuerst bemächtigte sich sein Anhang der Mutter, die in all seine Bande gelegt wurde. Der Vater ward bei Wasser und Brot ebenfalls hingesetzt. Die kleine Fabel hörte den Lärm im Zimmer. Sie verkroch sich hinter dem Altare und wie sie bemerkte, dass eine Tür an seiner Rückseite verborgen war, so öffnete sie dieselbe mit vieler Behändigkeit und fand, dass eine Treppe in ihm hinunter ging. Sie zog die Tür nach sich und stieg im Dunkeln die Treppe hinunter. Der Schreiber stürzte mit Ungestüm herein, um sich an der kleinen Fabel zu rächen und Sophien gefangen zu nehmen. Beide waren nicht zu finden. Die Schale fehlte auch und in seinem Grimme zerschlug er den Altar in tausend Stücke, ohne jedoch die heimliche Treppe zu entdecken. Die kleine Fabel stieg geraume Zeit. Endlich kam sie auf einen freien Platz hinaus, der rundherum mit einer prächtigen Kolonnade gezirrt und durch ein großes Tor geschlossen war. Alle Figuren waren hier dunkel. Die Luft war wie ein ungeheurer Schatten. Am Himmel stand ein schwarzer strahlender Körper. Man konnte alles auf das Deutlichste unterscheiden, weil jede Figur einen anderen Anstrich von Schwarz zeigte und einen lichten Schein hinter sich warf. Licht und Schatten schienen hier ihre Rollen vertauscht zu haben. Fabel freute sich in einer neuen Welt zu sein. Sie Neugierde. Endlich kam sie an das Tor, vor welchem auf einem massiven Postument eine schöne Sphinx lag. Was suchst du? sagte die Sphinx. Mein Eigentum erwiderte Fabel. Wo kommst du her? Aus alten Zeiten. Du bist noch ein Kind und werde ewig ein Kind sein. Wer wird dir beistehen? Ich stehe für mich. Wo sind die Schwestern? fragte Fabel. Überall und nirgends gab die Sphinx zur Antwort. Kennst du mich? Noch nicht? Wo ist die Liebe? In der Einbildung? Und Sophie? Die Sphinx murmelte unvernehmlich vor sich hin und rauschte mit den Flügeln. Sophie und Liebe rief triumphierend Fabel und ging durch das Tor. Sie trat in die ungeheure Höhle und ging fröhlich auf die alten Schwestern zu, die bei der kerklichen Nacht einer schwarz brennenden Lampe ihr wunderliches Geschäft trieben. Sie taten nicht, als ob sie den kleinen Gast bemerkten, der mit artigen Liebkosungen sich geschäftig um sie erzeigte. Endlich krächzte die eine mit rauen Worten und schälem Gesicht. Was willst du hier, Musik Gängerin? Wer hat dich eingelassen? Dein kindisches Hüpfen bewegt die stille Flamme, das Öl verbrennt unnützerweise. Kannst du dich nicht hinsetzen und etwas vornehmen? Schöne Base, sagte Fabel, am Musik gehen ist mir nichts gelegen. Ich musste recht über eure Türhüterin lachen. Sie hätte mich gern an die Brust genommen, aber sie musste zu viel gegessen haben, sie konnte nicht aufstehen. Lasst mich vor der Tür sitzen und gebt mir etwas zu spinnen, denn hier kann ich nicht gut sehen, und wenn ich spinne, muss ich singen und plaudern dürfen, und das könnte euch in euren ernsthaften Gedanken stören. Hinaus sollst du nicht, aber in der Nebenkammer bricht ein Strahl der Oberwelt durch die Felsritzen, da magst du spinnen, wenn du so geschickt bist. Hier liegen ungeheure Haufen von alten Enten, die drehe zusammen, aber hüte dich, wenn du saumselig spinnst oder der Faden reißt, so schlingen sich die Fäden um dich her und ersticken dich. Die Alte lachte hämisch und spann, Fabel raffte einen Arm voll Fäden zusammen, nahm Wocken und Spindel und hüpfte singend in die Kammer. Sie sah durch die Öffnung hinaus und erblickte das Sternbild des Phönixes. Froh über das glückliche Zeichen fing sie an lustig zu spinnen, ließ die Kammertür ein wenig offen und sang halbleise. Erwacht in euren Zellen, ihr Kinder alter Zeit, lasst eure Ruhe stellen, der Morgen ist nicht weit. Ich spinne eure Fäden in einen Faden ein, aus ist die Zeit der Fäden, ein Leben sollt ihr sein. Ein jeder lebt in allen und all in jedem auch, ein Herz wird in euch wallen von einem Lebens Hauch. Noch seid ihr nichts als Seele, nur Traum und Zauberei, geht furchtbar in die Höhle und neckt die Heilge Drei. Die Spindel schwangen sich mit unglaublicher Behändigkeit zwischen den kleinen Füßen, während sie mit beiden Händen den zarten Faden drehte. Unter dem Liede wurden unzählige Lichterchen sichtbar, die aus der Türspalte schlüpften und durch die Höhle in scheußlichen Larven sich verbreiteten. Die Alten hatten während der Zeit immer mürrisch fortgesponnen und auf das Jammergeschrei der kleinen Fabel gewartet, aber wie entsetzten sie sich, als auf einmal eine erschreckliche Nase über ihre Schultern guckte und wie sie sich umsahen, die ganze Höhle voll der grässlichsten Figuren war, die tausenderlei Unfug trieben. Sie fuhren ineinander, heulten mit fürchterlicher Stimme und wären vor Schrecken zu Stein geworden, wenn nicht in diesem Augenblicke der Schreiber in die Höhle getreten wäre und eine Alraunwurzel bei sich gehabt hätte. Die Lichterchen verkrochen sich in die Felsklüfte und die Höhle wurde ganz hell, weil die schwarze Lampe in der Verwirrung umgefallen und ausgelöscht war. Die Alten waren froh, wie sie den Schreiber kommen hörten, raus, schnarchten sie fürchterlich an und verboten ihr fortzuspinnen. Der Schreiber schmunzelte höhnisch, weil er die kleine Fabel nun in seiner Gewalt zu haben glaubte und sagte, es ist gut, dass du hier bist und zur Arbeit angehalten werden kannst. Ich hoffe, dass es an Züchtigungen nicht fehlen soll. Dein guter Geist hat dich hergeführt. Ich wünsche dir langes Leben und viel Vergnügen. Ich danke dir für deinen guten Willen, sagte Fabel, man sieht dir jetzt die gute Zeit an. Dir fehlt nur noch das Stundenglas und die Hippe, so siehst du ganz wie der Bruder meiner schönen Basen aus. Wenn du Gänsespulen brauchst, so zupfe ihnen nur eine Handvoll zarten Pflaumen aus den Wangen. Der Schreiber schien Miene zu machen, über sie herzufallen. Sie lächelte und sagte, wenn dir dein schöner Haar wuchs und dein geistreiches Auge lieb sind, so nimm dich in Acht. Bedenke meine Nägel, du hast nicht viel mehr zu verlieren. Er wandte sich mit verbissener Wut zu den Alten, die sich die Augen wischten und nach ihren Wocken umher tappten. Sie konnten nichts finden, da die Lampe ausgelöscht war und ergossen sich in Schimpfreden gegen Farbe. Lasst sie doch gehen, sprach er tückisch, dass sie euch Taranteln fange zur Bereitung eures Öls. Ich wollte euch zu eurem Troste sagen, dass Eros ohne Rast umher fliegt und eure Schere fleißig beschäftigen wird. Seine Mutter, die euch so oft zwang die Fäden länger zu spinnen, wird morgen ein Raub der Flamme. Er kitzelte sich, um zu lachen, wie er sah, Fabel einige Tränen bei dieser Nachricht vergoss, gab ein Stück von der Wurzel den alten und ging naserümpfend von dannen. Die Schwestern hießen der Fabel mit zorniger Stimme Taranteln suchen, ungeachtet sie noch Öl vorrätig hatten, und Fabel eilte fort. Sie tat, als öffne sie das Tor, warf es ungestüm wieder zu und schlich sich leise nach dem Hintergrunde der Höhle, wo eine Leiter herunterhing. Sie kletterte schnell hinauf und kam bald vor eine Falltür, die sich in Arcturs Gemach öffnete. Ende von Abschnitt Elf Abschnitt Zwölf Von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt Zwölf Die Erwartung Neuntes Kapitel Teil Zwei Der König saß umringt von seinen Räten, als Fabel erschien. Die nördliche Krone zirrte sein Haupt, die Lilie hielt er mit der linken, die Waage in der rechten. Der Adler und Löwe saßen zu seinen Füßen. Monarch sagte die Fabel, indem sie sich ehrfurchtsvoll vor ihm neigte. Heil deinem festgegründeten Throne, frohe Botschaft deinem verwundeten Herzen, baldige Rückkehr der Weisheit, ewiges Erwachen dem Frieden, Ruhe der rastlosen Liebe, Verklärung des Herzens, Leben dem Altertum und Gestalt der Zukunft. Der König berührte ihre offene Stirn mit der Lilie. Was du bittest, sei dir gewährt. Dreimal werde ich bitten. Wenn ich zum vierten Mal komme, so ist die Liebe vor der Tür. Jetzt gib mir die Leier. Eridanus, bringe sie her, rief der König. Rauschend strömte Eridanus von der Decke und Fabel zog die Leier aus seinen blinkenden Fluten. Fabel tat einige weissagende Griffe. Der König ließ ihr den Becher reichen, aus dem sie nippte und mit vielen Danksagungen hinweg eilte. Sie glitt in reizenden Bogenschwüngen über das Eismeer, indem sie fröhliche Musik aus den Seiten lockte. Das Eis gab unter ihren Tritten die herrlichsten Töne von sich. Der Felsen der Trauer hielt sie für Stimmen seiner suchenden, rückkehrenden Kinder und antwortete in einem tausendfachen Echo. Fabel hatte bald das Gestade erreicht. Sie begegnete ihrer Mutter, die abgezehrt und bleich aussah, schlank und ernst geworden war und in edlen Zügen die Spuren eines hoffnungslosen Grams und rührender Treue verriet. »Was ist aus dir geworden, liebe Mutter?« sagte Fabel. »Du scheinst mir gänzlich verändert. Ohne inneres Anzeichen hätte ich dich nicht erkannt. Ich hoffte mich an deiner Brust einmal wieder zu erquicken. Ich habe lange nach dir geschmachtet.« Giniistan liebkoste sie zärtlich und sah heiter und freundlich aus. »Ich dachte es gleich«, sagte sie, »dass dich der Schreiber nicht würde gefangen haben.« Dein Anblick erfrischt mich. Es geht mir schlimm und knapp genug, aber ich tröste mich bald. Vielleicht habe ich einen Augenblick Ruhe. Eros ist in der Nähe, und wenn er dich sieht und du ihm vorplauderst, verweilt er vielleicht einige Zeit. »Indes kannst du dich an meine Brust legen. Ich will dir geben, was ich habe.« Sie nahm die Kleine auf den Schoß, reichte ihr die Brust und fuhr fort, indem sie lächelnd auf die Kleine hinuntersah, die es sich gut schmecken ließ. Ich bin selbst Ursach, dass Eros so wild und unbeständig geworden ist. Aber mich reut es dennoch nicht, denn jene Stunden, die ich in seinen Armen zubrachte, haben mich zu Unsterblichen gemacht. Ich glaubte, unter seinen feurigen Liebkosungen zu zerschmelzen. Wie ein himmlischer Räuber schien er mich grausam vernichten und stolz über sein bebendes Opfer triumphieren zu wollen. Wir erwachten spät aus dem verbotenen Rausche in einem sonderbar vertauschten Zustande. Lange, silberweiße Flügel bedeckten seine weißen Schultern und die reizende Fülle und Biegung seiner Gestalt, die Kraft, die ihn so plötzlich aus einem Knaben zum Jünglinge quellend getrieben, schien sich ganz in die glänzenden Schwingen gezogen zu haben, und er war wieder zum Knaben geworden. Die stille Glut seines Gesichts war in das tändelnde Feuer eines Irrlichts, der heilige Ernst in verstellte Schalkheit, die bedeutende Ruhe in kindische Unstetigkeit, der edle Anstand in drollige Beweglichkeit verwandelt. Ich fühlte mich von einer ernsthaften Leidenschaft unwiderstehlich zu dem mutwilligen Knaben gezogen und empfand schmerzlich seinen lächelnden Hohn und seine Gleichgültigkeit gegen meine rührendsten Bitten. Ich sah meine Gestalt verändert. Meine sorglose Heiterkeit war verschwunden und hatte einer traurigen Bekümmernis, einer zärtlichen Schüchternheit Platz gemacht. Ich hätte mich mit Eros vor allen Augen verbergen mögen. Ich hatte nicht das Herz in seine beleidigenden Augen zu sehen und fühlte mich entsetzlich beschämt und erniedrigt. Ich hatte keinen anderen Gedanken als ihn und hätte mein Leben hingegeben, um ihn von seinen Unarten zu befreien. Ich musste ihn anbeten, so tief er auch alle meine Empfindungen kränkte. Seit der Zeit, wo er sich aufmachte und mir entfloh, so rührend ich auch mit den heißesten Tränen ihn beschwor, bei mir zu bleiben, bin ich ihm überall gefolgt. Er scheint es ordentlich darauf anzulegen, mich zu necken. Kaum habe ich ihn erreicht, so fliegt er tückisch weiter. Sein Bogen richtet überall Verwüstungen an. Ich habe nichts zu tun, als die Unglücklichen zu trösten und habe doch selbst Trost nötig. Ihre Stimmen, die mich rufen, zeigen mir seinen Weg und ihre wehmütigen Klagen, wenn ich sie wieder verlassen muss, gehen mir tief zu Herzen. Der Schreiber verfolgt uns mit entsetzlicher Wut und rächt sich an den Armen Getroffenen. Die Frucht jener geheimnisvolle Nacht waren eine zahlreiche Menge wunderlicher Kinder, die ihrem Großvater ähnlich sehen und nach ihm genannt sind. Geflügelt wie ihr Vater begleiten sie ihn beständig und plagen die Armen, die sein Pfeil trifft. Doch da kommt der fröhlichen Zug. Ich muss fort. Lebe wohl, süßes Kind. Seine Nähe erregt meine Leidenschaft. Sei glücklich in deinem Vorhaben. Eros zog weiter, ohne Ginnistan, die auf ihn zu eilte, einen zärtlichen Blick zu gönnen. Aber zu Fabel wandte er sich freundlich und seine kleinen Begleiter tanzten fröhlich um sie her. Fabel freute sich, ihren Milchbruder wiederzusehen und sang zu ihrer Leier ein munteres Lied. Eros schien sich besinnen zu wollen und ließ den Bogen fallen. Die Kleinen entschliefen auf dem Rasen. Ginnistan konnte ihn fassen und erlitt ihre zärtlichen Liebkosungen. Endlich fing Eros auch an zu nicken, schmiegte sich an Ginnistans Schoß und schlummerte ein, indem er seine Flügel über sie ausbreitete. Unendlich froh war die müde Ginnistan und verwandte kein Auge von dem holden Schläfer. Während des Gesanges waren von allen Seiten Taranteln zum Vorschein gekommen, die über die Grashalme ein glänzendes Netz zogen und lebhaft nach dem Takte sich an ihren Fäden bewegten. Fabel tröstete nun ihre Mutter und versprach ihr baldige Hilfe. Vom Felsen tönte der sanfte Widerhall der Musik und wiegte die Schläfer ein. Ginnistan sprengte aus dem wohlverwahrten Gefäß einige Tropfen in die Luft und die anmutigsten Träume fielen auf sie nieder. Fabel nahm das Gefäß mit und setzte ihre Reise fort. Ihre Seiten ruhten nicht und die Taranteln folgten auf schnell gesponnenen Fäden den bezaubernden Tönen. Sie sah bald von Weitem die hohe Flamme des Scheiterhaufens, die über den grünen Wald empor stieg. Traurig sah sie den Himmel und freute sich, wie sie Sophieens blauen Schleier erblickte, der wallend über der Erde schwebte und auf ewig die ungeheure Gruft bedeckte. Die Sonne stand feuerrot vor Zorn am Himmel, die gewaltige Flamme sog an ihrem geraubten Lichte und so heftig sie es auch an sich zu halten schien, so ward sie doch immer bleicher und fleckiger. Die Flamme ward weißer und mächtiger, je fahler die Sonne ward. Sie sog das Licht immer stärker in sich und bald war die Glorie um das Gestirn des Tages verzehrt und nur als eine matte glänzende Scheibe stand es noch da, in dem jede neue Regung des Neides und der Wut den Ausbruch der entfliehenden Lichtwellen vermehrte. Endlich war nichts von der Sonne mehr übrig, als eine schwarze, ausgebrannte Schlacke, die herunter ins Meer fiel. Die Flamme war über allen Ausdruck glänzend geworden, der Scheiterhaufen war verzehrt, sie hob sich langsam in die Höhe und zog nach Norden. Fabel trat in den Hof, der verödet aussah, das Haus war unterdessen verfallen. Dornsträuche wuchsen in den Ritzen der Fenstergesimse und Ungeziefer aller Art kribbelte auf den zerbrochenen Stiegen. Sie hörte im Zimmer einen entsetzlichen Lärm. Der Schreiber und seine Gesellen hatten sich an dem Flammentode der Mutter geweidet, waren aber gewaltig erschrocken, wie sie den Untergang der Sonne wahrgenommen hatten. Sie hatten sich vergeblich angestrengt, die Flamme zu löschen und waren bei dieser Gelegenheit nicht ohne Beschädigungen geblieben. Der Schmerz und die Angst presste ihnen entsetzliche Verwünschungen und Klagen aus. Sie erschraken noch mehr, als Fabel ins Zimmer trat und stürmten mit wütendem Geschrei auf sie ein, um an ihr den Grimm auszulassen. Fabel schlüpfte hinter die Wiege und ihre Verfolger traten ungestüm in das Gewebe der Taranteln, die sich durch unzählige Bisse an ihnen rächten. Der ganze Haufen fing nun toll an zu tanzen, wozu Fabel ein lustiges Lied spielte. Mit vielem Lachen über ihre passierlichen Fratzen ging sie auf die Trümmer des Altars zu und räumte sie weg, um die verborgene Treppe zu finden, auf der sie mit ihrem Tarantelgefolge hinunterstieg. Die Sphinx fragte, was kommt plötzlicher als der Blitz? Die Rache, sagte Fabel. Was ist am vergänglichsten? Unrechter Besitz. Wer kennt die Welt? Wer sich selbst kennt? Was ist das ewige Geheimnis? Die Liebe. Bei wem ruht es? Bei Sophien. Die Sphinx krümmte sich kläglich und Fabel trat in die Höhle. Hier bringe ich euch Taranteln, sagte sie zu den Alten, die ihre Lampe wieder angezündet hatten und sehr emsig arbeiteten. Sie erschraken, und die eine lief mit der Schere auf sie zu, um sie zu erstechen. Unversehens trat sie auf eine Tarantel und diese stach sie in den Fuß. Sie schrie erbärmlich. Die anderen wollten ihr zu Hilfe kommen und wurden ebenfalls von den erzürnten Taranteln gestochen. Sie konnten sich nun nicht an Fabel vergreifen und sprangen wild umher. Spinn uns gleich, riefen sie grimmig der Kleinen zu, leichte Tanzkleider. Wir können uns in den steifen Racken nicht rühren und vergehen fast vor Hitze, aber mit Spinnensaft musst du den Faden einweichen, dass er nicht reißt, und wirke Blumen hinein, die im Feuer gewachsen sind, sonst bist du des Todes. Recht gern, sagte Fabel und ging in die Nebenkammer. Ich will euch drei tüchtige Fliegen verschaffen, sagte sie zu den Kreuzspinnen, die ihre luftigen Gewebe rundum an der Decke und an den Wänden angeheftet hatten. Aber ihr müsst mir gleich drei hübsche, leichte Kleider spinnen. Die Blumen, die hineingewirkt werden sollen, will ich auch gleich bringen. Die Kreuzspinnen waren bereit und fingen rasch zu weben an. Fabel schlich sich zur Leiter und begab sich zu Arktor. Monarch, sagte sie, die Bösen tanzen, die Guten ruhen. Ist die Flamme angekommen? Sie ist angekommen, sagte der König. Die Nacht ist vorbei und das Eis schmilzt. Meine Gattin zeigt sich von Weitem. Meine Feindin ist versenkt. Alles fängt zu leben an. Noch darf ich mich nicht sehen lassen, denn allein bin ich nicht König. Bitte, was du willst. Ich brauche, sagte Fabel, Blumen, die im Feuer gewachsen sind. Ich weiß, du hast einen geschickten Gärtner, der sie zu ziehen versteht. Zink, rief der König, gib uns Blumen. Der Blumengärtner trat aus der Reihe, holte einen Topf voll Feuer und säte glänzenden Samenstaub hinein. Es währte nicht lange, so flogen die Blumen empor. Fabel sammelte sie in ihre Schürze und machte sich auf den Rückweg. Die Spinnen waren fleißig gewesen und es fehlte nichts mehr als das Anheften der Blumen, welches sie sogleich mit vielem Geschmack und Behändigkeit begannen. Fabel hütete sich wohl, die Enden abzureißen, die noch an den Weberinnen hingen. Sie trug die Kleider den ermüdeten Tänzerinnen hin, die triefend von Schweiß umgesunken waren und sich einige Augenblicke von der ungewohnten Anstrengung erholten. Mit vieler Geschicklichkeit entkleidete sie die Hagern Schönheiten, die es an Schmähungen der kleinen Dienerin nicht fehlen ließen, und zog ihnen die neuen Kleider an, die sehr niedlich gemacht waren und vortrefflich passten. Sie pries während dieses Geschäftes die Reize und den liebenswürdigen Charakter ihrer Gebieterinnen, und die Alten schienen ordentlich erfreut über die Schmeicheleien und die Zierlichkeit des Anzuges. Sie hatten sich unterdessen erholt und fingen von neuer Tanzlust beseelt wieder an, sich munter umherzudrehen, indem sie heimtückisch der Kleinen langes Leben und große Belohnungen versprachen. Fabel ging in die Kammer zurück und sagte zu den Kreuzspinnen, »Ihr könnt nun die Fliegen getrost verzehren, die ich in eure Weben gebracht habe.« Die Spinnen waren schon so ungeduldig über das Hin- und Herreißen, da die Enden noch in ihnen waren und die Alten so toll umhersprangen. Sie rannten also hinaus und fielen über die Tänzerinnen her. Diese wollten sich mit der Schere verteidigen, aber Fabel hatte sie in aller Stille mitgenommen. Sie unterlagen also ihren hungrigen Handwerksgenossen, die lange keine so köstlichen Bissen geschmeckt hatten und sie bis auf das Mark aussaugten. Fabel sah durch die Felsenkluft hinaus und erblickte den Perseus mit dem großen eisernen Schilde. Die Schere flog von selbst dem Schilde zu und Fabel bat ihn, Eros Flügel damit zu verschneiden und dann mit seinem Schilde die Schwestern zu verewigen und das große Werk zu vollenden. Sie verließ nun das unterirdische Reich und stieg fröhlich zu Arctuos Palaste. Der Flachs ist versponnen, das Leblose ist wieder entseelt, das Lebendige wird regieren und das Leblose bilden und gebrauchen. Das Innere wird offenbart und das Äußere verborgen. Der Vorhang wird sich bald heben und das Schauspiel seinen Anfang nehmen. Noch einmal bitte ich, dann spinne ich Tage der Ewigkeit. »Glückliches Kind«, sagte der gerührte Monarch, »du bist unsere Befreierin.« »Ich bin nichts als Sophiens Pate«, sagte die Kleine. »Erlaube, dass Tourmalin, der Blumengärtner und Gold mich begleiten. Die Asche meiner Pflegemutter muss sich sammeln und der alte Träger muss wieder aufstehen, dass die Erde wieder schwebe und nicht auf dem Chaos liege.« Der König rief allen Dreien und befahl ihnen, die Kleine zu begleiten. Die Stadt war hell und auf den Straßen war ein lebhafter Verkehr. Das Meer brach sich brausend an der hohen Klippe und Fabel fuhr auf des Königs Wagen mit ihren Begleitern hinüber. Tourmalin sammelte sorgfältig die Auffliegen der Asche. Sie gingen rund um die Erde, bis sie an den alten Riesen kamen, an dessen Schultern sie hinunterklimmten. Er schien vom Schlage gelähmt und konnte kein Glied rühren. Gold legte ihm eine Münze in den Mund und der Blumengärtner schob eine Schüssel unter seine Lenden. Fabel berührte ihm die Augen und goss das Gefäß auf seiner Stirn aus. So wie das Wasser über das Auge in den Mund und herunter über ihn in die Schüssel floss, zuckte ein Blitz des Lebens ihm in allen Muskeln. Er schlug die Augen auf und hob sich rüstig empor. Fabel sprang zu ihren Begleitern auf die steigende Erde und bot ihm freundlich guten Morgen. »Bist du wieder da, liebliches Kind?« sagte der Alte. »Habe ich doch immer von dir geträumt. Ich dachte immer, du würdest erscheinen, ehe mir die Erde und die Augen zu schwer würden. Ich habe wohl lange geschlafen. Die Erde ist wieder leicht, wie sie erst immer den Guten war,« sagte Fabel. »Die alten Zeiten kehren zurück. In Kurzem bist du wieder unter alten Bekannten. Ich will dir fröhliche Tage spinnen, und an einem Gehilfen soll es auch nicht fehlen, damit du zuweilen an unseren Freuden teilnehmen und im Arm einer Freundin Jugend und Stärke einatmen kannst. Wo sind unsere alten Gastfreundinnen, die Hesperiden? An Sophiens Seite. Bald wird ihr Garten wieder blühen und die goldene Frucht duften. Sie gehen umher und sammeln die schmachtenden Pflanzen.« Fabel entfernte sich und eilte dem Hause zu. Es war zu völligen Ruinen geworden. Efeu umzog die Mauern. Hohe Büsche beschatteten den ehemaligen Hof und weiches Moos polsterte die alten Stiegen. Sie trat ins Zimmer. Sophie stand am Altar, der wieder aufgebaut war. Eros lag zu ihren Füßen in voller Rüstung, ernster und edler als jemals. Ein prächtiger Kronleuchter hing von der Decke. Mit bunten Steinen war der Fußboden ausgelegt und zeigte einen großen Kreis um den Altar her, der aus lauter edlen, bedeutungsvollen Figuren bestand. Ginnistan bog sich über ein Ruhebett, worauf der Vater in tiefem Schlummer zu liegen schien und weinte. Ihre blühende Anmut war durch einen Zug von Andacht und Liebe unendlich erhöht. Fabel reichte die Urne, worin die Asche gesammelt war, der heiligen Sophie, die sie zärtlich umarmte. »Liebliches Kind«, sagte sie, »dein Eifer und deine Treue haben dir einen Platz unter den ewigen Sternen erworben. Du hast das Unsterbliche in dir gewählt. Der Phönix gehört dir. Du wirst die Seele unseres Lebens sein. Jetzt wecke den Bräutigam auf. Der Herold ruft. Und Eros soll Freier suchen und aufwecken.« Fabel freute sich unbeschreiblich bei diesen Worten. Sie rief ihren Begleitern Gold und Zink und nahte sich dem Ruhebette. Ginnistan sah erwartungsvoll ihrem Beginnen zu. Gold schmolz die Münze und füllte das Behältnis, worin der Vater lag, mit einer glänzenden Flut. Zink schlang um Ginnistans Busen eine Kette. Der Körper schwamm auf den zitternden Wellen. »Bücke dich, liebe Mutter«, sagte Fabel »und lege die Hand auf das Herz des Geliebten.« Ginnistan bückte sich. Sie sah ihr vielfaches Bild. Die Kette berührte die Flut, ihre Hand sein Herz. Er erwachte und zog die entzückte Braut an seine Brust. Das Metall gerann und ward ein heller Spiegel. Der Vater erhob sich, seine Augen blitzten und so schön und bedeutend auch seine Gestalt war, so schien doch sein ganzer Körper eine feine, unendlich bewegliche Flüssigkeit zu sein, die jeden Eindruck in den mannigfaltigsten und reizendsten Bewegungen verriet. Das glückliche Paar näherte sich Sophien, die Worte der Weihe über sie aussprach und sie ermahnte, den Spiegel fleißig zurate zu ziehen, der alles in seiner wahren Gestalt zurückwerfe, jedes Blendwerk vernichte und ewig das ursprüngliche Bild festhalte. Sie ergriff nun die Urne und schüttete die Asche in die Schale auf dem Altar. Ein sanftes Brausen verkündigte die Auflösung und ein leiser Wind wehte in den Gewändern und Locken der Umstehenden. Sophie reichte die Schale dem Eros und dieser den anderen. Alle kosteten den göttlichen Trank und vernahmen die freundliche Begrüßung der Mutter in ihrem Innern mit unsäglicher Freude. Sie war jedem gegenwärtig und ihre geheimnisvolle Anwesenheit schien alle zu verklären. Die Erwartung war erfüllt und übertroffen. Alle merkten, was ihnen gefehlt habe und das Zimmer war ein Aufenthalt der Seligen geworden. Sophie sagte, das große Geheimnis ist allen offenbart und bleibt ewig unergründlich. Aus Schmerzen wird die neue Welt geboren und in Tränen wird die Asche zum Trank des ewigen Lebens aufgelöst. In jedem wohnt die himmlische Mutter, um jedes Kind ewig zu gebären. Fühlt ihr die süße Geburt im Klopfen eurer Brust? Sie goss in den Altar den Rest aus der Schale hinunter. Die Erde bebte in ihren Tiefen. Sophie sagte, Fabel und Eros gingen mit ihrer Begleitung schnell hinweg. Es war ein mächtiger Frühling über die Erde verbreitet. Alles hob und regte sich. Die Erde schwebte näher unter dem Schleier. Der Mond und die Wolken zogen mit fröhlichem Getümmel nach Norden. Die Königsburg strahlte mit herrlichem Glanze über das Meer und auf ihren Zinnen stand der König in voller Pracht mit seinem Gefolge. Überall erblickten sie Staubwirbel, in denen sich bekannte Gestalten zu bilden schienen. Sie begegneten zahlreichen Scharen von Jünglingen und Mädchen, die nach der Burg strömten und sie mit Jauchzen bewillkommten. Auf manchen Hügeln saß ein glückliches, eben erwachtes Paar in lang entbehrter Umarmung, hielt die neue Welt für einen Traum und konnte nicht aufhören, sich von der schönen Wahrheit zu überzeugen. Die Blumen und Bäume wuchsen und grünten mit Macht. Alles schien beseelt. Alles sprach und sang. Fabel grüßte überall alte Bekannte. Die Tiere nahten sich mit freundlichem Grüßen den erwachten Menschen. Die Pflanzen bewirteten sie mit Früchten und Düften und schmückten sie auf das Zierlichste. Kein Stein lag mehr auf einer Menschenbrust und alle Lasten waren in sich selbst zu einem festen Fußboden zusammengesunken. Sie kamen an das Meer. Ein Fahrzeug von geschliffenem Stahl lag am Ufer festgebunden. Sie traten hinein und lösten das Tau. Die Spitze richtete sich nach Norden und das Fahrzeug durchschnitt wie im Fluge die buhlenden Wellen. Lispelndes Schilf hielt seinen Ungestüm auf und es stieß leise an das Ufer. Sie eilten die breiten Treppen hinan. Die Liebe wunderte sich über die königliche Stadt und ihre Reichtümer. Im Hofe sprang der lebendig gewordene Quell. Der Hain bewegte sich mit den süßesten Tönen und ein wunderbares Leben schien in seinen heißen Stämmen und Blättern, in seinen funkelnden Blumen und Früchten zu quellen und zu treiben. Der alte Held empfing sie an den Toren des Palastes. Ehrwürdiger Alter, sagte Fabel, Eros bedarf dein Schwert. Gold hat ihm eine Kette gegeben, die mit einem Ende in das Meer hinunter reicht und mit dem anderen um seine Brust geschlungen ist. Fasse sie mit mir an und führe uns in den Saal, wo die Prinzessin ruht. Eros nahm aus der Hand des Alten das Schwert, setzte den Knopf auf seine Brust und neigte die Spitze vorwärts. Die Flügeltüren des Saals flogen auf und Eros nahte sich entzückt des schlummernden Freier. Plötzlich geschah ein gewaltiger Schlag. Ein heller Funken fuhr von der Prinzessin nach dem Schwerte, das Schwert und die Kette leuchteten, der Held hielt die kleine Fabel, die beinahe umgesunken wäre. Eros Hellenbusch wallte empor. Wirf das Schwert weg, rief Fabel und erwecke deine Geliebte. Eros ließ das Schwert fallen, flog auf die Prinzessin zu und küßte feurig ihre süßen Lippen. Sie schlug ihre großen dunklen Augen auf und erkannte den Geliebten. Ein langer Kuss besiegelte den ewigen Bund. Von der Kuppel herunter kam der König mit Sophien an der Hand. Die Gestirne und die Geister der Natur folgten in glänzenden Reihen. Ein unaussprechlich heiterer Tag erfüllte den Saal, den Palast, die Stadt und den Himmel. Eine zahllose Menge ergoss sich in den weiten königlichen Saal und sah mit stiller Andacht die Liebenden vor dem Könige und der Königin knien, die sie feierlich segneten. Der König nahm sein Diadem vom Haupte und band es um Eros goldene Locken. Der alte Held zog ihm die Rüstung ab und der König warf seinen Mantel um ihn her. Dann gab er ihm die Lilie in die linke Hand und Sophie knüpfte ein köstliches Armband um die verschlungenen Hände der Liebenden, indem sie zugleich ihre Krone auf Freias braune Haare setzte. Heil unseren alten Beherrschern, rief das Volk. Sie haben immer unter uns gewohnt und wir haben sie nicht erkannt. Heil uns! Sie werden uns ewig beherrschen. Segnet uns auch! Sophie sagte zu der neuen Königin, wirf du das Armband eures Bundes in die Luft, dass das Volk und die Welt euch verbunden bleiben. Das Armband zerfloss in der Luft und bald sah man Lichteringe um jedes Haupt und ein glänzendes Band zog sich über die Stadt und das Meer und die Erde, die ein ewiges Fest des Frühlings feierte. Perseus trat herein und trug eine Spindel und ein Körbchen. Er brachte dem neuen Könige das Körbchen. Hier, sagte er, sind die Reste deiner Feinde. Eine steinerne Platte mit schwarzen und weißen Feldern lag darin und daneben eine Menge Figuren von Alabaster und schwarzem Marmor. Es ist ein Schachspiel, sagte Sophie. Aller Krieg ist auf diese Platte und in diese Figuren gebannt. Es ist ein Denkmal der alten, trüben Zeit. Perseus wandte sich zu Fabeln und gab ihr die Spindel. In deinen Händen wird diese Spindel uns ewig erfreuen und aus dir selbst wirst du uns einen goldenen, unzerreißlichen Faden spinnen. Der Phönix flog mit melodischem Geräusch zu ihren Füßen, spreizte seine Fittiche vor ihr aus, auf die sie sich setzte und schwebte mit ihr über den Thron, ohne sich wieder niederzulassen. Sie sang ein himmlisches Lied und fing zu spinnen an, in dem der Faden aus ihrer Brust sich hervorzuwinden schien. Das Volk geriet in neues Entzücken und alle Augen hingen an dem lieblichen Kinde. Ein neues Jauchzen kam von der Tür her. Der alte Mond kam mit seinem wunderlichen Hofstaat herein und hinter ihm trug das Volk, Guinistan und ihren Bräutigam wie im Triumph ein Heer. Sie waren mit Blumenkränzen umwunden. Die königliche Familie empfing sie mit der herzlichsten Zärtlichkeit und das neue Königspaar rief sie zu seinen Stadthaltern auf Erden aus. »Gönnet mir«, sagte der Mond, »das Reich der Parzen, dessen seltsame Gebäude eben auf dem Hofe des Palastes aus der Erde gestiegen sind. Ich will euch mit Schauspielen darin ergötzen, wozu die kleine Fabel mir behilflich sein wird.« Der König willigte in die Bitte, die kleine Fabel nickte freundlich und das Volk freute sich auf den seltsamen, unterhaltenden Zeitvertreib. Die Hesperiden ließen zur Thronbesteigung Glück wünschen und um Schutz in ihren Gärten bitten. Der König ließ sie bewillkommenen und so folgten sich unzählige fröhliche Botschaften. Unterdessen hatte sich unmerklich der Thron verwandelt und war ein prächtiges Hochzeitsbett geworden, über dessen Himmel der Phönix mit der kleinen Fabel schwebte. Drei Karyatiden aus dunklem Porphyr trugen es hinten und vorn ruhte dasselbe auf einer Sphinx aus Basalt. Der König umarmte seine errötende Geliebte und das Volk folgte dem Beispiel des Königs und liebkoste sich untereinander. Man hörte nichts als zärtliche Namen und ein Kuss geflüster. Endlich sagte Sophie, »Die Mutter ist unter uns, Ihre Gegenwart wird uns ewig beglücken. Folgt uns in unsere Wohnung, in dem Tempel dort werden wir ewig wohnen und das Geheimnis der Welt bewahren. Die Fabel spann emsig und sang mit lauter Stimme, »Gegründet ist das Reich der Ewigkeit, in Lieb und Frieden endigt sich der Streit. Vorüber ging der lange Traum der Schmerzen, Sophie ist ewig Priesterin der Herzen.« Ende von Abschnitt Zwölf Abschnitt 13 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen Von Novalis Abschnitt 13 Zweiter Teil Die Erfüllung Das Kloster oder der Vorhof Astralis An einem Sommermorgen wart ich jung. Da fühlte ich meines eigenen Lebenspuls zum ersten Mal und wie die Liebe sich in tiefere Entzückungen verlor. Erwacht ich immer mehr Und das Verlangen Nach innigerer, gänzlicher Vermischung war dringender mit jedem Augenblick. Wolllust Ist meines Daseins Zeugungskraft. Ich bin der Mittelpunkt, der heilige Quell, aus welchem jede Sehnsucht stürmisch fließt, Wohin sich jede Sehnsucht Mannigfach gebrochen wieder still zusammenzieht. Ihr kennt mich nicht Und saht mich werden. Wart ihr nicht Zeugen, wie ich noch Nachtwandler mich zum ersten Male traf An jenem frohen Abend? Flog euch nicht Ein süßer Schauer der Entzückung an. Versunken lag ich ganz In Honigkelchen. Ich duftete, Die Blume schwankte still In goldner Morgenluft. Ein inneres Quellen War ich Ein sanftes Ringen Alles floss Durch mich Und über mich Und hob mich leise Da sank das erste Stäubchen In die Narbe. Denkt an den Kuss Nach aufgehobenem Tisch Ich quoll In meine eigene Flut zurück. Es war ein Blitz Nun konnt ich schon mich regen Die zarten Fäden Und den Kelch bewegen Schnell schossen Wie ich selber mich begann Zu irdschen Sinnen Die Gedanken an. Noch war ich blind Noch schwankten lichte Sterne Durch meines Wesens Wunderbare Ferne. Nichts war noch nah Ich fand mich nur von Weiten Ein Anklang alter So wie künftiger Zeiten Aus Wehmut, Lieb Und Ahndungen entsprungen War der Besinnung Wachstum Neugeboren Vollendet war das irdische Geschick Im seligen Verklärungsaugenblick Es hatte nun die Zeit Der Liebereich ist aufgetan Die Farbe fängt zu spinnen an Das Urspiel jeder Natur beginnt Auf kräftige Worte jedes Sinn Und so das große Weltgemüt Überall sich regt und unendlich blüht Alles muss ineinander greifen Eins durch das andere Gedeihen und Reifen Jedes in allen da sich stellt In dem es sich mit ihnen vermischt Und gierig in ihre Tiefen fällt Sein eigentümliches Wesen erfrischt Und tausend neue Gedanken erhält Die Welt wird Traum Der Traum wird Welt Und was man glaubt es sei geschehen Kann man von Weitem erst kommen sehen Frei soll die Fantasie erst schalten Nach ihrem Gefallen die Fäden verweben Hier manches verschleiern Dort manches entfalten Und endlich in magischen Dunst verschweben Wehmut und Wollust Tod und Leben Sind hier in innigster Sympathie Wer sich der höchsten Lieb ergeben Genießt von ihren Wunden nie Schmerzhaft muss jenes Band zerreißen Was sich ums innere Auge zieht Einmal das treueste Herz verweisen Ehe es der trüben Welt entflieht Der Leib wird aufgelöst in Tränen Zum weiten Grabe wird die Welt In das verzehrt von bangen Sehnen Das Herz als Asche niederfällt Auf dem schmalen Fußsteige Der ins Gebirg hinauf lief Ging ein Pilgrim in tiefen Gedanken Mittag war vorbei Ein starker Wind sauste durch die blaue Luft Seine dumpfen, mannigfaltigen Stimmen Verloren sich, wie sie kamen War er vielleicht durch die Gegenden Der Kindheit geflogen Oder durch andere, redende Länder Es waren Stimmen Deren Echo nach im Innersten klang Und dennoch schien sie der Pilgrim Nicht zu kennen Er hatte nun das Gebirg erreicht Wo er das Ziel seiner Reise Zu finden hoffte Hoffte? Er hoffte gar nichts mehr Die entsetzliche Angst Und dann die trockene Kälte Der gleichgültigen Verzweiflung Trieben ihn Die wilden Schrecknisse Des Gebirgs aufzusuchen Der mühselige Gang Beruhigte das zerstörende Spiel Der inneren Gewalten Er war matt, aber still Noch sah er nichts Was um ihn her Sich allmählich gehäuft hatte Als er sich auf einen Stein setzte Und den Blick rückwärts wandte Es dünkte ihm, als träume er jetzt Oder habe er geträumt Eine unübersehliche Herrlichkeit Schien sich vor ihm aufzutun Bald flossen seine Tränen Indem sein Inneres plötzlich brach Er wollte sich in die Ferne verweinen Dass auch keine Spur seines Daseins Übrig bliebe Unter dem heftigen Schluchzen Schien er zu sich selbst zu kommen Die weiche, heitere Luft Durchdrang ihn Seinen Sinnen ward die Welt Wieder gegenwärtig Und alte Gedanken Fingen tröstlich zu reden an Dort lag Augsburg Mit seinen Türmen Fern am Gesichtskreis Blinkte der Spiegel Des furchtbaren, geheimnisvollen Stroms Der ungeheure Wald Bog sich mit tröstlichem Ernst Zu dem Wanderer Das gezackte Gebirg Rute so bedeutend über der Ebene Und beide schienen zu sagen Eile nur, Strom Du entfließt uns nicht Ich will dir folgen Mit geflügelten Schiffen Ich will dich brechen und halten Und dich verschlucken in meinen Schoß Vertraue du uns, Pilgrim Es ist auch unser Feind Den wir selbst erzeugten Lass ihn eilen Mit seinem Raub Er entflieht uns nicht Der arme Pilgrim Gedachte der alten Zeiten Und ihrer unsäglichen Entzückungen Aber wie matt Gingen diese köstlichen Erinnerungen vorüber Der breite Hut Verdeckte ein jugendliches Gesicht Es war bleich Wie eine Nachtblume In Tränen hatte sich Der Balsamsaft Des jungen Lebens In tiefe Seufzer Sein schwellender Hauch verwandelt In ein fahles Aschgrau Waren alle seine Farben verschossen Seitwärts am Gehänge Schien ihm ein Mönch Unter einem alten Eichbaum zu knien Sollte das der alte Hofkaplan sein So dachte er bei sich Ohne große Verwunderung Der Mönch Kam ihm größer und ungestalter vor Je näher er zu ihm trat Er bemerkte nun seinen Irrtum Denn es war ein einzelner Felsen Über den sich der Baum herbog Stillgerührt Fasste er den Stein in seine Arme Und drückte ihn lautweinend An seine Brust Ach, dass doch jetzt Deine Reden sich bewerten Und die heilige Mutter Ein Zeichen an mir täte Bin ich doch so ganz elend Und verlassen Wohnt in meiner Wüste Kein Heiliger Der mir sein Gebet liehe Bete du, teurer Vater Jetzt in diesem Augenblick für mich Wie er so bei sich dachte Fing der Baum an zu zittern Dumpf dröhnte der Felsen Und wie aus tiefer unterirdischer Ferne Erhoben sich einige klare Stimmchen Und sangen Ihr Herz war voller Freuden Von Freuden sie nur wußt Sie wußt von keinem Leiden Druckts Kindelein an ihr Brust Sie küsst ihm seine Wangen Sie küsst es mannigfalt Mit Liebe ward sie umfangen Durch Kindleins schöne Gestalt Die Stimmchen schienen mit unendlicher Lust zu singen Sie wiederholten den Vers einige Mal Es ward alles wieder ruhig Und nun hörte der erstaunte Pilger Dass jemand aus dem Baume sagte Wenn du ein Lied zu meinen Ehren auf deiner Laute spielen wirst So wird ein armes Mädchen herfür kommen Nimm sie mit Und lass sie nicht von dir Gedenke meiner, wenn du zum Kaiser kommst Ich habe mir diese Städte ausersehen Um mit meinem Kindlein hier zu wohnen Lass mir ein starkes, warmes Haus hier bauen Mein Kindlein hat den Tod überwunden Härme dich nicht Ich bin bei dir Du wirst noch eine Weile auf Erden bleiben Aber das Mädchen wird dich trösten Bis du auch stirbst Und zu unseren Freuden eingehst Es ist Mathildens Stimme Rief der Pilger Und fiel auf seine Knie um zu beten Da drang durch die Äste Ein langer Strahl zu seinen Augen Und er sah durch den Strahl In eine ferne, kleine, wundersame Herrlichkeit hinein Welche nicht zu beschreiben Noch kunstreich mit Farben nachzubilden Möglich gewesen wäre Es waren überaus feine Figuren Und die innigste Lust und Freude Ja, eine himmlische Glückseligkeit War darin überall zu schauen Sogar, dass die leblosen Gefäße Das Säulwerk, die Teppiche Zierraten Kurzum alles, was zu sehen war Nicht gemacht Sondern wie ein vollsaftiges Kraut Aus eigener Lustbegierde Also gewachsen Und zusammengekommen zu sein schien Es waren die schönsten Menschlichen Gestalten Die dazwischen umhergingen Und sich über die Maßen Freundlich und holdselig Gegeneinander erzeigten Ganz vorn Stand die Geliebte des Pilgers Und hat es das Ansehen Als wolle sie mit ihm sprechen Doch war nichts zu hören Und betrachtete der Pilger Nur mit tiefer Sehnsucht Ihre anmutigen Züge Und wie sie so freundlich Und lächelnd ihm zuwinkte Und die Hand auf ihre linke Brust legte Der Anblick war unendlich Unendlich tröstend und erquickend Und der Pilger lag noch lang In seliger Entzückung Als die Erscheinung Wieder hinweggenommen war Der heilige Strahl Hatte alle Schmerzen und Bekümmernisse Aus seinem Herzen gesogen Sodass sein Gemüt Wieder rein und leicht Und sein Geist Wieder frei und fröhlich war Wie vor dem Nichts war übrig geblieben Als ein stilles inniges Sehnen Und ein wehmütiger Klang Im allerinnersten Aber die wilden Qualen Der Einsamkeit Die herbe Pein Eines unsäglichen Verlustes Die trübe, entsetzliche Leere Die irdische Ohnmacht War gewichen Und der Pilgrim sah sich wieder In einer vollen, bedeutsamen Welt Stimme und Sprache Waren wieder lebendig Bei ihm geworden Und es düngte ihm nunmehr Alles viel bekannter Und weissagender als ehemals Sodass ihm der Tod Wie eine höhere Offenbarung Des Lebens erschien Und er sein eigenes Schnell vorübergehendes Dasein Mit kindlicher, heiterer Rührung Betrachtete Zukunft und Vergangenheit Hatten sich in ihm berührt Und einen innigen Verein geschlossen Er stand weit außer der Gegenwart Und die Welt ward ihm erst teuer Wie er sie verloren hatte Und sich nur als Fremdling in ihr fand Der ihre weiten, bunten Säle Noch eine kurze Weile durchwandern sollte Es war Abend geworden Und die Erde lag vor ihm Wie ein altes, liebes Wohnhaus Was er nach langer Entfernung Verlassen wiederfände Tausend Erinnerungen Wurden ihm gegenwärtig Jeder Stein Jeder Baum Jeder Anhöhe wollte wieder gekannt sein Jedes war das Merkmal einer alten Geschichte Der Pilger ergriff seine Laute und sang Liebeszehren Liebeszehren, Liebesflammen Fließt zusammen Heiligt diese Wunderstätten Wo der Himmel mir erschienen Schwärmt um diesen Baum wie Bienen In unzähligen Gebeten Er hat froh sie aufgenommen Als sie kommen Sie geschützt vor Ungewittern Sie wird einst in ihrem Garten Ihn begießen und ihn warten Wunder tun mit seinen Splittern Auch der Felsen ist gesunken Freuden trunken Zu der selgen Mutter Füßen Ist die Andacht auch in Steinen Sollte da der Mensch nicht weinen Und sein Blut für sie vergießen Die Bedrängten müssen ziehen Und hier knien Alle werden hier genesen Keiner wird fortan noch klagen Alle werden fröhlich sagen Einst sind wir betrübt gewesen Ernste Mauern werden stehen Auf den Höhen In den Tälern wird man rufen Wenn die schwersten Zeiten kommen Keinem sei das Herz beklommen Nur hinan zu jenen Stufen Gottes Mutter und Geliebte Der Betrübte Wandelt nun verklärt von hinnen Ewge Güte Ewge Milde Oh, ich weiß, du bist Mathilde Und das Ziel von meinem Sinnen Ohne mein Verwegnis fragen Wirst mir sagen Wenn ich zu dir soll gelangen Gern will ich in tausend Weisen Noch der Erde Wunder preisen Bis du kommst, mich zu umfangen Alte Wunder, künftige Zeiten Seltsamkeiten Weichet nie aus meinem Herzen Unvergesslich sei die Stelle Wo des Lichtes heilige Quelle Weggespült den Traum der Schmerzen Unter seinem Gesang war er nichts gewahr geworden Wie er aber aufsah Stand ein junges Mädchen nah bei ihm am Felsen Die ihn freundlich wie einen alten Bekannten grüßte Und ihn einlud Mit zu ihrer Wohnung zu gehen Wo sie ihm schon ein Abendessen zubereitet habe Er schloss sie zärtlich in seinen Arm Ihr ganzes Wesen und Tun war ihm befreundet Sie bat ihn, noch einige Augenblicke zu verziehen Grat unter den Baum Sah mit einem unaussprechlichen Lächeln hinauf Und schüttete aus ihrer Schürze Viele Rosen auf das Gras Sie kniete still daneben Stand aber bald wieder auf Und führte den Pilger fort Wer hat dir von mir gesagt? Fragte der Pilgerin Unsere Mutter Wer ist deine Mutter? Die Mutter Gottes Seit wann bist du hier? Seitdem ich aus dem Grabe gekommen bin Warst du schon einmal gestorben? Wie könnte ich denn leben? Lebst du hier ganz allein? Ein alter Mann ist zu Hause Doch kenne ich noch viele, die gelebt haben Hast du Lust, bei mir zu bleiben? Ich habe dich ja lieb Woher kennst du mich? Oh, von alten Zeiten Auch erzählte mir meine ehemalige Mutter Zeit ja immer von dir Hast du noch eine Mutter? Ja, aber es ist eigentlich dieselbe Wie hieß sie? Maria Wer war dein Vater? Der Graf von Hohenzollern Den kenne ich auch Wohl musst du ihn kennen Denn er ist ja auch dein Vater Ich habe ja meinen Vater in Eisenach Du hast mehr Eltern Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause Sie waren jetzt auf einen geräumigen Platz im Holze gekommen Auf welchem einige verfallene Türme hinter tiefen Gräben standen Junges Gebüsch Und wie milchfarbene Schimmer Und wie milchfarbene Schimmer So unschuldig wie die Wangen eines Kindes Die fernsten Heere seiner schweren, ungeheuren Welten Sie gingen durch ein altes Torweg Und der Pilger war nicht wenig erstaunt Als er sich nun von lauter seltenen Gewächsen umringt Und die Reize des anmutigsten Gartens Unter diesen Trümmern versteckt sah Ein kleines steinernes Häuschen von neuer Bauart Mit großen hellen Fenstern lag dahinter Dort stand ein alter Mann hinter den breitblättrigen Stauden Und band die schwanken Zweige an Stäbchen Den Pilgrim führte seine Begleiterin zu ihm und sagte Hier ist Heinrich, nachdem du mich oft gefragt hast Wie sich der Alte zu ihm wandte Glaubte Heinrich, den Bergmann vor sich zu sehen Du siehst den Arzt, Silvester, sagte das Mädchen Silvester freute sich, ihn zu sehen und sprach Es ist eine geraume Zeit her, dass ich deinen Vater ebenso jung bei mir sah Ich ließ es mir damals angelegen sein Ihn mit den Schätzen der Vorwelt Mit der kostbaren Hinterlassenschaft Einer zu früh abgeschiedenen Welt bekannt zu machen Ich bemerkte in ihm die Anzeichen eines großen Bildkünstlers Sein Auge regte sich vor Lust Ein wahres Auge, ein schaffendes Werkzeug zu werden Sein Gesicht zeugte von innerer Festigkeit und ausdauerndem Fleiß Aber die gegenwärtige Welt hatte zu tiefe Wurzeln schon bei ihm geschlagen Er wollte nicht Achtung geben auf den Ruf seiner eigensten Natur Die trübe Stränge seines vaterländischen Himmels Hatte die zarten Spitzen der edelsten Pflanze in ihm verdorben Er ward ein geschickter Handwerker Und die Begeisterung ist ihm zur Torheit geworden Wohl, versetzter Heinrich, habe ich in ihm oft mit Schmerzen Einen stillen Missmut bemerkt Er arbeitet unaufhörlich aus Gewohnheit Und nicht aus innerer Lust Es scheint ihm etwas zu fehlen Was die friedliche Stille seines Lebens Die Bequemlichkeit seines Auskommens Die Freude, sich geehrt und geliebt von seinen Mitbürgern zu sehen Und in allen Stadtangelegenheiten zu Rate gezogen zu werden Ihm nicht ersetzen kann Seine Bekannten halten ihn für sehr glücklich Aber sie wissen nicht, wie lebenssatt er ist Wie leer ihm auf die Welt vorkommt Wie sehnlich er sich hinwegwünscht Und wie er nicht aus Erwerbslust Sondern um diese Stimmung zu verscheuchen So fleißig arbeitet Was mich am meisten wundert, versetzte Silvester Ist, dass er Eure Erziehung ganz in den Händen Eurer Mutter gelassen hat Und sorgfältig sich hütet In Eure Entwicklung sich zu mischen Oder Euch zu irgendeinem bestimmten Stande anzuhalten Ihr habt von Glück zu sagen Dass Ihr habt aufwachsen dürfen Ohne von Euren Eltern die mindeste Beschränkung zu leiden Denn die meisten Menschen sind nur Überbleibsel eines vollen Gastmals Das Menschen von verschiedenem Appetit und Geschmack geplündert haben Ich weiß selbst nicht, erwiderte Heinrich Was Erziehung heißt Wenn es nicht das Leben und die Sinnesweise meiner Eltern ist Oder der Unterricht meines Lehrers, des Hofkaplans Mein Vater scheint mir Bei aller seiner kühlen und durchaus festen Denkungsart Die ihn alle Verhältnisse wie ein Stück Metall Und eine künstliche Arbeit ansehen lässt Doch unwillkürlich und ohne es daher selbst zu wissen Eine stille Ehrfurcht und Gottesfurcht Vor allen unbegreiflichen und höheren Erscheinungen zu haben Und daher das Aufblühen eines Kindes Mit demütiger Selbstverleugnung zu betrachten Ein Geist ist hier geschäftig Der frisch aus der unendlichen Quelle kommt Und dieses Gefühl der Überlegenheit eines Kindes In den allerhöchsten Dingen Der unwiderstehliche Gedanke einer näheren Führung Dieses unschuldigen Wesens Das jetzt im Begriff steht Eine so bedenkliche Laufbahn anzutreten Bei seinen nähern Schritten das Gepräge einer wunderbaren Welt Das noch keine irdische Flut unkenntlich gemacht hat Und endlich die Sympathie der Selbsterinnerung Jener fabelhaften Zeiten Wo die Welt uns heller, freundlicher und seltsamer düngte Und der Geist der Weissagung fast sichtbar uns begleitete Alles dies hat meinen Vater gewiss Zu der andächtigsten und bescheidensten Behandlung vermocht Lass uns hierher auf die Rasenbank unter die Blumen setzen Unterbrach ihn der Alte Zyane wird uns rufen, wenn unser Abendessen bereit ist Und wenn ich euch bitten darf So fahrt fort, mir von eurem frühern Leben etwas zu erzählen Wir Alten hören am liebsten von den Kinderjahren reden Und es düngt mich, als liest ihr mich den Duft einer Blume einziehen Den ich seit meiner Kindheit nicht wieder eingeatmet hätte Nur sagt mir noch vorher Wie euch meine Einsiedelei und mein Garten gefällt Denn diese Blumen sind meine Freundinnen Mein Herz ist in diesem Garten Ihr seht nichts, was mich nicht liebt Und von mir nicht zärtlich geliebt wird Ich bin hier mitten unter meinen Kindern Und komme mir vor wie ein alter Baum Aus dessen Wurzeln diese muntere Jugend ausgeschlagen sei Glücklicher Vater, sagte Heinrich Euer Garten ist die Welt Ruinen sind die Mütter dieser blühenden Kinder Die bunte, lebendige Schöpfung Zieht ihre Nahrung aus den Trümmern vergangener Zeiten Aber musste die Mutter sterben Dass die Kinder gedeihen können Und bleibt der Vater zu ewigen Tränen allein an ihrem Grabe sitzen Silvester reichte dem schluchzenden Jünglinge die Hand Und stand auf, um ihm ein eben aufgeblühtes Vergissmein nicht zu holen Das er an einen Zypressenzweig band und ihm brachte Wunderlich rührte der Abendwind die Wipfel der Kiefern Die jenseits der Ruinen standen Ihr dumpfes Brausen tönte herüber Heinrich verbarg sein Gesicht in Tränen an dem Halse des guten Silvester Und wie er sich wieder erhob Trat eben der Abendstern in voller Glorie über den Wald herüber Nach einiger Stille fing Silvester an Ich möchte euch wohl in Eisenach unter euren Gespielen gesehen haben Eure Eltern Die vortreffliche Landgräfin Die bieder Nachbarn eures Vaters Und der alte Hofkaplan Machen eine schöne Gesellschaft aus Ihre Gespräche müssen frühzeitig auf euch gewirkt haben Besonders da ihr das einzige Kind wart Auch stelle ich mir die Gegend äußerst anmutig und bedeutsam vor Ich lerne, versetzte Heinrich, meine Gegend erst recht kennen Seit ich weg bin und viele andere Gegenden gesehen habe Jede Pflanze, jeder Baum, jeder Hügel und Berg Hat seinen besonderen Gesichtskreis, seine eigentümliche Gegend Sie gehört zu ihm Und sein Bau, seine ganze Beschaffenheit wird durch sie erklärt Nur das Tier und der Mensch können zu allen Gegenden kommen Alle Gegenden sind die ihrigen So machen alle zusammen eine große Weltgegend Einen unendlichen Gesichtskreis aus Dessen Einfluss auf den Menschen und das Tier ebenso sichtbar ist Wie der Einfluss der engen Umgebung auf die Pflanze Daher Menschen, die viel gereist sind Zugvögel und Raubtiere Unter den übrigen sich durch besonderen Verstand Und andere wunderbare Gaben und Arten auszeichnen Doch gibt es auch gewiss mehr oder weniger Fähigkeit unter ihnen Von diesen Weltreisen und ihrem mannigfaltigen Inhalt und Ordnung Gerührt und gebildet zu werden Auch fehlt bei den Menschen wohl manchen die nötige Aufmerksamkeit und Gelassenheit Um den Wechsel der Gegenstände und ihre Zusammenstellung erst gehörig zu betrachten Und dann darüber nachzudenken und die nötigen Vergleichungen anzustellen Oft fühle ich jetzt, wie mein Vaterland meine frühesten Gedanken mit unvergänglichen Farben angehaucht hat Und sein Bild eine salzame Andeutung meines Gemüts geworden ist Die ich immer mehr errate, je tiefer ich einsehe Das Schicksal und Gemüt Namen eines Begriffs sind Auf mich, sagte Silvester, hat freilich die lebendige Natur Die regsame Überkleidung der Gegend immer am meisten gewirkt Ich bin nicht müde geworden, besonders die verschiedene Pflanzennatur Auf das Sorgfältigste zu betrachten Die Gewächse sind so die unmittelbarste Sprache des Bodens Jedes neue Blatt, jede sonderbare Blume ist irgendein Geheimnis, was sich hervordrängt Und das, weil es sich vor Liebe und Lust nicht bewegen und nicht zu Worten kommen kann Eine stumme, ruhige Pflanze wird Findet man in der Einsamkeit eine solche Blume Ist es da nicht, als wäre alles umher verklärt Und hielten sich die kleinen, befiederten Töne am liebsten in ihrer Nähe auf Man möchte für Freuden weinen und abgesondert von der Welt Nur seine Hände und Füße in die Erde stecken Um Wurzeln zu treiben Und nie diese glückliche Nachbarschaft zu verlassen Über die ganze trockene Welt ist dieser grüne, geheimnisvolle Teppich der Liebe gezogen Mit jedem Frühjahr wird er erneuert Und seine seltsame Schrift ist nur dem Geliebten lesbar Wie der Blumenstrauß des Orients Ewig wird er lesen und sich nicht satt lesen Und täglich neue Bedeutungen, neue entzückendere Offenbarungen der liebenden Natur gewahr werden Dieser unendliche Genuss ist der geheime Reiz Den die Begehung der Erdfläche für mich hat Indem mir jede Gegend andere Rätsel löst und mich immer mehr erraten lässt Woher der Weg komme und wohin er gehe Ja, sagte Heinrich Wir haben von Kinderjahren angefangen zu reden Und von der Erziehung Weil wir in eurem Garten waren Und die eigentliche Offenbarung der Kindheit Die unschuldige Blumenwelt Unmerklich in unser Gedächtnis und auf unsere Lippen die Erinnerung der alten Blumenschaft brachte Mein Vater ist auch ein großer Freund des Gartenlebens Und die glücklichsten Stunden seines Lebens bringt er unter den Blumen zu Dies hat auch gewiss seinen Sinn für die Kinder so offen erhalten Da Blumen die Ebenbilder der Kinder sind Den vollen Reichtum des unendlichen Lebens Die gewaltigen Mächte der späteren Zeit Die Herrlichkeit des Weltendes Und die goldene Zukunft aller Dinge sehen wir hier noch innig ineinander geschlungen Aber doch auf das Deutlichste und Klarste in zarter Verjüngung Schon treibt die allmächtige Liebe, aber sie zündet noch nicht Es ist keine verzehrende Flamme, es ist ein zerrinnender Duft Und so innig die Vereinigung der zärtlichen Seelen auch ist So ist sie doch von keiner heftigen Bewegung Und keiner fressenden Wut begleitet wie bei den Tieren So ist die Kindheit in der Tiefe zunächst an der Erde Da hingegen die Wolken vielleicht die Erscheinungen der zweiten, höheren Kindheit Des wiedergefundenen Paradieses sind Und darum so wohltätig auf die erstere heruntertauen Es ist gewiss etwas sehr Geheimnisvolles in den Wolken, sagte Silvester Und eine gewisse Bewölkung hat oft einen ganz wunderbaren Einfluss auf uns Sie ziehen und wollen uns mit ihrem kühlen Schatten auf- und davonnehmen Und wenn ihre Bildung lieblich und bunt wie ein ausgehauchter Wunsch unseres Innern ist So ist auch ihre Klarheit das herrliche Licht, was dann auf Erden herrscht Wie die Vorbedeutung einer unbekannten, unsäglichen Herrlichkeit Aber es gibt auch düstere und ernste und entsetzliche Umwölkungen In denen alle Schrecken der alten Nacht zu drohen scheinen Nie scheint sich der Himmel wieder aufheitern zu wollen Das heitere Blau ist vertilgt Und ein fahles Kupferrot auf schwarz-grauem Grunde weckt Grauen und Angst in jeder Brust Wenn dann die verderblichen Strahlen herunterzucken Und mit höhnischem Gelächter die schmetternden Donnerschläge hinter dreinfallen So werden wir bis ins Innerste beängstigt Und wenn in uns dann nicht das erhabene Gefühl unserer sittlichen Obermacht entsteht So glauben wir den Schrecknissen der Hölle, der Gewalt böser Geister überliefert zu sein Es sind Nachhalle der alten, unmenschlichen Natur Aber auch weckende Stimmen der höheren Natur, des himmlischen Gewissens in uns Das Sterbliche dröhnt in seinen Grundfesten Aber das Unsterbliche fängt heller zu leuchten an und erkennt sich selbst Wann wird es doch, sagte Heinrich Gar keiner Schrecken, keiner Schmerzen, keiner Not und keines Übels mehr im Weltall bedürfen Wenn es nur eine Kraft gibt Die Kraft des Gewissens Wenn die Natur züchtig und sittlich geworden ist Es gibt nur eine Ursache des Übels Die allgemeine Schwäche Und diese Schwäche ist nichts Als geringe sittliche Empfänglichkeit und Mangel an Reiz der Freiheit Macht mir doch die Natur des Gewissens begreiflich Wenn ich das könnte, so wär ich Gott Denn indem man das Gewissen begreift, entsteht es Könnt ihr mir das Wesen der Dichtkunst begreiflich machen Etwas Persönliches lässt sich nicht bestimmt abfragen Wie viel weniger also das Geheimnis der Höchsten und Teilbarkeit Lässt sich Musik dem Tauben erklären Also wäre der Sinn ein Anteil an der neuen, durch ihn eröffneten Welt selbst Man verstünde die Sache nur, wenn man sie hätte Das Weltall zerfällt in unendliche, immer von größeren Welten wieder befasste Welten Alle Sinne sind am Ende ein Sinn Ein Sinn führt wie eine Welt allmählich zu allen Welten Aber alles hat seine Zeit und seine Weise Nur die Person des Weltalls vermag das Verhältnis unserer Welt einzusehen Es ist schwer zu sagen, ob wir innerhalb der sinnlichen Schranken unseres Körpers wirklich unsere Welt mit neuen Welten, unsere Sinne mit neuen Sinnen vermehren können Oder ob jeder Zuwachs unserer Erkenntnis, jede neu erworbene Fähigkeit Nur zur Ausbildung unseres gegenwärtigen Weltsinns zu rechnen ist Vielleicht ist beides eins, sagte Heinrich Ich weiß nur so viel, dass für mich die Fabel Gesamtwerkzeug meiner gegenwärtigen Welt ist Selbst das Gewissen, diese sinn- und welterzeugende Macht, dieser Keim aller Persönlichkeit erscheint mir wie der Geist des Weltgedichts Wie der Zufall der ewigen, romantischen Zusammenkunft des unendlich veränderlichen Gesamtlebens Werter Pilger, versetzte Silvester Das Gewissen erscheint in jeder ernsten Vollendung, in jeder gebildeten Wahrheit Jede durch Nachdenken zu einem Weltbild umgearbeitete Neigung und Fertigkeit wird zu einer Erscheinung, zu einer Verwandlung des Gewissens Alle Bildung führt zu dem, was man nicht anders wie Freiheit nennen kann Ohne erachtet, damit nicht ein bloßer Begriff sondern der schaffende Grund alles Daseins bezeichnet werden soll Diese Freiheit ist Meisterschaft Der Meister übt freie Gewalt nach Absicht und in bestimmter und überdachter Folge aus Die Gegenstände seiner Kunst sind sein und stehen in seinem Belieben Und er wird von ihnen nicht gefesselt oder gehemmt Und gerade diese allumfassende Freiheit, Meisterschaft oder Herrschaft ist das Wesen, der Trieb des Gewissens In ihm offenbart sich die heilige Eigentümlichkeit Das unmittelbare Schaffen der Persönlichkeit Und jede Handlung des Meisters ist zugleich Kundwerdung der hohen, einfachen, unverwickelten Welt Gottes Wort Also ist auch das, was ehemals, wie mich deucht, Tugendlehre genannt wurde Nur die Religion als Wissenschaft Die sogenannte Theologie im eigentlichen Sinn Nur eine Gesetzesordnung, die sich zur Gottesverehrung verhält Wie die Natur zu Gott Ein Wortbau, eine Gedankenfolge, die die Oberwelt bezeichnet Vorstellt und sie auf einer gewissen Stufe der Bildung vertritt Die Religion für das Vermögen der Einsicht und des Urteils Der Richterspruch, das Gesetz der Auflösung und Bestimmung aller möglichen Verhältnisse eines persönlichen Wesens Allerdings ist das Gewissen, sagte Silvester, der eingeborene Mittler jedes Menschen Es vertritt die Stelle Gottes auf Erden und ist daher so vielen das Höchste und Letzte Aber wie entfernt war die bisherige Wissenschaft, die man Tugend oder Sittenlehre nannte Von der reinen Gestalt dieses erhabenen, weit umfassenden persönlichen Gedankens Das Gewissen ist der Menschen eigens des Wesen in voller Verklärung, der himmlische Urmensch Es ist nicht dies und jenes, es gebietet nicht in allgemeinen Sprüchen, es besteht nicht aus einzelnen Tugenden Es gibt nur eine Tugend, den reinen, ernsten Willen, der im Augenblick der Entscheidung unmittelbar sich entschließt und wählt In lebendiger, eigentümlicher Unteilbarkeit bewohnt es und beseelt es das zärtliche Sinnbild des menschlichen Körpers Und vermag alle geistigen Gliedmaßen in die wahrhafteste Tätigkeit zu versetzen O trefflicher Vater, unterbrach ihn Heinrich, mit welcher Freude erfüllt mich das Licht, was aus Euren Worten ausgeht Also ist der wahre Geist der Fabel eine freundliche Verkleidung des Geistes der Tugend Und der eigentliche Zweck der untergeordneten Dichtkunst die Regsamkeit des höchsten eigentümlichen Daseins Eine überraschende Selbstheit ist zwischen einem wahrhaften Liede und einer edlen Handlung Das müßige Gewissen in einer glatten, nicht widerstehenden Welt wird zum fesselnden Gespräche, zu alles erzählenden Fabel In den Fluren und Hallen dieser Urwelt lebt der Dichter und die Tugend ist der Geist seiner irdischen Bewegungen und Einflüsse So wie diese die unmittelbar wirkende Gottheit unter den Menschen und das wunderbare Widerlicht der höheren Welt ist So ist es auch die Fabel Wie sicher kann nun der Dichter den Eingebungen seiner Begeisterung oder, wenn auch er einen höheren überirdischen Sinn hat, höheren Wesen folgen Und sich seinen Berufe mit kindlicher Demut überlassen Auch in ihm redet die höhere Stimme des Weltalls und ruft mit bezaubernden Sprüchen in erfreulichere, bekanntere Welten Wie sich die Religion zur Tugend verhält, so die Begeisterung zur Fabellehre Und wenn in Heiligen Schriften die Geschichten der Offenbarung aufbehalten sind, so bildet in den Fabellehren das Leben einer höheren Welt sich in wunderbar entstandenen Dichtungen auf mannigfache Weise ab Fabel und Geschichte begleiten sich in den innigsten Beziehungen, auf den verschlungensten Pfaden und in den seltsamsten Verkleidungen Und die Bibel und die Fabellehre sind Sternbilder eines Umlaufs Ihr redet völlig wahr, sagte Silvester Und nun wird es euch wohl begreiflich sein, dass die ganze Natur nur durch den Geist der Tugend besteht und immer beständiger werden soll Er ist das allzündende, allbelebende Licht innerhalb der irdischen Umfassung Vom Sternhimmel, diesem erhabenen Dom des Steinreichs, bis zu dem grausen Teppich einer bunten Wiese, wird alles durch ihn erhalten Durch ihn mit uns verknüpft und uns verständlich gemacht Und durch ihn die unbekannte Bahn der unendlichen Naturgeschichte bis zur Verklärung fortgeleitet Ja, und ihr habt vorher so schön für mich die Tugend an die Religion angeschlossen Alles, was die Erfahrung und die irdische Wirksamkeit begreift, macht den Bezirk des Gewissens aus, welches diese Welt mit höheren Welten verbindet Bei höheren Sinnen entsteht Religion und was vorher unbegreifliche Notwendigkeit unserer innersten Natur schien Ein Allgesetz ohne bestimmten Inhalt wird nun zu einer wunderbaren, einheimischen, unendlich mannigfaltigen und durchaus befriedigenden Welt Zu einer unbegreiflich innigen Gemeinschaft aller Seligen in Gott Und zur vernehmlichen, vergötternden Gegenwart des allerhöchsten Wesens oder seines Willens, seiner Liebe in unserem tiefsten Selbst Die Unschuld eures Herzens macht euch zum Propheten, erwiderte Silvester Euch wird alles verständlich werden Und die Welt und ihre Geschichte verwandelt sich euch in die Heilige Schrift So wie ihr an der Heiligen Schrift das große Beispiel habt Wie in einfachen Worten und Geschichten das Weltall offenbart werden kann Wenn auch nicht geradezu, doch mittelbar durch Anregung und Erweckung höherer Sinne Mich hat die Beschäftigung mit der Natur dahin geführt Wohin euch die Lust und Begeisterung der Sprache gebracht haben Kunst und Geschichte haben mich die Natur kennengelehrt Meine Eltern wohnten in Sizilien, unweit dem weltberühmten Berge Ätna Ein bequemes Haus von vormaliger Bauart Welches verdeckt von uralten Kastanienbäumen Dicht an den felsigen Ufern des Meeres Die Zirde eines mit mannigfaltigen Gewächsen besetzten Gartens ausmachte War ihre Wohnung In der Nähe lagen viele Hütten In denen sich Fischer, Hirten und Winzer aufhielten Unsere Kammern und Keller waren mit allem, was das Leben erhält und erhöht Reichlich versehen Und unser Hausgeräte war durch wohlerdachte Arbeit Auch den verborgenen Sinnen angenehm Es fehlte auch sonst nicht An mannigfaltigen Gegenständen Deren Betrachtung und Gebrauch das Gemüt Über das gewöhnliche Leben und seine Bedürfnisse erhoben Und es zu einem angemesseneren Zustande vorzubereiten Ihm den lauter Genuss seiner vollen, eigentümlichen Natur zu versprechen Und zu gewähren schienen Man sah steinerne Menschenbilder Mit Geschichten bemalte Gefäße Kleinere Steine mit den deutlichsten Figuren Und andere Gerätschaften mehr Die aus anderen und erfreulicheren Zeiten zurückgeblieben sein mochten Auch lagen in Fächern übereinander viele Pergamentrollen Auf denen in langen Reihenbuchstaben die Kenntnisse und Gesinnungen Die Geschichten und Gedichte jener Vergangenheit In anmutigen und künstlichen Ausdrücken bewahrt standen Der Ruf meines Vaters Den er sich als ein geschickter Sterndeuter zuwege brachte Zog ihm zahlreiche Anfragen und Besuche Selbst aus entlegneren Ländern zu Und da das Vorwissen der Zukunft Den Menschen eine sehr seltene und köstliche Gabe dünkte So glaubten sie ihre Mitteilungen gut belohnen zu müssen So dass mein Vater durch die erhaltenen Geschenke In den Stand gesetzt wurde Die Kosten seiner bequemen und genussreichen Lebensart Hinreichend bestreiten zu können Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei Und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen Von Novalis Abschnitt 14 Tiegs Bericht über die Fortsetzung Weiter ist der Verfasser nicht in Ausarbeitung Dieses zweiten Teils gekommen Diesen nannte er die Erfüllung So wie den ersten Erwartung Weil hier alles aufgelöst und erfüllt werden sollte Was jener hatte ahnden lassen Es war die Absicht des Dichters Nach Vollendung des Ofterdingen Noch sechs Romane zu schreiben In denen er seine Ansichten der Physik Des bürgerlichen Lebens Der Handlung Der Geschichte Der Politik und der Liebe So wie im Ofterdingen der Poesie Niederlegen wollte Ohne mein Erinnern Wird der unterrichtete Leser sehen Dass der Verfasser Sich in diesem Gedichte Nicht genau an die Zeit Oder an die Person Jenes bekannten Minnesängers Gebunden hat Obgleich alles an ihn Und sein Zeitalter erinnern soll Nicht nur für die Freunde des Verfassers Sondern für die Kunst selbst Ist es ein unersetzlicher Verlust Dass er diesen Roman nicht hat beendigen können Dessen Originalität und große Absicht Sich im zweiten Teile noch mehr Als im ersten würde gezeigt haben Denn es war ihm nicht darum zu tun Diese oder jene Begebenheit darzustellen Eine Seite der Poesie aufzufassen Und sie durch Figuren und Geschichten zu erklären Sondern er wollte Wie auch schon im letzten Kapitel des ersten Teils Bestimmt angedeutet ist Das eigentliche Wesen der Poesie aussprechen Und ihre innerste Absicht erklären Darum verwandelt sich Natur Historie Der Krieg Und das bürgerliche Leben Mit seinen gewöhnlichsten Vorfällen in Poesie Weil diese der Geist ist Der alle Dinge belebt Ich will den Versuch machen So viel es mir aus Gesprächen mit meinem Freunde erinnerlich ist Und so viel ich aus seinen hinterlassenen Papieren ersehen kann Dem Leser einen Begriff Von dem Inhalt des zweiten Teiles dieses Werkes zu verschaffen Dem Dichter Dem Dichter Welcher das Wesen seiner Kunst im Mittelpunkt ergriffen hat Er scheint nichts widersprechend und fremd Ihm sind die Rätsel gelöst Durch die Magie der Fantasie kann er alle Zeitalter und Welten verknüpfen Die Wunder verschwinden Die Wunder verschwinden und alles verwandelt sich in Wunder So ist dieses Buch gedichtet Und besonders findet der Leser in dem Märchen Welches den ersten Teil beschließt Die kühnsten Verknüpfungen Hier sind alle Unterschiede aufgehoben Durch welche Zeitalter voneinander getrennt erscheinen Und eine Welt der anderen als feindselig begegnet Durch dieses Märchen wollte sich der Dichter Hauptsächlich den Übergang zum zweiten Teile machen In welchem die Geschichte unaufhörlich aus dem Gewöhnlichsten In das Wundervollste überschweift Und sich beides gegenseitig erklärt und ergänzt Der Geist, welcher den Prolog in Versen hält Sollte nach jedem Kapitel wiederkehren Und diese Stimmung, diese wunderbare Ansicht der Dinge fortsetzen Durch dieses Mittel blieb die unsichtbare Welt Mit dieser sichtbaren in ewiger Verknüpfung Dieser sprechende Geist ist die Poesie selber Aber zugleich der siderische Mensch Der mit der Umarmung Heinrichs und Mathildens geboren ist In folgendem Gedichte, welches seine Stelle im Ofterdingen finden sollte Hat der Verfasser auf die leichteste Weise Den inneren Geist seiner Bücher ausgedrückt Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren Sind Schlüssel aller Kreaturen Wenn die, so singen oder küssen Mehr als die Tiefgelehrten wissen Wenn sich die Welt ins Freie leben Und in die Welt wird zurückbegeben Wenn dann sich wieder Licht und Schatten Zu echter Klarheit werden Gatten Und man in Märchen und Gedichten Erkennt die wahren Weltgeschichten Dann fliegt vor einem geheimen Wort Das ganze verkehrte Wesen fort Der Gärtner, welchen Heinrich spricht Ist derselbe alte Mann Der schon einmal Ofterdingens Vater aufgenommen hatte Das junge Mädchen, welches Ziane heißt Ist nicht sein Kind Sondern die Tochter des Grafen von Hohenzollern Sie ist aus dem Morgenlande gekommen Zwar früh Aber doch kann sie sich ihrer Heimat erinnern Sie hat lange in Gebirgen In welchen sie von ihrer verstorbenen Mutter erzogen ist Ein wunderliches Leben geführt Einen Bruder hat sie früh verloren Einmal ist sie selbst in einem Grabgewölbe Dem Tode sehr nahe gewesen Aber hier hat sie ein alter Arzt Auf eine seltsame Weise vom Tode errettet Sie ist heiter und freundlich Und mit dem Wunderbaren sehr vertraut Sie erzählt dem Dichter seine eigene Geschichte Als wenn sie dieselbe einst von ihrer Mutter so gehört hätte Sie schickt ihn nach einem entlegenen Kloster Dessen Mönche als eine Art von Geisterkolonie erscheinen Alles ist hier wie eine mystische, magische Loge Sie sind die Priester des Heiligen Feuers in jungen Gemütern Er hört den fernen Gesang der Brüder In der Kirche selbst hat er eine Vision Mit einem alten Mönch spricht Heinrich über Tod und Magie Er hat Ahndungen vom Tode und dem Stein der Weisen Er besucht den Klostergarten und den Kirchhof Über den Letztern findet sich folgendes Gedicht Lobt doch unsere stillen Feste Unsere Gärten, unsere Zimmer Das bequeme Hausgeräte Unser Hab und Gut Täglich kommen neue Gäste Diese früh, die anderen späte Auf den weiten Herden immer Lodert neue Lebensglut Tausend zierliche Gefäße Einst betaut mit tausend Tränen Goldene Ringe, Sporen, Schwerter Sind in unserem Schatz Viel Kleinodien und Juwelen Wissen wir in dunklen Höhlen Keiner kann den Reichtum zählen Zählt er auch, ohne Unterlass Kinder der Vergangenheiten Helden aus den grauen Zeiten Der gestirne Riesengeister Wunderlich gesellt Holde Frauen, ernste Meister Kinder und verlebte Greise Sitzen hier in einem Kreise Wohnen in der alten Welt Keiner wird sich je beschweren Keiner wünschen, fortzugehen Wer an unseren vollen Tischen Einmal fröhlich saß Klagen sind nicht mehr zu hören Keine Wunden mehr zu sehen Keine Tränen abzuwischen Ewig läuft das Stundenglas Tief gerührt von heilger Güte Und versenkt in selges Schauen Steht der Himmel im Gemüte Wolkenloses Blau Lange fliegende Gewande Tragen uns durch Frühlingsauen Und es weht in diesem Lande Nie ein Lüftchen, kalt und rau Süßer Reiz der Mitternächte Stiller Kreis geheimer Mächte Wollust rätselhafter Spiele Wir nur kennen euch Wir nur sind am hohen Ziele Bald in Strom uns zu ergießen Dann in Tropfen zu zerfließen Und zu nippen auch zugleich Uns ward erst die Liebe Leben Innig wie die Elemente Mischen wir des Daseins Fluten Brausend Herz mit Herz Lüstern scheiden sich die Fluten Denn der Kampf der Elemente Ist der Liebe höchstes Leben Und des Herzens eigenes Herz Leiser Wünsche, süßes Plaudern Hören wir allein und schauen Immer da in seelge Augen Schmecke nichts als Mund und Kuss Alles, was wir nur berühren Wird zu heißen Balsamfrüchten Wird zu weichen, zarten Brüsten Opfer kühner Lust Immer wächst und blüht verlangen Am Geliebten festzuhangen Ihn im Innern zu empfangen Eins mit ihm zu sein Seinem Durste nicht zu wehren Sich im Wechsel zu verzehren Voneinander sich zu nähren Voneinander nur allein So in Lieb und hoher Wollust Sind wir immer da versunken Seit der wilde, trübe Funken Jener Welt erlosch Seit der Hügel sich geschlossen Und der Scheiterhaufen sprühte Und dem schauernden Gemüte Nun das Erdgesicht zerfloss Zauber der Erinnerungen Heilger Wehmut süße Schauer Haben innig uns durchklungen Kühlen unsere Glut Wunden gibt's, die ewig schmerzen Eine göttlich tiefe Trauer Wohnt in unser aller Herzen Löst uns auf in eine Flut Und in diese Flut ergießen Wir uns auf geheime Weise In den Ozean des Lebens Tief in Gott hinein Und aus seinem Herzen fließen Wir zurück zu unserem Kreise Und der Geist des höchsten Strebens Taucht in unsere Wirbel ein Schüttelt eure goldenen Ketten Mit Smaragden und Rubinen Und die blanken saubern Spangen Blitz und Klang zugleich Aus des feuchten Abgrundsbetten Aus den Gräbern und Ruinen Himmelsrosen auf den Wangen Schwebt ins bunte Fabelreich Könnten doch die Menschen wissen Unsere künftigen Genossen Dass bei allen ihren Freuden Wir geschäftig sind Jauchzend würden sie verscheiden Gern das bleiche Dasein müssen Oh, die Zeit ist bald verflossen Kommt, Geliebte, doch geschwind Helft uns nur den Erdgeist binden Lernt den Sinn des Todes fassen Und das Wort des Lebens finden Einmal kehrt euch um Deine Macht muss bald verschwinden Dein erborgtes Licht verblassen Werden dich in kurzem Binden Erdgeist, deine Zeit ist um Dieses Gedicht war vielleicht wiederum ein Prolog zu einem zweiten Kapitel Jetzt sollte sich eine ganz neue Periode des Werkes eröffnen Aus dem stillsten Tode Sollte sich das höchste Leben hervortun Er hat unter Toten gelebt Und selbst mit ihnen gesprochen Das Buch sollte fast dramatisch werden Und der epische Ton gleichsam nur die einzelnen Szenen Verknüpfen und leicht erklären Heinrich befindet sich plötzlich in dem unruhigen Italien Das von Kriegen zerrüttet wird Er sieht sich als Feldherr an der Spitze eines Heeres Alle Elemente des Krieges spielen in poetischen Farben Er überfällt mit einem flüchtigen Haufen eine feindliche Stadt Hier erscheint als Episode die Liebe eines vornehmen Pisaners zu einem florentinischen Mädchen Kriegslieder Ein großer Krieg wie ein Zweikampf Durchaus edel, philosophisch human Geist der alten Chevalerie Ritterspiel Geist der wachischen Wehmut Die Menschen müssen sich selbst untereinander töten Das ist edler als durch das Schicksal fallen Sie suchen den Tod Ehre, Ruhm ist des Kriegers Lust und Leben Im Tode und als Schatten lebt der Krieger Todeslust ist Kriegergeist Auf Erden ist der Krieg zu Hause Krieg muss auf Erden sein In Pisa findet Heinrich den Sohn des Kaisers Friedrich II. Der sein vertrauter Freund wird Auch nach Loreto kömmt er Mehrere Lieder sollten hier folgen Von einem Sturm wird der Dichter nach Griechenland verschlagen Die alte Welt mit ihren Helden und Kunstschätzen erfüllt sein Gemüt Er spricht mit einem Griechen über die Moral Alles wird ihm aus jener Zeit gegenwärtig Er lernt die alten Bilder und die alte Geschichte verstehen Gespräche über die griechischen Staatsverfassungen Über Mythologie Nachdem Heinrich die Heldenzeit und das Altertum hat verstehen lernen Kommt er nach dem Morgenlande Nach welchem sich von Kindheit auf seine Sehnsucht gerichtet hatte Er besucht Jerusalem Er lernt orientalische Gedichte kennen Seltsame Begebenheiten mit den Ungläubigen Halten ihn in einsamen Gegenden zurück Er findet die Familie des morgenländischen Mädchens Siehe den ersten Teil Die dortige Lebensweise einiger nomadischen Stämme Persische Märchen Erinnerungen aus der ältesten Welt Immer sollte das Buch unter den verschiedensten Begebenheiten Den selben Farbencharakter behalten Und an die blaue Blume erinnern Durchaus sollten zugleich die entferntesten Und verschiedenartigsten Sagen verknüpft werden Griechische, orientalische, biblische und christliche Mit Erinnerungen und Andeutungen der indischen Wie der nordischen Mythologie Die Kreuzzüge, das Seelenleben Heinrich geht nach Rom Die Zeit der römischen Geschichte Mit Erfahrungen gesättigt Kehrt Heinrich nach Deutschland zurück Er findet seinen Großvater Einen tiefsinnigen Charakter Klingsor ist in seiner Gesellschaft Abendgespräche mit den beiden Heinrich begibt sich an den Hof Friedrichs Er lernt den Kaiser persönlich kennen Der Hof sollte eine sehr würdige Erscheinung machen Die Darstellung der besten, größten und wunderbarsten Menschen Aus der ganzen Welt versammelt Deren Mittelpunkt der Kaiser selbst ist Hier erscheint die größte Pracht Und die wahre große Welt Deutscher Charakter und deutsche Geschichte Werden deutlich gemacht Heinrich spricht mit dem Kaiser über Regierung Über Kaisertum Über Kaisertum Dunkle Reden von Amerika und Ostindien Die Gesinnungen eines Fürsten Mystischer Kaiser Nachdem nun Heinrich auf eine neue und größere Weise als im ersten Teile in der Erwartung wiederum die Natur, Leben und Tod, Krieg, Morgenland, Geschichte und Poesie erlebt und erfahren hat Kehrt er wie in eine alte Heimat in sein Gemüt zurück Aus dem Verständnis der Welt und seiner selbst entsteht der Trieb zur Verklärung Die wunderbarste Märchenwelt tritt nun ganz nahe, weil das Herz ihrem Verständnis völlig geöffnet ist In der manessischen Sammlung der Minnesinger finden wir einen ziemlich unverständlichen Wettgesang des Heinrich von Ofterdingen und Klingsor mit anderen Dichtern Statt dieses Kampfspieles wollte der Verfasser einen anderen seltsamen poetischen Streit darstellen Den Kampf des guten und bösen Prinzips In Gesängen der Religion und Irreligion Die unsichtbare Welt der Sichtbaren entgegengestellt In wachischer Trunkenheit wetten die Dichter aus Enthusiasmus um den Tod Wissenschaften werden poetisiert Auch die Mathematik streitet mit Indianische Pflanzen werden besungen Indische Mythologie in neuer Verklärung Dieses ist der letzte Akt Heinrichs auf Erden Der Übergang zu seiner eigenen Verklärung Dieses ist die Auflösung des ganzen Werks Die Erfüllung des Märchens Welches den ersten Teil beschließt Auf die übernatürlichste und zugleich natürlichste Weise wird alles erklärt und vollendet Die Scheidewand zwischen Fabel und Wahrheit Zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist eingefallen Glauben, Fantasie, Poesie schließen die innerste Welt auf Heinrich kommt in Sophie ins Land In eine Natur, wie sie sein könnte In eine Allegorische Nachdem er mit Klingsor über einige sonderbare Zeichen und Ahndungen gesprochen hat Diese erwachen hauptsächlich bei einem alten Liede Welches er zufällig singen hört In welchem ein tiefes Wasser an einer verborgenen Stelle beschrieben wird Durch diesen Gesang erwachen längst vergessene Erinnerungen Er geht nach dem Wasser Und findet einen kleinen goldenen Schlüssel Welchen ihm vor Zeiten ein Rabe geraubt hatte Und den er niemals hatte wiederfinden können Diesen Schlüssel hatte ihm bald nach Mathildens Tode ein alter Mann gegeben Mit dem Bedeuten, er solle ihn zum Kaiser bringen Der würde ihm sagen, was damit zu tun sei Heinrich geht zum Kaiser Welcher hoch erfreut ist Und ihm eine alte Urkunde gibt, in welcher geschrieben steht Dass der Kaiser sie einem Manne zum Lesen geben sollte Welcher ihm einst einen goldenen Schlüssel zufällig bringen würde Dieser Mann würde an einem verborgenen Orte Ein altes, talismanisches Kleinod Einen Karfunkel zur Krone finden Zu welchem die Stelle noch leer gelassen sei Der Ort selbst ist auch im Pergament beschrieben Nach dieser Beschreibung macht sich Heinrich auf den Weg Nach einem Berge Er trifft unterwegs den Fremden Der ihm und seinen Eltern zuerst von der blauen Blume erzählt hatte Er spricht mit ihm über die Offenbarung Er geht in den Berg hinein Und Siane folgt ihm treulich nach Bald kommt er in jenes wunderbare Land In welchem Luft und Wasser, Blumen und Tiere Von ganz verschiedener Art sind Als in unserer irdischen Natur Zugleich verwandelt sich das Gedicht Stellenweise in ein Schauspiel Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine und Gestirne Elemente, Töne, Farben Kommen zusammen wie eine Familie Handeln und sprechen wie ein Geschlecht Blumen und Tiere sprechen über den Menschen Die Märchenwelt wird ganz sichtbar Die wirkliche Welt selbst wird wie ein Märchen angesehen Er findet die blaue Blume Es ist Mathilde, die schläft und den Karfunkel hat Ein kleines Mädchen, sein und Mathildens Kind Sitzt bei einem Sarge und verjüngt ihn Dieses Kind ist die Urwelt, die goldene Zeit am Ende Hier ist die christliche Religion mit der heidnischen ausgesöhnt Die Geschichte des Orpheus, der Psyche und andere werden besungen Heinrich pflückt die blaue Blume und erlöst Mathilden von ihrem Zauber Aber sie geht ihm wieder verloren Er erstarrt in Schmerz und wird ein Stein Edda, die blaue Blume, die Morgenländerin, Mathilde, opfert sich an dem Steine Er verwandelt sich in einen klingenden Baum Cyane haut den Baum um und verbrennt sich mit ihm Er wird ein goldener Widder Edda, Mathilde muss ihn opfern Er wird wieder ein Mensch Während dieser Verwandlungen hat er allerlei wunderliche Gespräche Er ist glücklich mit Mathilden, die zugleich die Morgenländerin und Cyane ist Das froheste Fest des Gemüts wird gefeiert, alles Vorhergehende war tot Letzter Traum und Erwachen Klingsor kömmt wieder als König von Atlantis Heinrichs Mutter ist Fantasie Der Vater ist der Sinn Schwaning ist der Mond Der Bergmann ist der Antiquar Auch zugleich das Eisen Kaiser Friedrich ist Arctur Auch der Graf von Hohenzollern und die Kaufleute kommen wieder Alles fließt in eine Allegorie zusammen Cyane bringt dem Kaiser den Stein Aber Heinrich ist nun selbst der Dichter aus jenem Märchen, welches ihm vordem die Kaufleute erzählten Das selige Land leidet nur noch von einer Bezauberung, indem es dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen ist Heinrich zerstört das Sonnenreich Mit einem großen Gedicht, wovon nur der Anfang aufgeschrieben ist, sollte das ganze Werk beschlossen werden Die Vermählung der Jahreszeiten Tief in Gedanken stand der neue Monarch Er gedachte jetzt des nächtlichen Traums und der Erzählungen auch Als von der himmlischen Blume zuerst er gehört und Getroffen, still von der Weissagung, mächtige Liebe gefühlt Noch düngt ihn, er höre die tief eindringende Stimme Eben verließe der Gast erst den geselligen Kreis Flüchtige Schimmer des Mondes erhellten die klappernden Fenster Und in des Jünglings Brust tobte verzehrende Glut Edda fragte der König Was ist des liebenden Herzens innigster Wunsch Was ist ihm der unsäglichste Schmerz Sag es, wir wollen ihm helfen Die Macht ist unser und herrlich Werde die Zeit, nun du wieder den Himmel beglückst Wären die Zeiten nicht so ungesellig Verbände, Zukunft mit Gegenwart und mit Vergangenheit sich Schlöße Frühling sich an Herbst und Sommer an Winter Wäre zu spielendem Ernst Jugend mit Alter gepaart Dann, mein süßer Gemahl, versiegte die Quelle der Schmerzen Aller Empfindungen Wunsch wäre dem Herzen gewährt Also die Königin Freudig umschlang sie der schöne Geliebte Ausgesprochen für wahr Hast du ein himmlisches Wort Was schon längst auf den Lippen der tiefer Fühlenden schwebte Aber den Deinigen erst rein und gedeihlich entklang Führe man schnell den Wagen herbei Wir holen sie selber Erstlich die Zeiten des Jahres Dann auch des Menschengeschlechts Sie fahren zur Sonne und holen zuerst den Tag Dann zur Nacht Dann nach Norden um den Winter Als dann nach Süden um den Sommer zu finden Von Osten bringen sie den Frühling Von Westen den Herbst Dann eilen sie zur Jugend Dann zum Alter Zur Vergangenheit wie zur Zukunft Dieses ist, was ich dem Leser aus meinen Erinnerungen Und aus einzelnen Worten und Winken in den Papieren meines Freundes habe geben können Die Ausarbeitung dieser großen Aufgabe Würde ein bleibendes Denkmal einer neuen Poesie gewesen sein Ich habe in dieser Anzeige lieber trocken und kurz sein wollen Als in die Gefahr geraten Von meiner Fantasie etwas hinzuzusetzen Vielleicht rührt manchen Leser das Fragmentarische dieser Verse und Worte so wie mich Der nicht mit einer andächtigen Wehmut Ein Stückchen von einem zertrümmerten Bilde Das Raphael oder Correggio betrachten würde Ludwig Thieg Ende von Abschnitt 14 Ende von Heinrich von Ofterdingen Von Novalis Das Raphael oder Correggio betrachten würde